Live auf twitch.tv slash tasik, Link ist in der Videobeschreibung, aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Ladies and Gentlemen und natürlich auch alle, die sich nicht den Ladies oder den Gentlemen zugehörig fühlen, ein neuer Tag im Leben des Michael Cooper. Heute ist Tag 44 und heute steht Großes an. Als erstes sage ich euch, welchen Tag wir heute haben und wie viel Uhr wir haben. Heute ist Mittwoch, der 9. August und wir haben halb vier am Nachmittag. Denn um, wie früh war das? Um 18 Uhr hat Michael die Limousinbuchung, deswegen sieht er auch so aus, wie er aussieht. Und was habt ihr noch verpasst? Michael hat eine Nachricht letztens bekommen. Die hier, grüß dich, wollte mich nochmal bedanken, dass du und dein Kollege mir so toll geholfen haben. Mein Rücken ist mittlerweile wieder kerngesund. Das war wahrscheinlich dieser Fahrradfahrer, der quasi hingefallen ist. Michael hat geantwortet, das haben wir gern gemacht und denk dran, ein Helm und ein bisschen mehr schützende Kleidung kann bei deinem Stuntz nicht schaden. Aber mach, wie du meinst, danke für deine Nachricht. Er hat geantwortet, ja, das war mir eine Lehre. Die Hobbykarriere als Stuntman habe ich erstmal auf Eis gelegt, bis ich eine anständige Krankenversicherung habe. In der Zwischenzeit muss ich mir wohl was anderes suchen. Und dann hat uns Logan geschrieben, bei dir alles okay. Ich liege immer noch flach, aber auf dem Weg der Besserung. Ab Donnerstag bin ich wieder im Dienst. Okay, alles klar. Und ich muss mir eben kurz einmal die Musik leise machen. Für euch kann ich die so lauter lassen, aber für mich ist die zu laut. Verwirrt mich. So, okay, ja super. Haben wir alles abgearbeitet. Und dann hatten wir noch ganz viele entgangenen Anrufe von... Destina, Theo, Payton. Payton habe ich gestern angerufen. Ich war gestern kurzzeitig online. Nur um nochmal zu gucken, ob Michael irgendwie eine wichtige Nachricht hat. Dadurch nur abgeklärt, dass der Michael heute eben wieder im Dienst ist. So. Ja, wir könnten eigentlich mal... Payton anrufen. Okay, die geht nicht dran. Keine Ahnung, was die wollte. Äh... Das gefällt mir hier auch gerade alles nicht. So. Ah, wir fahren jetzt mal zur Taxi-Zentrale. Das heißt, Michael macht normalen Dienst bis, äh... Zu dieser Limousin-Buchung. Die dann halt um 6 Uhr ist. Warum blinkt der? Bin so raus hier, ne? Ich habe mich alles ungewohnt hier. Für meinen PC irgendwie auch. Fühlt sich so an. Das Game ist auch viel zu laut, oder, Chad? Ist das bei euch auch so laut? Ist ja furchtbar. Riecht da einen Hörsturz. Muss man mal einmal kurz das Game leiser machen. Ich mache für euch auch ein bisschen leiser. Die Destina könnte eigentlich der Michael auch mal zurückrufen. Das schiebt er schon lange auf. Aber das macht er erst, wenn er eingestempelt ist. Wir haben auch Teile auf jeden Fall im Dienst. Vom Auto her. Lass mal dein Auto reparieren. Das Motorklappern nervt mich schon seit Wochen. Ja. Eigentlich müsste das der Michael mal machen. Das stimmt schon. Aber ich möchte dafür kein Geld ausgeben, weil es halt ein Bug ist. Aber, ja. Ja. Hallo, Tyler. Hallo. Ich grüße dich. Von welcher Beerdigung kommst du denn? Ich habe gleich eine Limousinenbuchung. Okay. Aber danke. Ich stempe mich eben ein. Ja, mach mal. Von welcher Beerdigung kommst du denn unfassbar? Das ist so. Ah. Das ist so. Ja, das ist ein Bug mit dem Klappern. Eigentlich dürfte der Wagen nicht klappern. Und was gibt es Neues? Ja. Ja, super. Die Frage ist natürlich, was ist neu? Weiß ich auch nicht. Was ist für dich neu? War das erst mal vor... Was ist für dich neu, was für mich neu ist? Man weiß es nicht. Ja, das stimmt. Vor zwei Tagen war ich zuletzt mit Dienst. Oder vor drei, glaube ich. Ja. Aber der Laden steht noch. Das ist schon mal gut. Was limousinierst du denn? Irgendeine Verlobte. Okay. Die soll ich um sechs Uhr abholen. Beim asiatischen Pavillon in Vespucci. Hast du gerade um sechs Uhr gesagt? Um sechs, ja. Ich mache vorher noch Dienst. Und lass dir jetzt schon mit dem Anzug rum? Okay. Ja, sonst hätte ich den zu Hause nochmal abholen müssen. Das war mir dann zu anspruchsvoll, muss ich sagen. Und ich hatte keine Tasche, wo ich den hätte reinpacken können. Und dann wird er wieder... Hier, wie heißt denn das? Ne, Kraus, kennst du? Muss man bügeln dann. Mhm. Ja, mache ich nicht gerne. Okay. Hallo Björn, ich grüße dich. Ja, so ist es, ne? So, ähm... Tja, jetzt habe ich auch so einen Kram. Der hängt das immer beim Schrank bei mir. Ja, den braucht man nicht häufig, ne? Dann muss man den nicht bügeln. Ja. Wenn der nur am Schrank hängt. Das stimmt natürlich. Hm, welchen Wagen nehme ich denn? Was sagt denn hier Dingebums da? Bums, Dingsbums da, ne? Hier. Charlie ist immer noch weg hier. Die 15 auf jeden Fall nicht. Die 15 stehen oben in der Werkstatt. Ah, ja. Sonst, zumindest, Wupax zeigt dir an, alles super. Hm... Ja, abgesehen von der 15 ist auch alles super. Okay, dann nehme ich direkt die 11. Die 15 hat Tyler kaputt gemacht. Du hast die kaputt gemacht? Ja. Destina ruft an. Ach, ey. Leitstellen, Anruf und Kurve und Straßenbatterne, das war zu viel. Ach, wann war das? Heute. Ach, ja, ja. Ja, hallo? Hi. Gehst du auch mal am Telefon? Wie geht's denn? Ich geh doch immer ans Telefon, wenn du anrufst. Ja, genau. Ja, ja, ja. So, die letzten zwei Tage habe ich gar nichts davon gemerkt. Egal. Wahrscheinlich wieder am Arbeiten, wie ich dich kenne. Ja. Und weißt du, was am Freitag ist, Destina? Äh, auch per der Einstellung. Ja, woher weißt du das? Weil ein Nachbar von mir auch am Freitag Einstellungstermin hat. Ja, richtig. Am Freitag habe ich Einstellungstermin beim Police Department. Ja, perfekt. Oh, ey, gut. Ja, super, ne? Ich finde das auch genial. Ja, sehr gut. Ja, und wann essen gehen jetzt? Oh, 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 oh. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ich versuche schon seit drei Wochen, dass wir mal einfach eine Runde essen gehen. Ja. Nee, heute ist auf jeden Fall schlecht. Heute bin ich arbeitstechnisch extremst involviert. Morgen ist bei mir auch ungünstig. Und am Freitag habe ich PD-Einstellung. Und am Samstag muss ich dann natürlich den Job beim PD machen. Und am Sonntag auch. Aber wir können ja mal für die nächste Woche gucken, ne? Ja, melde dich mal. Mach ich. Du kennst mich ja. Wenn du anrufst, rufe ich ja eigentlich sofort zurück. Ja, und eigentlich habe ich erst dreimal versucht. Passt. Was? Wirklich? Nein. Ja, so die letzten, vorgestern, gestern, ja doch. Die nächste Fahrt ist dann dein. Alles klar, Tyler. Ich bin wieder für dich da. Du hast mich tatsächlich angerufen. Nee, das habe ich ganz übersehen. Ja, ja, passt. Melde dich, wenn du Zeit hast. Viel Spaß beim Fahren. Danke, Destina. Habt einen schönen Tag, ja? Pass auf dich auf. Tschüss. Ja, du auch. So, so. So. Michael zögert das noch hinaus. Spine 992. Spine. 0, 0, 0. Taxi-Service? Taxi-Service? Hm. Ich muss noch mal die, 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 das nachgucken, wie teuer das alles ist. Ähm, bezüglich der Limousinbuchung. Ich hab nämlich schon wieder vergessen, ob ich da jetzt so ne Flasche Champagner immer mitgebe oder, oder nur wenn die gebucht ist. Ich hoffe, Peyton kommt vorher noch mal im Dienst, dann kann der Michael das abklären. Du bist immer müde, wenn du am Stream bist. Solltest du ein Michael, am Freitag solltest du ein Michael ausgeschlafen sein und fit sein. Die Grundausbildung im PD ist nicht ohne, nicht ohne XD. Achso. Ja. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ne? Michael ist immer ausgeschlafen, ich bin das nur nicht. Irgendwie fühlt sich mein Game nicht geil an. Ich weiß nicht. Er kann auch schlafen und sich, oh, ich sehe das wie UD anschauen. Ähm, ich und Michael, ja, das kann ich natürlich auch machen, oder was meinst du? Ist ja nur Luca, der müde ist und nicht Michael, ja, so ist es, ne? Ja, Leute, auf jeden Fall, ja, ich mache jetzt auch mal direkt wieder Cam aus, ja? Ist mir schon wieder alles zu hell hier heute. Ihr merkt, es geht gut los. Ich mache hier direkt schon mal Lichter wieder aus. Ja, es ist aber auch wirklich, es ist auch wirklich noch sehr früh am Tag, Chat. Ihr kennt das ja, ne? Wir haben vier Uhr am Nachmittag, da geht der Tag erstmal so richtig los. Wobei ich heute früh aufgestanden bin, ich war auch schon beim Sport, ey. Hast du den Chat umgestellt, fett und vergrößert? Ähm, vor allem ist es jetzt eine andere Font. Moment, also eigentlich sollte der Chat jetzt schöner aussehen. Aber er ist ein bisschen groß vielleicht, ne? Soll ich ihn mal ein bisschen kleiner machen? Wie du das ab Oktober machst, ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht, Toba. Ich auch nicht. Ja, Björn, ich weiß, was du meinst, so ein bisschen. Aber gleichzeitig regen sich Leute darüber auf, dass sie im VOD dann keinen Chat sehen. Vielleicht wirst du ja auch so ein Student, der nie zu den Vorlesungen kommt. Ja, ich hoffe nicht. Ne, Toba? Wäre ja furchtbar. Ich habe heute mir... Wow. Ich habe mir heute einen Döner geholt in der Stadt, nachdem ich beim Sport war. Ganz gesund, Chat. Und dann treffe ich einfach meine ehemalige Matt-Lehrerin, die mir... Unfassbar, ein wichtiger Zuschauer hat es unsere Reihen geschafft. Schokoman790, danke für dein Follower. Ich mache ihn kleiner, alles klar, Björn. Ich mache ihn kleiner. Moment. So, Chat ist jetzt kleiner. Fissig, oder? Habe ich gut gemacht wieder. Birnen haben wir noch. Oh, geil. Birnen? Wann habe ich das letzte Mal im Real Life Birnen gegessen? Auch schon wieder ewig hier. Hey, Siri, alle Lichter ausschalten. Dönerkeba. Boah, geil, Alter. Ich hätte ja gedacht, dass der Tyler wiederkommt. Boah, keine Ahnung, ne? Kommt nicht wieder. Ich kann mich nicht damit anfreunden, mit dem Chat, sagt Björn. Ja, also ich denke, der Kompromiss ist einfach, der Kompromiss ist, dass der Chat da ist, wenn ich Facecam deaktiviert habe. Gibt es was auf Venture Neues? Wollen wir mal gucken. Achso, Björn, ja. Ja, ja. Ne, ich habe hier ein HomePod. Mir steht da keine Gefahr. Was will man mehr? Weiß ich auch nicht. Verkaufe Futu GTX. Guck mal, da war einmal der Futu Cup und direkt verkauft er wieder sein Futu. 15.000 Dollars. Eigentlich doch legitim, würde ich sagen. Tätowierer gesucht für Kopf- und Nackenbereich. Okay. Wer auch immer dieser Aziz ist, postet einfach viele Fragezeichen darunter. Äh, Downtown Cap ist geöffnet. Und die Konkurrenz ist gar nicht da. Es tut mir natürlich unheimlich leid für die Konkurrenz. Hallo, Tyler. Hallo, eine Fahrt für dich bei der Little Soul 2 Haltestelle. Ja, super. Ich bin unterwegs, ja, Tyler. Jo, perfekt. Bis dann. Super, tschö. Leute, wie viele Game-Abstürze haben wir heute? Ich bin gespannt, welche PD-Nummer du bekommst am Freitag. Wahrscheinlich eine 100 plus, über 100 gibt es nicht einen PD. Doch, doch, gibt es mittlerweile. Wie lange machst du denn? Wann denn? Heute? Warum fragst du? Weil ich jetzt schon so müde bin, oder was? Mal, jetzt nervt es zum Beispiel der Chat. Jetzt mache ich ihn aus. Weil dann ist er direkt über der... über der Karte. Ja, heute ist Open End. Open End heißt aber bei mir nicht, dass ich bis... bis 100 Bio mache. Wie gesagt, ich bin heute echt müde. Ich habe heute auch wieder Medikament genommen, Chat. Das ruiniert einen eigentlich für ein, zwei Tage. Das heißt, dass ich heute eh nicht ganz so viel mache. Aber Michael hat Termin und wir waren eh lange nicht mehr im PD. Nennen wir mal einen aktiven Cop mit einer PD-Nummer über 100. Ähm... Ja, gibt es. Habe ich letzt... Habe ich tatsächlich gestern oder so noch irgendwo in einem Stream gehört? War das bei Natschi? Ne, wegen wie viele Abstürze du machst. Achso. Machst du vier Stunden, würde ich zwei sagen. Wenn acht, dann so fünf. Okay, ich bin gespannt. Also, ich denke, wir machen heute so vier Stunden. Aber du sagst zwei Game-Abstürze, Flauschi. Okay. Hallo, Marcel. Hallo, Lieblingschefin. Kuppa. Oh, guck mal, das war heute gar nicht mal so... Bist du böse, energisch. Okay, warte. Oh. Kuppa. Ja, hallo. Hey. Ich grüße dich. Ja, weil du mich gestern angerufen hattest. Ja? Ja. Scheiße, du warst dann weg und dann fiel uns irgendwas ein. Ne, wir hatten mit dir telefoniert. Irgendwas war... Scheiße. und ich habe ein Hirn wie ein Sieb. Ja, das glaube ich dir. Ich merke das sonst eigentlich nie. Dass du ein Hirn vom Sieb hast, ne? Scheiße, was war das? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt hier gleich, ich bin hier bei der Little Soul Spy Haltestelle, ne? Da hole ich jetzt ein Fahrgast ab. Bist du gleich im Dienst? Äh, nein, noch nicht. Aber nachher? Vor sechs? Okay, super. Das kann ich noch nicht versprechen. Achso, ich rufe dich gleich nochmal an, wäre das okay für dich? Na klar. Super, bis gleich. Hallo, ich grüße Sie, Sir. Hallöchen. Wo darf ich Sie hinfahren? Zur Richterschaft. City Hall also? Genau. Super, machen wir. Vorder- oder Hintereingang oder egal? Ähm, Seiteneingang. Oh, Seiteneingang. Oh, die müssen Sie sich mit zeigen, ja? Ja. Zeige ich. Super. Du bist es, Michael, oder? Ja, Michael Cooper, mein Name, ja. Ja, grüß dich. Jetzt überlege ich gerade, woher kennen wir uns nochmal? Ich bin Damien. Der mit dem Rücken? Der mit dem Rücken. Ach was, du hattest mir doch erst letztens geschrieben, ne? Äh, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, ich hatte jetzt eine, war jetzt beim Friseur, habe eine neue Frisur bekommen. Ja, richtig stylisch siehst du aus. Und jetzt arbeitest du bei der Richterschaft, ja? Genau, als Junior Judge. Bitte einmal geradeaus. Oh, geradeaus. Das ist jetzt natürlich schwierig. Ja, mache ich, ich. Einmal rumfahren. Ja, machen wir so. Dann zeige ich dir mal hier so schön von links das Gebäude. Ja, ist wirklich schön hier, ja. Hier von hinten. Mhm. So, und da kannst du einfach parken. Hier parken. Hier ist der Seiteneingang. Ja. Super. Da weiß ich Bescheid. Ja. Nö, schon wieder was Neues. Ähm, 8 Dollar macht er so einmal. 8 Dollar, jawohl. Ja. Super, vielen Dank, ja? Damien. Ja, ich danke auch. Alles Gute für dich. Ja, danke, man hört sich. Ciao. Ähm, wie heißt denn der nochmal, der im Dienst ist? Boah, Leute, ey. 18 Dollar, ja? Wie heißt denn der, der nochmal im Dienst ist hier? Sag's nicht. Ich durfte es nicht sagen. Ähm, ähm, ähm. Ich habe es vergessen. Tyler. Hallo, ja, ich musste gerade auflegen, weil der Fahrgast dann da war. Ähm, ich habe nämlich noch zwei Fragen, ne? Ähm, die wir machen, dass wir... Oh, ich sollte vielleicht Schuhe erziehen, ja? Schuhe, Schuhe wäre nicht schlecht, ja? Was siehst du heute für Schuhe an? Ich weiß nicht. Hm, okay, verstehe. Okay, ja, Fragen, Entschuldigung. Ähm, Fragen, gar keine. Ähm, ja, was ich sagen wollte, ne? Ich hatte ja zwei Fragen, hatte ich dir ja erzählt, ne? Zieh mal die neuen Schuhe an. Ja? Ja, zieh deine neuen Schuhe an. Welche sind die neuen Schuhen? Die, was wir zusammengekauft haben. Oh, cool. Die stand ja richtig gut. Zieh die mal an. Schleimbatzen. Achso, ich hatte ja zwei Fragen, ja? Folgendes. Ähm, einmal, ähm, die Limousinbuchung wird ja wahrscheinlich per Rechnung dann bezahlt, ne? Ey, keine Ahnung. Das ist... Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, siehste? Hm, weil ich habe mir nämlich Folgendes gedacht, ne? Watschkäse, ich habe mit dem ausgemacht, dass ich vor 17 Uhr ihn anrufe und wir das vorher schnell machen. Ich mit ihm persönlich. Ja, guck mal, da haben wir schon mal was Neues dazugelernt, schreibe ich mir auf. Ich sag doch, ein Hirn wie ein Sieb. Ja, wirklich, ich merke es auch. Okay, und zweitens... Was ist denn das von... Ja? Du bist gerade an der Little Soul? Äh, ne, jetzt bin ich an der City Hall. Kannst du mal zur Little Soul fahren und gucken, wie weit das zum Paradise Auto ist? Ja. Mach ich, ja. Ähm, und dann habe ich jetzt noch eine Frage. Die stelle ich dir jetzt einfach unterwegs, während des Fahrens, ja? Die stelle ich dir jetzt, ja? Mhm. Ich bin Multitasking-fähig. Ja, ja. Das ist wohl nämlich Folgendes, ne? Ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ne? Achso, ne, doch. Entschuldigung? Äh, natürlich weiß ich es noch. Denn es geht um Folgendes. Ähm, ist eigentlich so ein Champagner immer dabei? Bei einer Lippo-Guten? Nur bei der Stundenbogen. Ah, okay, das heißt, Champagner kriegt die Olle nicht. Sehr gut, weiß ich Bescheid. Okay, ja super. Ich habe mich übrigens schon schick gemacht. Ey, sorry für meine vulgäre Ausdrucksweise, ich weiß auch nicht. Alles gut. Ähm, ich habe mich schon schick gemacht. Ich habe heute mal nicht den Nude-Anzug angezogen, sondern den schwarzen, ne? Was denn? Was lachst du schon wieder? Ja, wie ein Nude gerade lachen ist. Ja, so, okay. Ja, es ist schön, dass du mal nicht nackt fährst, sondern was anziehst. Das freut mich. Ne? So, dann guck ich doch jetzt mal einmal kurz, wie viel das ist. Scheiße, das hätte ich, wenn du jetzt nicht das gefragt hättest, hätte ich das voll vergessen, dass ich das mit dem ausgemacht habe. Das ist in Palito? Ja. Ach du Scheiße. Das ist doch nicht unser Problem. Das ist doch nicht mal auf der Karte, also das ist doch nicht mal bei Venture hinterlegt. Na, das ist hier oben. Du fährst nach, ähm, äh. Entschuldigung. Dafür sind beide heute müde. Also, wenn du den, nie ohne, sei verstanden, wenn du den West Highway hochfährst und fährst in Palito rein. Ja. Also beim Sheriff Department quasi, beim PCSO. Ja, dahinter müsste Paradise sein. Soll ich mir das vielleicht einmal vorher angucken, damit ich genau weiß, wo das ist? Wenn die nicht umgezogen sind. Ja. Dann ist es da hinten. Ich fahr da jetzt hoch und guck mir das an, ja? Das müsste also nicht schon auf der Hauptstraße bleiben, die durch Palito durchgeht. Ach, okay. Sechs Meilen sind das. Das ist praktisch, weißt du, wo die Schokolaterie, sch, 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 die Schokolaterie war. Ja. Ja. Gegenüber vom. Direkt vom PCSO gegenüber. Genau. Und hinter der Schokolaterie. Schokolaterie? Was ist denn das eigentlich für ein komischer Name? Wenn die nicht umgezogen sind. Also ich fahr da jetzt hoch und guck mir das an, ne? Ähm, aber, aber merk dir mal sechs Meilen. Sechs. Sechs, ja, super. Wow. So ist es. Ich fahrt mir meine Hose heute nicht so. Nochmal umdrehen. Ja, dreh nochmal um. Mir ist dir da eingefallen, zumindest ein Teil, was ich gestern von dir wollte. Ja. Ich hab gestern kurz mit Logan gesprochen. Ja. Er hat sich nochmal abgemeldet, weil er noch nicht fit ist. Und dann hab ich gesagt, er hat noch so Papazillen, hab ich gesagt, das kommt davon, weil du deine Zunge immer in fremde Frauenhälse steckst. Nee, das ist falsch. Dann hat er gesagt, nein, Peyton, falsches Geschlecht. Ja, ich wundere. Ja, genau. Der hat ja was mit Toni. Nein, hat er nicht. Nicht? Sicher? Hat mit Toni... Toni ist da gefragt. Achso. Ja, das kann noch was zwischen denen werden, glaub ich. Oh Gott. Ja, Toni muss das nur noch richtig erkennen, sein Glück. Aktuell weiß er davon noch nix. Ach, mhm. Ja, ja, so ist es, ne? Boah, ich hab ja... Kennst du diese Destina? Wen? Destina. Child? Ich weiß nicht, wie die mit Nachnamen heißt. Ist so eine Stammgästin bei Downtown Cap, ne? Die hat nämlich... Die ruft mich am Tag mindestens einmal an und möchte mit mir essen gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das da... Du musst mit Luna an Eis essen gehen. Mensch. Ja, scheiße, ey. Ich hab echt Probleme, ey. Hast du eigentlich die Leitstelle? Ich quatsch dich die ganze Zeit voll. Ne, ne, Tyler hat die Leitstelle. Tyler hat mir auch vorhin irgendwas geschrieben. Ich hoffe nix Wichtiges. Moment. Ne, er hat nur Check geschrieben. Super. Okay. Ach ja. Ähm. Super. Den Child hast du es nicht verstanden. Egal. Ähm, bist ja noch jung. Ähm. Ne, ich bin heute auch nicht so aufnahmefähig. Ne, warum hast du mich angerufen? Das kann ja wieder nix Gutes gewesen sein. Ich weiß, dass wir dann über dich gesprochen haben, aber ich weiß nicht mehr, warum ich dich angerufen habe. Mhm. Okay. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ja, das wäre cool. Dann ruf mich einfach an. Ich fahr jetzt, ich hab nur noch 3,5 Meilen vor mir. Das fahr ich mir nicht ein. Ich sag dir, ich bin einfach zu alt für den Scheiß. Ja, wie alt bist du nochmal? 30. 34? Ja. Nächstes Jahr bist du schon 35, Peyton. Ach, halt die Fresse. Ne, ist wirklich wahr. Ja, ich weiß. Naja. Ich möchte dir ja jetzt auch nicht die Laune verderben, ne? Stell dir vor, wir werden irgendwann alle alt, ne? Hast mir die Laune nicht verlorben, alles gut. Habe ich ne Studie nämlich zugelesen. Ne Studie? Hm, die hat besagt, dass wir alle alt werden. Geiße! Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, das sind Fake News. Hm. Da war irgendwas mit einer Studie. Mann, mir fällt es nicht mehr ein. Ich glaube, du bist heute auch müde, kann das sein? Ja. Ich auch. Aber irgendwas war wegen einer Studie. Es war irgendein Blödsinn, warum ich dich nochmal anrufen wollte. Ach, Ficken. Äh, hab ich nicht. Also du bist aber heute auch vulgär unterwegs, ne? Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Und das als CEO von Downtown Cup, dem besten Taxi-Unternehmen in ganz San Andreas. Oh. Ne? Ja gut, aber wir haben es auch einfach. Muss man auch einfach mal Butter bei dir Fische tun, ne? So. Oh, ich bin hier gerade in der Todeskurve, Peyton. Langsam bitte, langsam. Ja, ich hab's geschafft. Ach, sei Dank. Boah, was das hier für ein schöner Ausblick ist, ne? Irgendwann gehe ich hier mal wandern. Boah, ey, Wahnsinn. Du willst wandern gehen. Ja, ich bin voll sportlich. Weil du wanderst. Ja. Lauf ich fünf Mal hier. Ah, doch. Innerhalb von einer halben Stunde, dann wird das eher so ein Sprint, aber egal. Schaff ich fünf Mal innerhalb? Ne, das schaff ich nicht. Ähm, ich hab mich... Ja, dann kannst du ja bei dem Triathlon mitmachen. Ja, weil... Guck mal, da sieht man halt schon wieder... Da sieht man halt schon wieder, wie unoffenmerksam du bist. Wann ist dieser Triathlon? Ich weiß es nicht mehr. Am 10. September, ne? Ja. Ja, und was ist am 10. September? Ja, guck mal. Das ist halt... Das ist halt jetzt direkt wieder so frustrieren. Da merke ich halt wieder... Ich weiß es. Ja, was denn? Ich weiß es. Hm? Da hat Bambi die Mama verloren. Was? Nee, da hab ich Geburtstag. Nee, nein, nein. Ja, aber natürlich weiß ich das. Hm. Ich hab mich wegen dir verfahren. Ich mich nicht. So, ich bin jetzt hier bei der... bei der Schokolaterie, oder wie das heißt. Wüsste ich jetzt jeden Geburtstag auswendig. Klar. Du meinst, das wäre direkt dahinter, ja? Ja. Also, da gibt es mehrere Eingänge. Das ist ein bisschen verwirrend. Hm. Ein bisschen verwirrend ist es. Das stimmt schon. Also, du kannst entweder auf der Hauptstraße, ist ein Tor von denen, direkt hinter der Schu... Was ist denn das auch für ein hässliches Wort? Neben den Schokoladen. Wenn du an dem, also da in dieser, in dieser... Ach, was weiß ich. Ich bin halt einfach im Bett. Ich bin aber auf jeden Fall gerade froh, wenn ich ehrlich bin, Bett, dass ich das vorher einmal... Warte, guck mal. Warte, ich hab letztes Mal was gesehen, als ich mein Auto... Also, als ich da den Bären im Norden angefahren hab, um die Kinder zu beschützen. Du hast mit Bären angefahren? Ich darf das halt bloß nicht so oft erzählen, weil sonst hab ich gleich Probleme wegen Tierschutz und so. Und weil, ähm, da waren spielende Kinder im Norden und der Bär hat die angegriffen. Dann hab ich einen Drift hingelegt und hab mit dem Arsch den Bären weggebumst. Du hast einfach einen Bär überfahren? Fühlst dich das nicht auch schlecht an? Nein. Angefahren, damit ich die Kinder beschützen kann. Der ist aber wahrscheinlich jetzt tot. Nein. Okay, ich war sauer und hab auf mein eigenes Auto eingetreten. Meine Fresse. Ja, das ist die wahre Geschichte. Das macht die Sache ja noch schlimmer. Hast du dich noch nicht fast da selbst unter Kontrolle? Scheiße, ey. Warum warst du nicht sauer? Ja, ist mir egal. Hast du den Schock verdaut? Nein, den werd ich noch nicht so schnell verdauen. Oh. Ist doch jetzt egal. Ja, ist jetzt auch egal. Ich hab einen guten Knackpunkt der Heckschütze getroffen. Die wackelte dann ein bisschen vor sich hin. Ach du Scheiße. Und das mitten auf dem Highway. Und das war eben kurz davor. Pass mal auf. Wenn du nochmal ein Stück zurückfährst Richtung Highway, dann kommt doch rechts die Bayview, die Zufahrt zur Bayview Lodge. Ja. Schau mal da genau an dem Eck. Vor der Bayview. Genau an dem Eck. Ach, meinst du da ist das, ja? Ich hab da letztens orangene Fahrzeuge gesehen. Wenn ich mich nicht täusche, ist doch Paradise Orange, oder nicht? Also Pätzen, ich werd da jetzt nachgucken. Boah, ich bin so froh, dass ich das einmal hier... Stell mal vor, ich wäre hier mit Limousinen, hätte ich das gesucht... Boah, das wäre ja peinlich geworden. Ach du Scheiße. Also ich weiß, dass das da... Schokolade... Aber die Schokolaterie ist doch ganz... Die ist doch direkt beim BCSO halt. Genau gegenüber. Ja, genau. Aber da war ich kein Paradise. Da, wo die Eingangstür von der Ding ist, wenn du an der vorbeigehst, kommt so ein Zaun, so ein Tor. Da kannst du auf... Siehst du gleich von der Rückseite auf das Gelände. Ah, hier sind orange Fahrzeuge. Das stimmt, ja. Ah, meine Fresse. Noah! Hier ist Noah. Ich hab ein Herzinfarkt hier. Hast du's? Nee, noch nicht. Also hier ein Stück weiter zurück ist es auf jeden Fall nicht. Aber ich werde das schon noch finden. Ich weiß nicht, ob Noah sich jetzt so... Warte mal. Noah ist bei der Zentrale, oder was? Ja, warte mal. Äh, Noah. Ähm, ich... Wir sind gerade ein bisschen lost. Äh, ist Paradise Outdoor umgezogen? Ja, okay, hätte ja sein können. Fragen kostet ja nichts. Ja, weiß er auch nicht, ne? Hab ich mir fast gedacht. Wir sind alle lost. Ja. Weiß auch nicht. Das beste Taxiunternehmen müssen wir wieder zurücknehmen. Ja. Ich mach schon zu. Yo, alles klar. Nicht du. Ach so. Sorry. Ah, weh, weh. Was ist los? Ich weiß. Leute, heute läuft das Game, das ist sehr scheiße. Noah hat dich angeschrien. Noah hat dich angeschrien? Darf der das? Darf der seine Chefin anschreien? Nein. Darf der nicht. Oh, jetzt muss der noch kacken. Was? Tschüss, Marcel. So. Hast du's gefunden? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Und das ist nicht dein Ding, oder was? Ich rufe, nee, nee. Ich rufe die gleich sonst an. Ich habe der Meinung, dass das da dahinter ist. Ich bin jetzt direkt bei der Oma Schokolaterie. Ja, und jetzt geh mal. Das ist doch so ein... Es ist keine Straße, sondern das sieht ja mehr so aus wie so eine Gasse, wo du am Haupteingang der Schokoladen... Machst du mit Absicht, ne? Wo du am Haupteingang... Also... Da sind links so Schrägparkplätze. Ja, ist richtig, da stehe ich drauf. Ja, und wenn du den weitergehst, dann müsste da so ein Tor kommen. Ein Tor, ja. Und da, das ist der Hof von Outdoor eigentlich. Den siehst du eben von der Hauptstraße aus auch. Aber ist da nicht ein Fire Department? Was? Das ist doch ein Fire Department da. Ich komme jetzt auch gleich hoch. Jetzt bin ich über die Krise hier. Rechts mehr. Ja, soll ich nicht einfach mal Paradise Outdoor anrufen? Vielleicht ist da jemand da und der kann mir das vielleicht nochmal beschreiben. Sehr voll peinlich. Ist mir nicht peinlich. Kann ja unterdrückt anrufen. Pack mal, ob die umgezogen sind. Pack mal, ob die umgezogen sind. Ja, dann rufe ich da jetzt mal an, ja? Ja, okay. Alles klar, bis gleich. Bis dann. Hallo Charlotte, ich grüße dich. 9, 4, 1, 1, 4. Was geht? Nicht viel, nicht viel. Heute mal ohne Cam. Ja, Tatsache. War gleich wieder mit. Ich habe mal Lichtmoment ausgemacht. So entspannter. Hm. Ist mir ja alles ein Rätsel, Chat. Keine Ahnung. Also, irgendwie fühlt sich das Game heute ein bisschen ruckelig an. Ich werde mir jetzt mal einmal kurz FPS einblenden lassen. Ja, Björn, sag einfach gar nichts. Sag einfach gar nichts. Ist besser, wenn du gar nichts sagst. Dann, weil sonst ist das ja auch schon. Dass es hier irgendwo ist, ist klar, ne? Hey Siri, alle Lichter einschalten. Hm, 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 hm. Hey Siri, wo ist Parasite das Auto? Ja? Ja, wirklich. Unfassbar da, ne? Geht keiner dran, ne? Ich habe wirklich... Ah, warte mal. Hä, aber woher weißt du dann, dass es sechs Meilen sind? Wenn du nicht weißt, wo es ist. Ja, ich habe irgendwo Palito, äh... Ach so. Ne? Mehr als sechs Meilen werden das nicht sein. Das war nämlich 5,9 und... Ich glaube... Das ist mir nicht so. Werde ein Fan. Aber es ist doch hier auf der Karte markiert. Also, auf Venture selbst. Ja, aber nicht so, dass ich es in Snafi direkt eingeben kann. Ja, aber dann... Warte mal, erstes SD. Wieso kann man das nicht größer machen? Für alte Menschen. Aber da sehe ich es... Vielleicht gegenüber. Ich sehe so ein Tor und Parodile steht da dran. Das kann doch nicht so schwer zu finden sein. Ja, ja, da steht... Ja, ja, das... Warte mal, dahinter ist doch dieser Turm. Da ist die Kurve runter zum... Zum... Leute, ich habe voll schlechte FPS heute. Dings halt. Und... Jetzt warte mal. Das müsste irgendwo... Statt bleiben gleich mal neu. Ich wollte es dir gerade an meinem Handy zeigen, ne? Als könntest du das sehen. Ja. Das ist originell, die Idee. Ich bin aber... Warte, warte, ich gehe jetzt mal in die News-App. Und zwar... Ich glaube, ich weiß es. Es musste eigentlich sein. Außer, die sind wirklich umgezogen und haben das auf Venture nicht geändert und kein Mensch weiß was. Ist es das? Warte mal, hier ist die Fahrtzufahrt. Hier ist das SD. Das ist die Schokolaterie. Also wenn du die... Hawaii is an Industries, was ist denn das? Nein, 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 nein. Du bist so... Nicht beim SD rein. Ach, nicht da rein? Nein, auf der Hauptstraße bleiben. Ach so, okay. Mhm. Also du warst jetzt gerade in dieser Gasse, wo dann, wenn das dann rechts von dir die Schoko-Ding ist, oder? Äh... Äh... Nee. Ja, aber warum hast du denn die Schokolaterie gefunden? Ähm, direkt gegenüber von BCSO. Aber dafür muss ich ja quasi von der Hauptstraße abfahren. Ja, bleib dann mal auf der Hauptstraße. Okay. Also du fährst jetzt an, bis die Dings nach vorbei. Bin ich hier? Bleib auf der Hauptstraße. Und dann müsste links... Müsstest du das Parallel, das ist den Schriftzug eigentlich, sehen. Direkt das nächste Gebäude. Verrückt, okay. Ja, das sehe ich aber nicht tatsächlich. Ach, scheiße, ich glaube, die sind umgezogen. Meinst du? Äh, warte mal, ich komme mal. Ich komme mal hoch, ja? Ja, alles klar. Ich suche hier noch weiter und sage dir Bescheid, wenn ich das gefunden habe. Alles klar. Super, bis gleich. Bis gleich. Also ich habe heute enorm schlechte FPS. Ich habe 55. Mit den Einstellungen darf das eigentlich nicht sein. Das sind halt keine Rune-Einstellungen, wisst ihr? Dann rufe ich mal einmal Theo an. Theo wohnt hier nämlich. Also ob der bei 60 limitiert wäre von den FPS her. Ich drehe heute echt durch, ey. Blinkt der hier? Ein Performance-Mod für GTA wäre immer nice. Ich sage dir, wir brauchen einfach nur Extended Texture Budget. Ich gucke jetzt mal, was für eine Auslastung meine GPU hat. 22 Prozent. Und ich hänge bei 60 FPS rum, ey. 22 Prozent Auslastung. Nimm doch die restlichen 80 Prozent noch. Junge, ich drehe... Ja, sorry. Da macht mich ja wirklich alt wie fertig, ne? Verwend doch wirklich... Einfach das, was die... Was man hat für... Oh, Junge. Vor allem, ich kann mir sowas gar nicht ansehen. Wenn ich unter 60 FPS schon habe... Boah, Alter. Fühlt sich so furchtbar an. Ich weiß nicht, habt ihr das auch? Hallo? Hallo, Ma'am. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, genau. Ich störe Sie wirklich nur ungern. Nein, nein, alles gut. Also, folgendes, ja? Ich suche Paradise Outdoor. Wo ist das? Sie wissen, wo die Lodge ist? Ja, das weiß ich. Äh, da ist was aufgebaut. Ob das genau da ist, weiß ich nicht. Aber das sieht da aus, ne? Oder, ähm... Oder bei dem Steg hier unten. Sie kennen den Steg hier? Den Steg kenne ich ja auch. Genau. Und da ist nämlich... Ich weiß nicht, ob das Paradise Outdoor ist. Weil da kannst du tauchen und alles. Und Umboote ausleihen. Das weiß ich. Okay, das heißt, ich gucke einmal bei der Lodge und dann beim Steg. Genau. Okay, super. So ganz 100%ig weiß ich es leider nicht. Ja, auf Venture ist nämlich nur so ein... Ja, Venture. Ja, das ist das Problem. Ja, sie sagen das. Ja, Venture. Genau. Da ist so ein Bild von einem Tor und von einem Schriftzug. Ja. Moment, ich gucke mal eben. Die sind, glaube ich, wirklich umgezogen. Ist es schon soweit. Aber es steht hinter... Palito Bay. Ja, cool. Cooler Wohnort. Finde ich gut. Ja, toll, ne? Das ist wirklich... Nö? Nö? Äh, äh, äh. Ich finde das auch mega. Oh. Anscheinend bin ich da recht laut. Habt ihr das gehört? Sieht aus so komisch. Wir hören uns doppelt. Weil du kannst es nicht mal markieren, wie bescheuert sind die eigentlich? Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich suche hier auch schon fünf Minuten. Haben Sie mal versucht anzurufen, bei einem Herrn Daniel? Ja, haben wir auch probiert. Also ich habe seine private Nummer nicht. Ich glaube, ich habe das hier auch, ne? Ich habe da bitte auf diese Hotline anzurufen. Okay. Nee, ich würde es dann halt bei der... Ach, das ist ja hinten. Die Markierung ist so bescheuert, weil die, äh... Weil das Auto... Krass laut war ich. Das Tor kommt mir halt auch gar nicht bekannt vor im Moment. Ja, ich weiß es auch nicht. Vor allem das Problem ist, die ziehen alle Jubiläare um, alle. Ähm, aber aktualisieren das leider nicht. Charlotte, ich gucke mir das gleich mal an. Das ist halt das Problem. Ah, ja, ich glaube nämlich, echt, die sind umgezogen, weil... Ja. Das, was man bei Menschen sieht... Ja, suchen Sie es mal... Weil bei der Lodge zum Beispiel, äh, wo dieser Lift ist, ne? Ja, da haben die nämlich jetzt... Da sind nämlich auch Quatz und alles. Habe ich gesehen, das ist nämlich jetzt eingezäunt. Das war nämlich vor einem halben Jahr noch nicht. Okay. Wo das... Ja, da versuchen Sie es da erst mal. Alles klar, mache ich. Genau. Super. Weil wenn Sie da gleich zur Lodge hier, ne? Wenn Sie ja dann hier rumfahren, sehen Sie das ja gleich. Ähm, da ist das nämlich eingezäunt. Also, das könnte ich mir vorstellen, dass das Paradise, äh, gehört. Okay. Ich danke Ihnen, dann gucke ich da mal. Kein Problem. Schönen Tag noch für Sie. Gerne. Ich auch. Ciao. Zu laut bin ich für die anderen. Ähm. Da unten ist das. So, ich habe mich jetzt mal leiser gemacht. Also, für den Stream sollte ich gleich laut sein. Das ist ungenau, der Standort. Leute, habt ihr auch aktuell so Performance-Probleme auf Lucky? Oder liegt das an Palito? Also. Hallo. Ich bin gerade unterwegs zum Standort. Ja, der ist falsch. Das ist ja das Witzige. Okay. Nicht mehr auf den jetzt verlassen. Ähm. Also, es war doch richtig, was ich letztens da gesehen habe. Jetzt ver... Ich, äh, rechts, 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 rechts. Hier, rechts. Hier. Sie sind echt umgezogen, ne? Ja. Ich habe nämlich gerade auch mit einer Dame gesprochen. Ähm. Und die meinte auch, die sind wahrscheinlich umgezogen. Aber haben die hier irgendwo so ein Schild? Ne, ne? Ach, die müssen ja hier sein. Okay, dann sind das... Ja, aber das sind ja deren, deren Outdoor-Quads und so. Und die, die Motorräder und so. Das ist schon Paradise Outdoor. Okay. Hm. Ja, 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 ja. Und dann wird das... Dann haben die das auf Wendstelle immer noch nicht aktualisiert, ne? Ja, aber dann sind die von da vorne hier rübergezogen. Kein Wunder, dass du das nicht finden kannst, wenn man da das halbe Ding wieder... ...gerissen hat. Ich weiß auch nicht. Ja, klar, die waren ja alles umzäumt und so, ne? Damit man da nichts rausklaut. Ah, ja. Dann fahr ich... Dann sollten aber sechsmalen trotzdem passen, tatsächlich. Ach so, wir brauchen uns jetzt bloß... ...ins Novi eingeben. Wir brauchen ja jetzt bloß ins Novi eingeben. Das stimmt. Kann ich auch einmal machen. Ich hab... Ich hab mich über... Ich hab die überarbeitet, ja? Sind die gut? Ich würde dir einmal die Nummer von dem geben, der das geblüht hat. Ähm. Alle sechsmalen passt, ja. Leute, ich hab ja zwei Tage nicht gestreamt. So ein bisschen hab ich dann doch auch gearbeitet. Scheiße hier! Du bist echt nicht ausgeschlafen, ne? Ich hab'n Kram... Hatte mein Dad auch tatsächlich. Der wurde dann operiert an der Hand, weil er den Finger nicht mehr zurückbekommen hat. Ist absolut faszinierend. Ist wirklich wahr. Ich geb' dir die Nummer von dem, dann kannst du dich mit dem in Verbindung setzen, damit der das schnell bezahlen kann. Dann sieht er den Fahrer auch gleich, dass Barcelona befängt. Aber ich hab' auch keine Kontonummer von uns, ne? Das ist dasselbe, wo du hinüberweist. Ah, okay, alles klar. Besuchbar. Allein haben wir noch das Konto, genau. Also selbst wenn er jetzt... Aber sonst würde er sich mit mir davor nicht treffen, das macht ja gar keinen Sinn. Das stimmt. Wenn er's dann doch Verrechnung haben will. Äh, das ist die 5, 5, 5? 5, 5, 5 hab' ich, ja. 4, 9, 5. 4, 9, 5, ja. 5, 4, 9. 5, 4, 9 hab' ich, Peten. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Super. Gut. Boah, wie lange ich das jetzt gesucht hab', ne? Kann ich erst mal tanken. Okay, dann mach' ich jetzt weiter zum nächsten. Super. Ja, alles klar. Das hat mich jetzt aber selbst nicht in Ruhe gelassen, ne? Ich sag's dir, wie's ist. Nee. Also hier hätte ich es tatsächlich auch vermutet, aber mir wurde irgendwas vom Schild erzählt und ich hab' hier überall ein Schild gesucht, weißt du? Ja, 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 ja. Und ich hab' das letztens eben gesehen, als ich mein Auto, nämlich das Stück hier, ne, von der einen Kurve hier vorne bis hier runter so mit 5 MPH hab' rollen lassen. Da ist mir das nämlich hier sehr ins Auge gestochen. Ja. Okay, okay. Ich hab' auch eine Zeit lang hier extrem viele Bauarbeiter gesehen. Ja, das ist super. Sollte ja recht neu sein hier. Naja, super, ne? Alamonia. Alalolo. Was ist Alamonia? Was war hier? Mann, war ich besoffen. Okay. Bis später. Bis später. Bis später. Alle Leute, Performance ist heute ganz grauenvoll. Ich weiß ja nicht. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Dann tankt der Michael einmal. Ist euch mal aufgefallen, wie wenig Anrufe wir bekommen haben in der Zeit? Gar keinen. Ist nicht viel los. Woran liegt denn das? Hab ich irgendwas umgestellt? Leute, ich hasse es. Wenn ich unter 80 FPS habe, oh, das kann ich gar nicht haben. Deswegen habe ich mittlerweile ja schon die Grafikmod rausgemacht. Ja Mensch, das ist jetzt gar nicht unangenehm. Überhaupt nicht. Hier zwei und Tankstellen. Ja, eigentlich nur du, ne? Ach. Hm, 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 hm. Für die Limo-Fahrt schadet ich nochmal ein Game neu. Tschüss. Tschüss. Jetzt zieht die uns doch noch ab, ey. Ist ja viel schneller, der Wagen, als unser. Also guck mal, Chat. Ich hab hier 77 FPS. 77. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Chat. Malt euch das mal aus. Auf einer... Hab ich ne... Ich hab ne 30, 80, scheiße. Aber trotzdem kann das doch nicht sein, oder? Ich find das... Ich mach mich alles fertig, ey. Mach mich alles fertig. Ich kann ja... Ich find ja 60 jetzt am Handy schon so furchtbar. Eigentlich nicht... Ja, eigentlich kann das nicht sein. Jetzt haben wir mal eine 80, aber wir sind auch in einem Tunnel. Moin, moin, Yelp. Ich grüße dich. Hab eine Reise geschafft. Ja, Glückwunsch. Wann warten deine eine Reise? Aktuell sind wieder ganz viele. Mein Handy ist von 20, 1990. Jetzt was da los? Ja, 90 jetzt. 90 jetzt geht noch. Aber ich hab das zum Beispiel so eingestellt, dass mein Handy automatisch in... in Dings geht. In... In Energiesparmodus. Wenn es unter 10% hat. Und dann hat es halt nur noch 60 jetzt und nicht mehr 120. Und dann krieg ich immer schon ne Krise. Warum verfolgt uns Payton? Ist ja unfassbar. Vor drei Tagen, du warst sogar am Telefon, als ich Taxi gerufen habe. Ach, krass. Warst du derjenige, der... wo ich gesagt habe... Ähm... Wo ich gesagt habe, dass es länger dauern kann? 15 Minuten, ja. Ach, krass. Ah, ich hab dich dann nicht abgeholt. Oder wie? Hallo Flo, ich grüße dich. Nee, du bestandest darauf, dass ich den früheren nehmen sollte. Äh... Ja? Habe ich darauf bestanden? Ach, was? Ich glaube, bestanden habe ich dann... Ich kann ja nicht ahnen, dass du unbedingt... Dass du mich OOC kennst, weißt du? Sonst hätte ich natürlich... Vielleicht hätte ich dann einfließen lassen, dass ich auch abhole. Aber Downtown Cap will hier eben mal schnell da sein. Und die EZ-Entscheidung von Michael war, dass... Ähm... Dass dann natürlich der Taxifahrer anfährt, der am frühesten da ist. Und das wird er natürlich auch weiterhin zu machen. Guck mal, da ist ein Graffiti. Also Leute, ich habe jetzt 72 FPS auf dem Freeway. Wo es keine MLOs gibt. Was ist mit meinem PC los? Aber mein PC hat eigentlich auch keine Auslastung. Das ist alles... Also heute ist alles sonderbudget. Also heute ist alles sonderbar. Äh, mit B. Yelp. Ist übrigens Spielmechanik, Chat. Das darf man sagen. Ist kein Backseat Gaming oder Meta oder so, ne? Nur für die Leute. Die Info, die... Die, ja, jetzt, äh... Wieder etwas vorwerfen wollen. Leute, ich starte jetzt Game neu. Ey, das ist... Der ist ganz besonders heute. Bei Lock and Load gestartet. Ja, super. Jetzt bin ich natürlich 82 FPS, klar. Ich gucke nochmal einmal kurz, ob ich irgendwas in den Grafikanstellungen umstellen kann. Also ich meine, ich spiele in WQHD, aber das... Das kann es ja wohl nicht sein. Ich starte einmal kurz Game neu. Während ich mal einmal kurz gucke, ob noch irgendwas offen ist, was Leistung zieht. Ich weiß nicht, was Steam macht. Ja. Ich weiß nicht, was Steam macht. Warum verbraucht ihr so viel? Okay. Ich bleibe mal einmal wieder neu. Leute, gibt es jetzt eigentlich wieder diese Jugendwortabstimmung? Ich habe heute irgendwas auf X gelesen. Also auf Twitter. Wo die Tagesshow wieder irgendwas gepostet hat. Und die haben schon wieder die arme Moderatorin dafür leiden gelassen, offenbar. Tut mir ja auch leid, die Frau. Ich habe vergessen mal ihren Namen, aber... Gibt es. Ja, da muss man natürlich noch abstimmen. Völlig klar, ne? Und da ist einfach YOLO dabei. Das war 2012 oder so schon Jugendwort. YOLO? Leute, woher kommt eigentlich... Für die Leute, die auch aktuell viele Dennis-Streams gucken, der spielt ja den Crime-Chall. Woher kommt eigentlich Goofy? Dieses... Woher... Woher kommt dieses Wort? Das ist ja auch bei der Jugendwort-Abstimmung, glaube ich, auch dabei. Meinst du, Susanne Daubner? Ah ja, genau. Die Frau meine ich. Die muss das ja immer vorlesen, offenbar. Frag mal Onkel Google. Okay. Woher kommt das Wort Goofy? Ja, gut. Den Disney-Charakter kenne ich, aber als ob das... Dämlich und albern. Ach, das ist ja ein englisches Adjektiv. Ja, Leute. Ich hatte Englisch nicht im Abi, ne? Okay. Habe ich schon wieder was Neues gelernt. Das heißt anscheinend dämlich und ist ein englisches Adjektiv. Kann ja auch keiner ahnen, Chat. Woher soll ich denn sowas wissen? Ne. Läuft definitiv nicht besser. Hä? Bleibt unter uns, okay? Sagen wir einfach niemandem, sagen wir einfach keinem. Was ist denn das? Kenne ich nicht. Glaublich Noah. Guten Tag. Guten Tag. Ian! Ich grüße dich. Ja, ich grüße dich. Was ist... Wieso trägst du einen Anzug? Ähm, weil ich... Ähm... Haben wir eine Limousinenfahrt? Ja, Tatsache, ja. Um sechs. Oh. Na, du bist schon viel, viel. Ach, hier steht's. Was? Wo steht's? Du weißt aber auch immer alles, ne? Ich merke das, Ian. Ja, steht hier in der Bestellung. Limousinenbuchung. 988.45. Ja, genau. Hier, Super Michael ist Kunde. Ja, so ist es, ne? Ach, ja. Ach, Tyler ist auch im Dienst. Oh, guck. Tyler ist auch im Dienst. So ist es, ne? Aber was ist denn das für ein Zettelchen? Was steht da drauf? Oh, guck mal nach. Ich hab euch alle lieb. Schreibt so, wie ihr seid, Vicky. Och, mein Gott, wie süß. Was? Das hat Vicky geschrieben. Ja, das hat Vicky geschrieben. Ach, die hat ein Goldstück, ne? Na, ich denk auch. Hat schon ein bisschen was von mir, ne? Die Vicky hat schon was von mir. Da schreib ich jetzt ne SMS, dass wir sie auch lieb haben, ne? Ja, schreib mir mal, die freut's nicht. Hm. Wie sieht der nur Hammer sehr? Leute, ich krieg das hier, glaub ich, heute nicht mehr gefixt. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Ich hasse es. Wie geht's? Wie geht's dir, Michael? Ach, sehr gut. Oh, wer unterbricht denn jetzt unser Telefonat? Payton. Oh, die Chefin. Hast du Leitstelle? Hallo, Miss Nolan. Ne, Tyler hat Leitschle. Ja, hallo. Du musst den Herrn Price anrufen. Jetzt hat er mich gerade angerufen. Was will er denn? Ja, du musst es mit dem ausmachen, wegen bezahlen. Und er muss dir noch was sagen. Ach so. Ja, ja, alles klar. Ich ruf den Herrn Price an. Ich hab doch gesagt deswegen vor 17 Uhr. Ja, ich ruf. Dann hab ich dir jetzt gerade die Nummer gegeben. Ja, ich ruf jetzt an. Ich ruf jetzt an. Ich ruf jetzt an. Okay, 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 okay. Price heißt er, ja? Irgendwas, irgendwas gelabert. Er hat noch irgendwie einen Sonderwunsch. Ach du Scheiße. Sonderwunsch. Ich dreh durch. Ja, Sonderwunsch. Genau. Alles klar. Ich bedanke mich. Tschüss. Super, pass auf dich auf. Tschüss, bleib gesund. So, Limo. Wie hab ich den Limo-Buchung-Typ? Pryce? Guten Tag, Cooper hier. Ich grüße Sie, Mr. Pryce. Folgendes, ich bin Ihr Taxifahrer bzw. Limousinenfahrer für Ihre Verlobte um 6 Uhr heute Abend. Und ich glaube, es gab nochmal Rücksprachen, richtig? Wie viel werden sollten? Ja, genau. Also, mit so zwei Kleinigkeiten, sag ich mal. Ja, also, ich würde Ihnen gleich noch so ein Zettelchen übergeben, den Sie dann, wäre super, wenn Sie das dann meiner Verlobten übergeben könnten, wenn Sie sie abholen. Gar kein Problem, ja. Und die andere Sache, die mir dann noch in den Sinn gekommen ist, so jetzt die gestern, vorgestern, war, dass, wenn es möglich wäre, ja, dass Sie vielleicht so ein bisschen Zeit schinden, weil, ich meine, ja, man ist ja relativ schnell da oben bei Paradise Outdoor von unserer Wohnung, dass Sie dann im besten Falle so 5 von 19 oder Punkt 19 wird da wären, damit ich so, da ich, ja, da die Menschen von Paradise Outdoor etwas später da sind heute und ich da vorher noch ein bisschen was vorbereiten muss, dass ich da nicht so den Stress habe, dann wirklich so früh dann wieder unten zu sein, dass ich dann halt, ja, bis 19 Uhr oder 5 Minuten davor halt auch wirklich da unten stehe und auf Sie warte quasi. Okay, das würden wir dann, ähm, wahrscheinlich abbuchungstechnisch dann als, ähm, dann würden wir nicht nach Meilen abrechnen, sondern nach Stunde, okay? Ähm, okay. Weil ich soll ja Ihre Verlobte um 18 Uhr abholen und wenn ich dann um 19... 18.45. Achso, ah, okay, das, äh, 18.45, okay, dann können wir das doch nach Meilen abrechnen, alles klar, das ist eine gute Info. Ja, also, äh, hab ich das, also nicht, dass es jetzt von meiner Seite aus ein Fehler war, also, ähm... Ich guck mal einmal kurz in meiner Bestellung, ähm, was mir weitergeleitet wurde, für mich eigentlich... Moment, ähm... Also, ich meine, ich hatte 18.45 gesagt. Ah ja, richtig, steht auch hier, ja, es ist, ähm, alles klar, super. Nee, dann machen Sie sich keine Gedanken, wir rechnen ganz normal nach Meilen ab. Ähm, ich hab dazu noch eine Frage, soll ich Ihnen einfach den Betrag dann danach, äh, PSMS schicken und Sie überweisen das dann, ähm, später? Das wäre am einfachsten, ja. Wahrscheinlich, ne, dann mach ich das so, alles klar. Genau. Dann würd ich, ja, ich würd dann gucken, dass ich, ähm, noch am selben Tag, spätestens dann morgen direkt überweise, wenn das in Ordnung ist. Ja, alles klar, heute erstmal machen Sie sich dann schönen Abend. Ähm... Ja, auf jeden Fall. Genau, also so, so eilig ist es auch nicht. Mhm. Super. Ja, perfekt. Alles klar. Ähm, genau, den Set ist man... Wann wollen Sie mir den geben, dann? Das können wir gerne jetzt schon tun. Ähm, weil jetzt bin ich schon... Hab ich noch kurz Zeit, weil ansonsten würd ich jetzt schon mal nach Palito hochfahren. Ja. Ähm, aber wir können uns jetzt gerne schon mal irgendwo treffen, wenn Sie was möchten. Ja, das wär wahrscheinlich ganz praktisch, ne? Also ich wär aktuell, ähm, eh noch gebunden bei der Downtown Cap-Zentrale. Wissen Sie, wo die ist? Äh, da kann ich ja... Ähm, aufs Fenster gucken und mir das markieren lassen da durch. Okay, genau, das ist quasi direkt beim Alice. Ich bin da bestimmt schon mal... Ja. Ach, da oben, achso. Ich bin da, ja, ich bin da schon mal, glaub ich, schon vorbei, aber man sieht ja so viel dann beim Fahren. Klar, ne? Okay. So, gut, dann komm ich da jetzt einfach vorbei. Ähm, und Sie wissen, ähm, noch wo, wo Sie hinten müssen? Ähm, genau, also meine Information ist der, der asiatische Pavillon, ähm, in Vespucci. Und nach Palito ist Outdoor hoch. Und das ist ja quasi in der Straße von dieser Spa-Lodge, ne? Bellevue Spa-Lodge da an der Ecke, ne? Ähm, lassen Sie mich kurz gucken. Früher waren die ja quasi direkt gegenüber vom BCSO, aber ich glaub, die sind umgezogen, richtig? Äh, also wenn Sie den East Highway Richtung Palito hochfahren, ähm, also an Schumasch vorbei. Der West Highway meinst du, ne? Ach, das ja, ach ja, der West, ja, oh mein Gott, diese zwei Highways, ne? Den Ab, äh, den, den West Highway, genau. Äh, ja, wenn Sie da ganz normal an Schumasch vorbei und Richtung Palito fahren, ähm, ist es eigentlich schon vor, vor Palito das erste Gebäude links. Diese, diese, auf diesem Eck, richtig? Ja, genau. Ja, genau, dann weiß ich, wo das ist, genau. Eigentlich, eigentlich nicht, nicht zu verfehlen. Ja, ja, super. Denk ich mal. Ja, das stimmt. Die haben ja auch ganz viele Fahrzeuge davon sich stehen. Das ist ja ganz offensichtlich. Genau. Genau. Ähm, und, ja, mit dem Asiat, bei dem Asiatischen Pavillon, das wäre die Decker Street. Ähm, da können Sie dann einfach vom, ja genau, einfach, äh, bei der Decker Street, ähm, Höhe Pavillon einfach halten. Äh, weil an der Ecke, dem Gebäude davor wohnen wir. Okay. Ähm, da habe ich ihr auch gesagt, äh, soll sie, ähm, ja, sie soll einfach zu Hause sein, weil ich lege ihr da auch nochmal was hin. Nie. Ähm, und wenn sie dann rausgeht, dann sollte sie ja hoffentlich merken, dass sie sie abholen, ansonsten vielleicht einfach drauf ansprechen, dass sie einsteigen soll. Ja, ja. Habe nämlich, habe ich nicht gesagt, dass sie jetzt abgeholt wird von der Demonstration. Also ist quasi alles eine Überraschung. Überraschung. Ja, genau, genau. Weiß ich. Da machen, da geben sie sich richtig Mühe, Hut ab, hm? Ja, ja. Ich wollte ja, dass Takuma das fragen darf, oder? Ähm, nee, tatsächlich, ähm, also sie hat, ja, also die Verlobung ist ja schon eigentlich, ähm, kam von ihrer Seite zuerst mit Ring, ähm, und, ähm, ja, da habe ich mir gedacht, okay, ich, ähm, will ihr den Ring jetzt nicht einfach so überreichen, sondern plane jetzt halt ein bisschen mehr, äh, dafür. Ähm, also jetzt quasi die Limofahrt kam dann ganz am Schluss als Idee noch dazu. Charlotte, ich lese jetzt erstmal, dass Englisch dein drittes Abifach war. Ähm, Mount Gordo halten wir an, da bereite ich auch gleich auch noch ein bisschen was vor. Dann halten wir dort an nach der Quad-Tour, dort übergebe ich ihr dann den Ring und dann geht's ab zur Baby-O-Lodge. Okay, ja super, das klingt auch nach einem super Plan. Ja, das denke ich auch. Also ich habe ja auch, ja, war viel Planung. Das glaube ich, das glaube ich. Ja, auf uns können sie es nicht verlassen auf jeden Fall, ich bin pünktlich um 1845, auch ein bisschen früher, das ist ja kein Problem. Da. Ja, perfekt. Und wart dann da. Ja, sehr schön. Ähm, Lara Navarro heißt sie, also falls es so wichtig wäre. Ähm, Lara Navarro. Lara Navarro, alles klar, dann kann ich sie ja mit Mrs. Navarro ansprechen, ne? Genau, hat rote Haare. Gut, das hat zwar gefühlt jeder hier, aber... Okay, super. Und Sie sind dann auch gleich da und übergeben mir dann den Zettel, ja? Ja, genau, ich war quasi jetzt los. Ja, ich habe es gerade ein bisschen verbreitet, muss ich sagen. Alles gut. Alles klar, dann Mr. Price, hören wir und sehen wir uns gleich, ja? Ähm, auf jeden Fall. Bis gleich dann. Bis gleich. Ciao. Ja, ciao. Ciao. Hallo. Hallo. Oh, das war ein Akt, das war ein Akt. Das war der Herr, der die Limousinbuchung bestellt hat. Ich gucke nochmal die Chefin an. Opa? Hallo. Also ich habe jetzt mit dem Mr. Price telefoniert, ja? Ja. Ähm, der kommt jetzt, gibt mir noch irgendeinen Zettel. Ähm, und ich habe mit ihm... Ja, genau, er hat ja noch irgendwas gesagt. Genau, ich habe mit ihm vereinbart, wir rechnen nach Meilen ab. Ähm, ich sollte ja um 45 da sein, er möchte, dass ich um 19 Uhr da bin. Ich fahre dann einfach ein bisschen langsamer. Ähm, ja. Und habe ihm dann gesagt, wir schicken ihm dann die Rechnung, er würde das gerne so machen. Okay, dann geht es jetzt nur noch um den Zettel. Genau, ja, richtig. Okay. Mhm. Alles klar, das war es schon. Okay, okay, dann weiß ich da Bescheid. Super, die Rechnung machst du dann? Schickst du raus? Ja, ja, die mache ich dann. Okay, alles klar. Die mache ich dann. Genial, ich trage dann aber natürlich die Meilen und so weiter ein in der Bestellung. Perfekt. Jo, dann bis später. Bis später, ciao. 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 Sind Sie Mr. Price? Ja, genau. Ich grüße Sie Cooper, mein Name. Ihr hat ihn gerade telefoniert. Genau. Ja, sehr schön. So, dann lassen Sie mich eben mal gucken. Äh, ich habe so viele Zettel mittlerweile. Äh, das hier. Alles klar. Okay. Weiß ich Bescheid, gebe ich ihr. Perfekt, ich bedanke mich schon mal. Klar, gar kein Problem. Schön, dass es noch geklappt hat. Ne? Ich denke auch, das machen wir. Ähm, ich wünsche euch jetzt schon mal, weil wir hören uns dann ja nicht unbedingt nochmal, je nachdem, wo sie dann da stehen und sie haben dann ja auch, das ist ja auch ihre Verlobte da. Ich wünsche den beiden auf jeden Fall einen traumhaften Abend, ja? Ich danke Ihnen, vielen Dank. Werden wir hoffentlich auch haben. Davon gehe ich fest aus. Sehr schön, sehr schön. Super. Alles klar. Dann, ähm... Perfekt. Bis später. Um 19 Uhr bin ich dann ungefähr da, ja? Ja, wunderbar. Bei Parodas Outdoor. Das hört sich gut an. Super. Alles klar. Ich bedanke mich. Wir haben zu danken, dass sie sich für Downtown Cap entschieden haben und dann bis später. Das ist doch klar. Bis später. Ciao. Ciao, ciao. Ich würde ja zu gerne diesen Settel lesen. Dann mach ich. Dann mach der Michael natürlich nicht. So. Da bin ich. Ich hab jetzt einen Settel bekommen. Ja, ach ja. Da guck ich nicht drauf. Das ist ja Privatsphäre. Das ist für diese... Jetzt hab ich schon mal wieder den Namen vergessen. Misses, ähm, 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 Navarro. Navarro. Miss Navarro kenne ich nicht. Ich auch nicht. Aber das ist die Verlobte von dem Herrn. Ich bin mittendrin. Ich mach ja mein Abi mit einer Ausbildung zusammen. Warum gibt er dir eine Tertifizie? Hä? Ich bin verwirrt. Ich fahr die Verlobte quasi hoch nach Palito und sie soll dann auf der Fahrt das lesen. Ach, das ist für die Limousinenfahrt. Ja, für die Limousinenfahrt. Ach so. Der Herr ist ein richtiger Charmeur. Der hat so ein bisschen was von mir, Ian. Muss ich sagen. Ian, was soll dieses Schweigen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber naja. Sag mal, kleben deine Schuhe eigentlich manchmal am Boden? Warum? Macht nichts. Wegen des Schleimens? Unfassbar. So ein Kommentar. Wirklich. Ich bin halt pfiffig, ne? Ich hab dich schon lange durchschaut. Ja, ich hab auch das Gefühl. Scheiße. Ich hab auch schon wieder was Neues erfahren, dass das erst um 18.45 Uhr ist. Oh, ich muss noch eine Meile oder ich glaube, das waren zwei Meilen eintragen. Wo ist denn meine Bestellung? Da. Wer hat den Leitsteller eigentlich? Du jetzt? Noah hat die. Noah hat die. Super. Da kommen nicht viele Fahrten, glaube ich, rein. Hattest du heute schon eine? Ne, noch gar keine. Aber scheinbar ist die nächste meine. Okay. Find ich gut. Es sind aber gerade auch viele Leute im Dienst, ne? Irgendwas. Wir haben doch Mittwoch. Ähm. Dann stehe ich Mittwoch, sind wir alleine hier. Das ist so ungewöhnlich. Ja, Mittwoch ist heute viel los, ne? Ich denke auch. Aber auch wenn du auf Venture guckst, wie viel gerade offen hat um diese Uhrzeit. Ich guck mal, ja? Also sonst hast du um die Uhrzeit hier drei Sachen stehen. Hm. Ja, ja, ich weiß auch nicht, ne? Ich weiß auch nicht. Hm. Vielleicht fahr ich nachher zu Patty, sonst hol mir ein Eis. Hat aber nur eins und zwei auf dem Zeugnis. Nur Mathe waren auf einmal zwei Punkte. In der Elf hatte ich eine Spy in Mathe. Wie läuft es eigentlich bei dir mit dem PD? Hast du jetzt eigentlich schon angefangen? Ähm, am Freitag fange ich da an. Oh. Dann werde ich wohl, das war, dass mir die Chefin Miss Nolan berichtet, auch erstmal nicht hier arbeiten können, weil quasi mein Nebenjob dann erstmal vom Commissioner genehmigt werden muss. Ähm. Also am Freitag habe ich Einstellungstermin und dann muss ich quasi darauf warten. So warte, ich habe eine Fahrt, glaube ich. Oh, ja. Ja, Noah. Kannst du Mathe? Also ich hatte eine 1 plus im Mathe-Abi. Also 15 Punkte, aber das heißt nicht, dass ich Mathe kann. Ähm. Nee, Michael ist noch hier. Ich war jetzt, glaube ich, nicht so schlecht da drin. Alles klar. Bis dann, ciao. Noah kommt her. Ähm. Ja, wat war? Sorry. Ähm. Ja, auf jeden Fall bin ich dann quasi gestürzt und dann kam auch der LKW quasi und dann bin ich aber noch, habe ich mich rübergerollt und so konnte ich dann quasi noch ausweichen. Okay. Nee. Das hat jetzt gar keinen Zusammenhang zu dir vor dem Telefonat. Ja, Glückwunsch. Nein, jedenfalls habe ich am Freitag meinen Einstellungstermin, ja. Ja, cool. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich habe auch jetzt auch zuletzt, habe ich auch immer wieder Fahrgäste gehabt, die Rekruten, ich glaube, es waren vor allem Rekruten oder auch Officer beim PD waren und die immer angeschossen wurden. Das macht mir so ein bisschen Angst, aber naja. Ja gut, die sind halt Rekruten, die sind für solche Situationen halt, die haben noch nicht die Routine, da verletzt man sich eher. Hm, ja, du machst mir auf jeden Fall absolut Mut. Aber, aber ich glaube, du packst das, was ich dir am Ratschlag geben kann, machst besser wie der Rekrut, der mich gestern in die Verkehrskontrolle gezogen hat. Ja. Also dem hat es dann Durchsetzungskraft gemacht. Ich war noch nicht mal freundlich zu dem und ich meine, ich bin selten nicht freundlich zu Leuten. Das stimmt. Ich war einfach nur sehr, sehr neutral, der war total überfordert. WTF? So, einen Augenblick, ich werde schon wieder angerufen. Ähm, du spinnst 15 Punkte, nicht ganz schlecht. Also Leute, das hatte ich gerade erzählt, ich war heute, habe ich mir einen Döner geholt in der Stadt und ich habe tatsächlich meine, eine der Lehrkräfte getroffen, die in meiner mündlichen Prüfung in Mathe da waren. Und die hat mich nochmal angesprochen und meinte, die war voll gut damals. Ähm, aber ich hatte auch bei diesem Prüfungskomitee damals einfach Glück vor drei Monaten. Das waren halt drei Lehrkräfte, die alle ultra nett waren. Ja, wunderschön. Und die haben gekündigt. Hallo, Mr. Parker, ich grüße Sie. Hallo. Ja, heute, heute stirbt der Bär, ne? Ja, es kommt ja erst noch, man kennt das doch hier, ne? Ja, klar, ne? 16, 18 Uhr beginnt es erst, aber du hast ja noch eine Limo, ne? Ja, um Viertel vor sieben, genau, ja. Ja, geil. Stell mir mal so eine Erinnerung, damit ich das nicht vergesse. 18.30 Uhr losfahren. Hast du dich schon umgezogen dafür, oder was? Ja, genau. Ja, Charlotte, das ist schon. Ich meine, es gibt Cash heute, ja? Ne, das befürchte ich tatsächlich nicht. Also, ich denke, ich... Weißt du nicht, wer das ist? Weil das ist, ähm, die, die überweisen das Geld. Ach so. Äh, um 8, aber egal. Um 18.30 Uhr muss ich losfahren. Aber es geht eigentlich, wenn du überlegst. 30 Dollar? Pff, pro Meile. Ja, gut, Alter, es kriegt ja das Unternehmen, ne? Ja, aber trotzdem ist es okay, finde ich. Für eine Limo, das hätte ich nicht gedacht. Ach so, du meinst, wer sonst teurer? Ja, denke ich mir. Habe ich mir gedacht, so. Also, in New York ist er auf jeden Fall mehr dafür, ne? Aber in New York ist auch alles teurer als hier. Ja, das glaube ich. Kommst du aus New York? Ja, aus Queens. Queens. Wie alt bist du? Nee, ich bin 31. Wo warst du bei 9-11? Wo ich da war? Hm. Zu Hause? Wo sollte der sonst sein? Ich finde das immer so beeindruckend, die Geschichten. Gerade, wenn man aus New York kommt, dann hat man das ja nochmal viel mehr miterlebt als... Ja, das war tragisch. Ja. Über das Willen. Ich hatte ja auch einen Freund von mir, der... Ähm, also sein Vater war Feuerwehrmann. Also, Charlotte, ich kann das probieren. Das war halt schon heftig, aber sein Vater lebt noch halt, ne? Aber das war trotzdem heftig. Hm. Das glaube ich. Ich sage mal so, die ganzen Gerüchte und so alles, das ging mir trotzdem am Ende auf den Sack, weil alle immer sagen, ja, das ist da passiert, das ist da passiert. Und da dachte ich mir so, wow, Alter, meine Güte, man kann doch alles echt auseinanderfüseln, ne? Ja, ja, ich sage mal so... So wie fern? Na, weil man einfach immer Spekulationen sagt, was es sein könnte und was da passiert ist und hast du nicht gesehen. Du meinst jetzt eher so Verschwörungstheorien darüber. Ja, ja, genau, dass da von der Regierung sogar plant wurde und alles Mögliche, wo ich mir denke, ja klar, natürlich. Also, unterste Schublade, sorry, der sagt man es aber. Aber immer, wenn ich so Dokumentationen sehe darüber und so über Verschleierungen und über mögliche Sachen, die gemacht worden sind, ganz ehrlich, da schüttle ich mir nicht den Kopf, ne, wenn ich das höre. Brauchst du ja nur Fox News anmachen, ne? Ja, ich sage immer wieder, das ist einfach so ein Schwachsinn. Ich höre immer nur weg. Ich denke immer so, ich bin sozusagen einer, der das erlebt hat. Es gibt ja genug Menschen, die es nicht erlebt haben, weil sie auch noch jünger sind. Aber ich finde es ja immer doof, dass dann Leute, die das nicht miterlebt haben, sozusagen, dann einfach sowas nachgucken, zum Beispiel, und dann von Scheiße belabert werden, was eigentlich gar nicht stimmt, ne? Ja, das ist richtig. Guck dir mal die, weiß ich nicht, die angehenden Schüler an oder so. Wenn die sowas sehen, die denken sich auch so, ja geil, glaube ich so, ne, wie es da steht. Naja, war schon echt tragisch. Ja, ich war einen Tag alt. Echt? Wer bist du denn? Ich bin 21. Ah, okay, gut, das ist natürlich dann, ja, gut. Wirst du noch 22? Hallo, Ma'am. Hallöchen. Ich bin zum Potzen hier, nicht wundern. Nur eine Person heute? Äh, ja. Ist das schon das Duo-Aufgabe? Ich weiß nicht, bei uns kommen es immer mit mehreren Leuten, deswegen. Alles klar, schau rein. Kommt immer drauf an. Hm, okay, alles klar. Gut. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Supi. Ähm, ich werde noch das Band, das Band, das Band, das ist ja, am 10. September. Ich wollte nämlich schon sagen, weil das wäre ein Komisch war 2001, ja, okay, dann stimmt das, ja. Ja, ja. Ja. Ja gut, wir in Queens haben ja nicht so viel mitbekommen, ne? Das war ja eher Innenstadt, was das Schlimmste war. Aber wie gesagt, ne, das Thema ist wirklich spannend, muss ich ehrlich sagen. Ähm, einfach nur, weil es einfach eine Geschichte ist, die einfach für immer bleibt, ne? Ja. Das stimmt. Ah, naja. Haben jetzt andere Probleme langsam in, äh, in New York überall. Andere Probleme? Läuft doch gut. Joel ist happy. Bin doch da. Ja, hallo Marcel. Bist doch da. Hallo. Du warst weg? Wo warst du? Das war ja doch, du hattest gesagt, du hattest easy, ne? Hast du aktuell nicht so Lust auf IP? Ich hab dich aber gestern, Marcel, hab ich dich im Chat gesehen, von, von, wie heißt der denn? Wie heißt der denn? Ja, Leute, hier, die Legende, ne? Die Legende, wisst du auch, wie die Legende heißt hier, ne? Der Präsident Dennis, ja hier, ne? So. Bei Dennis, wo können wir hinkommen? Alles klar, ich schicke jemanden vorbei. Bis gleich. Tschüss. Weil übrigens, weil übrigens Sarkasmus, ne? Den Präsidenten, ne? Und du bist hier glücklich, ja? Hier, bei Downloader, meinst du, oder auf der Insel generell? Beides? Ja, ja. Und ja. Kann ich verstehen. Das folgt nicht. Ja, das macht mir auch mal mega Bock hier, sag ich mal so, ne? Das Ding ist, ich hab ja schon, äh, ich hab ja schon, äh, jetzt meinen dritten Job schon angenommen, jetzt schon bei LaCatrina. Deinen dritten? Du arbeitest wo überall? Dynasty 8. Dein ist die 8. Und hier und LaCatrina. Ach stimmt, du warst derjenige, wo ich eigentlich auch mal bezüglich einer Wohnung dann, ähm... Ja, wegen Parkers. Genau, so ist es, ne? Ja, also auch hier natürlich für dich das, äh, Angebot, ne? Ähm, halt mir einen Platz frei von einem Luxus-Apartment und du kriegst 1.000 Dollar. Ne, das, 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 nein. 2.000 Dollar. Das wäre, das wäre Korruption, das mach ich nicht. 3.000 Dollar? Gar nichts. Okay, letztes Angebot. Ich rede, ich rede, ich rede, ich rede, ich rede. 5.000 Dollar. Ich kann auch keine Ahnung, in, in, in Lira zahlen oder so. Nein. Wenn dir das lieber ist. Ne, wirklich, was sind. 5.000 ist für mich auch günstiger, da. Ja, aber auch. Die sind nämlich deutlich weniger wert. Du kannst auch nur Euro zahlen, das gleiche ist auch. Nein, auf jeden Fall, ähm... Oder Rubel. Ja, aber trotzdem nicht. Während ich nicht arbeite, mach ich nichts damit. Sicher? Lass dir das nicht entgehen. Das ist mir egal, ich will auch meinen Job behalten und nicht vor Gericht landen. Naja, wie du meinst. Ich kann keine Leute zum Glück spängen, ne? Das ist richtig. Ne? Ja. Wie hab ich denn jetzt eigentlich schon gearbeitet, die Woche? Mal gucken. Loll. Ich hab einfach mal die 10 Stunden geknackt, ne? Waren sie denn, ey? Doch nicht? Ne, doch nicht. Das ist ein Monat, Auswertung, Entschuldigung. Au, das ist natürlich peinlich jetzt. Au, au, au. Oder warte mal, guck mal ganz kurz. Ne, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Ne, doch, ich hab die 10 Stunden geknackt. Krass. Glaube ich nicht. Doch, kannst du gucken? Du hast jetzt nachgeguckt jetzt. Ne, kannst du nicht gucken. Hey, in der Bayer-Zeiterfassung. Was soll? Da gehst du auf Wochenauswertung, die letzten 6 Monate, dann hast du... Das ist bei mir unten die 31. Woche, ne? Montag, äh, ne? Bis Sonntag und dann steht da 10 Stunden 44. Krass, hätte ich nicht gedacht. Haben wir eine neue Woche eigentlich? Ja. Und deswegen hab ich noch 59 Minuten bislang gearbeitet, krank, ey. Ja, und oben hab ich ja schon... Ich hab jetzt schon die Woche 4 Stunden gearbeitet. Wann hab ich denn 10 Stunden gearbeitet, Alter? Warte mal. Muss ich jetzt mal angucken, hier einmal. Tagesauswertung. Tatsache. Ich kann ihn bekommen, wie ich bin. Ja, ja. Aber Marcel, der fängt doch sicherlich eher später an, oder? Mit RP. Und deswegen wollte ich dich auch nochmal loben, tatsächlich. Mr. Parker. Ja, weil du so fleißig bist auch, ne? Das find ich auch richtig gut, ne? Du bekommst mich doch gar nicht mit. Ne, das stimmt. Keine Ahnung. Hab ich schon ewig nicht mehr im Dienst gesehen. Ja, das letzte Mal haben wir zusammen geredet, da war richtig viel los. Da musste ich jetzt außer Dienst gehen. Wie, du musstest außer Dienst gehen? Ja, wo du mich so oft angerufen hast, meines, da und dahin, da und dahin. Und dann hab ich doch... Ach stimmt, und deswegen bin ich dir auch immer noch so ein bisschen böse, aber naja. Zu mir ähnlich, von daher. Woher weißt du das? Weil wir uns kaum kennen, also von daher. Ich bin sehr nachtragend. Heißt das so? Nachtragend bei sowas. Ja, aber ich hab halt leider auch noch einen Zweitjob, da kann ich leider nicht spüren. Und noch einen Drittjob, ne? Und noch einen Viertjob. Ne, das tue ich mir nicht an. Ganz ehrlich, wenn ich müsste, wenn ich wüsste, dass sozusagen meine Dynasty darunter leidet, würde ich auch einen Job eher wegnehmen von den anderen, weil Dynasty ist mein Hauptberuf. Würdest du sagen, ja? Ja. Aber aktuell ist ja alles super. Und deswegen biete ich dir da halt auch nochmal eben an, dass ich dir 5.000 Dollar gebe. Kannst du gerne machen, aber ich nehme mich an. Nimmst du nicht an. Da kannst du mir auch 200.000 Dollar geben. 200.000 Dollar habe ich nicht, bei aller Liebe. Ja, siehst du? Da muss ich passen. Aber für 200.000 Dollar würdest du mir eine Wohnung saven, ja? Ne, hab ich ja gesagt. Ach so, auch dann nicht. Ja, guck mal, dann brauche ich dir doch gar kein Angebot machen. Ja, siehst du? Na toll, ey. Wir drehen uns im Kreis, ich merke das. Ja, genau. Ja, maß, wir brauchen nochmal eine Auszeit vom LP. Ach ja. Schön. Aber heute ist wirklich die Bude am Brennen, ne? Hatte heute auch schon eine Fahrt, ey. Ja, war viel los heute, sagst du? Eine Fahrt habe ich schon, ja. Mich wunderts ja, dass, ähm, mich wunderts ja, dass, ähm, seit wann bist du im Dienst? Seit einer Stunde? Ne, viel länger schon. Ich meine, heute. Ja, ja. Anderthalb Stunden locker, ne? Ja, dann verstehe ich aber nicht, warum ich jetzt die Leitstelle nehme. Na gut, dann hab ich die. Ich freue mich drauf, ich liebe die Leitstelle. Ich dachte immer, dass der Nächste, der danach angefangen hat, nachdem er die Leitstelle genommen hat, die Leitstelle bekommt, aber gut. So ist es nach Dienstvorschrift auch, ja. Ja, dann, warum hab ich die denn? Aber egal. Vielleicht, weil du eh bald, äh, Limousinen-Dienst hast, da kannst du ja nicht gerne in die Leitstelle gehen. Möglich, ja. Es sei denn, du magst die Leitstelle nicht. Was denn? Hast du gerne in die Leitstelle, oder sagst du eher, ne? Ich bin sehr, sehr gerne in die Leitstelle. Ich würde eigentlich weniger noch lieber machen, als Leitstelle zu sein, dafür lebe ich ja auch. Also, damals, als ich am 10.09.2001 geboren wurde, hab ich direkt, nachdem ich quasi, ich möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber nachdem ich quasi auf der Welt war, ne, bildliche Vorstellung, überlasse ich dir selbst, hab ich dann quasi selbst gesagt, hier, ne, Leitstelle, ich wollte schon immer Leitstelle sein, auch. Oh, cool. So war es damals. Bist du mit Telefon geboren, meinst du? Ähm, ja, richtig. Dein Geburtsgeschenk gewesen? Eigentlich mit so einem Neuralink quasi, das ist ja dieses, ne, das ist doch diese neueste Innovation, dieser Chip im Gehirn, sowas, ne? Direkt eingepflanzt, naja. Ah, okay. 2001 gab's das alles schon, ja? Gab's alles schon, wir haben, das ist, die Regierung war auch von 9-11 verantwortlich, jetzt haben wir es nämlich, es dreht sich alles im Kreis. So schließt sich der Kreis. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, ey. So, ich guck jetzt wieder bei Venture, ich muss jetzt aufhören, Scheiße zu erzählen, Parker. Boah, hast du dieses Lied mal gehört da von, äh... Oh nein. Von der, von der, äh, hier, wo, Girl von Reno? Oh mein Gott. Welches Lied? Bei Venture Tube da dieses Girl-Lied, was er heute hochgeladen hat, oh mein Gott. Oh je, jetzt hab ich Angst. Solltest du ja? Oh wow! Bist du jetzt noch ein bisschen Tempelmusik, aber jetzt geht's, glaub ich, gleich richtig ab. Ihr habt recht, unsere Money ist nicht illegal, no. Es ist safe, Copyright. Räumen und Visionen, statt andere Innocence, wie wachlos, Blut über all Sirenen, Lichter, wieder einige, die Statistik, ähm, Text, da. Ja, ja, der Text wieder einspielt, noch so, weißt du, das ist aus wie von, äh, Geschichten aus der Kopf, weißt du. Girls are mad, girls are broke, girls are mad, movie class, guys, really, we are, eh, but it's not the end, we're not dead. Hören, wie sie sagen, get up, Karina, fight, cause it's our two chance. Das wird meine Lieblingssängerin. Secret Mentors, ganze Stadt, lernen dazu, abseits vom Fame, step up, step more in the game. So, und, da war irgendwie, Eddie nem Comeback, wie heißt denn, Eddie nem? Hm, ist das besser? Okay. Wir machen das einmal. Eddie ist geil, ja. Und gucken, was passiert. All meinen Char kennt ihr natürlich nicht. Let's go. Das ist alles ganz komisch mit den ganzen, äh, 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 äh. Die ganzen, äh, 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 äh. Die ganzen Japs und so. Blow Game, wie ne Stove Flame, ich bin Propane, oh yeah. Ich bin alle von euch, oh Slame. Mach nicht, wenn er Schenachi so wie meine Nacht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin bei Wentsche Tube nur, nur, nur Raps und Hip-Hop. Wobei das von diesem, äh, äh, die nem ist eigentlich ganz cool. Hm. Hm. Ja, ich bin da eher so der Techno-Mensch. Aber guck dir mal diesen Post von der Safe Zone an. Den ersten Post, den sie verwendet, bei Venture Live. Alter Falter. Ja, das passiert, wenn man ganz viele Herzen reinpackt. Äh, was muss ich machen? Den ersten Post bei Venture Live. Weil ganz viele Fragezeichen sind da. Ja, das ist, weil du dieses Herz-Emoji machst. Ach, Wahnsinn. Und das kennt Venture nicht. Da sind tausende Fragezeichen da drin. Oh, das ist natürlich jetzt unheimlich peinlich. Soll ich die mal anrufen? Mach mal, sag mal Bescheid. Wann ist denn das 16 oder 47? Ja, das ist so ein, glaubst, ein angehefteter Post, glaub ich. Ich frag mal die Destiner. Die arbeitet da. Hallo? Bearbeitest du nicht eigentlich bei der Safe Zone auch? Ja, und? Hast du mal auf Venture geguckt? Ja, ja, nein. Ich hab da mal ne Frage. Gibt's viele Fragen eigentlich? Ja, no. Die Kollegin hat versucht mit Emojis zu posten und Venture Live mag keine Emojis. Ach so. Nee, und ich dachte, das ist vielleicht so ein anonymer Hilferuf. Ich wollt gerade schon da keine Ahnung. Ich war's nicht. Das PD rufen, äh, die alle. Ach so. Nein, 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 nein. Okay, super. Nein. Also erstens, das, nee, ich sage nicht, wer's war. Aber, äh, ich war's nicht. Wer war's denn? Nein, sie hat halt versucht, sie hat versucht, Emojis reinzumachen, so Herzchen und sowas. Und das mag Venture Live gar nicht. Aber ist doch nett von ihr eigentlich. Ja, aber Venture Live kommt damit nicht klar. Man lernt ja auch aus Fehlern, ne? Ja, aber witzigerweise, das Smartphone kommt mit Emojis klar. Aber in SMSen geht das. Aber nicht bei Venture Live. Ja, ich, ich finde, vielleicht sollten wir einen Sitzstreik machen. Ja. Und den kündigen wir vor Venture. Ja, ja. Das ist doch hier in dieser Peaceful Street, glaube ich, heißt sie doch. Und dann wird, dann zeigen wir mal, wo der Frosch die Locken hat, ne? Wie peaceful die Street wirklich ist, das sage ich dir aber. Ja. Das ist eine gute Idee. Ne? Ja, die habe ich meistens, die habe ich meistens. Ne, alles klar, Destina. Ich wollte, dass ihr mich nur einmal hinterfragen. Nicht, dass da irgendwie die Bude brennt, ne? Nein, nein, alles gut, alles gut. Alles klar, Destina, ne? Okay, ciao. Dann schönen Abend für dich. Tschüss. Tschüss. Ja, ich auch. Ciao. Nee, keine Panik, Noah. Ich habe doch keine Panik, ist mir doch egal. So, nee, ich habe dann eben nicht meins. Ach, du hattest, ach, okay, so einer bist du, ne? So ein bisschen narzisstisch, also auch angelehnt, ne? Hä, wieso? Was soll ich sagen, wenn die so dumm sind? Sorry, das jetzt sagen wir uns, aber... Ich würde mal Venture schon nirgst anrufen und sagen, können Sie bitte mal den Post löschen? Ich finde, wie... Ich habe auch schon gesagt, letztens, es wäre doch cool, wenn wir eigentlich das selber machen könnten. Das wäre doch viel spannender, eigentlich viel besser, wenn man so einen eigenen Post setzt, den man dann löschen kann. Das wäre doch eigentlich... Das kann doch heutzutage jede Social-Media-Plattform. Ja, das stimmt. Wobei ich die Venture nicht fremd, ne? Nee, aber ich meine... Nein, aber überleg doch mal, weißt du, das ist mal doof, wenn du mal Venture anrufen musst, wenn du einen Fehler gemacht hast, dass man einfach selber löschen kann, weißt du? Bin ich voll bei dir, Mr. Parker, ne? Kannst du mich bitte jetzt mal einen One-Nighter? Ja, sorry. Ich weiß auch nicht, manchmal ist ja nicht irgendwie auch die Chefin noch, Miss Nolan, ne? Kannst du den alten Namen nehmen von ihr? Der Alter-Name? Ja, Nachname. Nachname? Wie ist der Alter-Nachname? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf stimmen, warum sage ich das eigentlich? Was die alles verkaufen, ey, meine Frenz? Was ist das denn? Geil, ne? Kapitalismus, ey, wild. Slump Van Custom verkaufen die. Sieht aber cool aus. Die Farbe sieht zwar scheiße aus, aber sonst... Leute, was sagt ihr jetzt eigentlich zu den neuen Panels? Ich finde, die Panels sind super, oder? Die neuen Panels? Ganz, ganz viele habt ihr jetzt. Ich hätte doch wieder gesucht für Kopf- und Nackenbereich. Ah, okay. Ja, Marcel, die hat dich jetzt auch gewusst, gerne, diese Social-Media-Seiten. Das stimmt, ne? Hey, wer ist denn das, Michael, für dich? So ein Moderator für Wetterbericht. Nee, ich glaube, dafür habe ich nicht die Stimme. Meinst du nicht? Nee. Ah, ich würde schon sagen. Ja, meinst du schon? Soll ich mich mal bewieseln? Ja, das Problem ist aber halt... Observer ist das. Ah, Observer. Das Problem ist aber natürlich, ähm, dass ich, dass ich ja schon zwei Jobs habe, ne? Könntest du fünf haben. Ja, ja, klar, könnte ich. Ne, wobei, das PD ist, glaube ich, ich glaube nicht. Irgendwer hat mir mal erzählt, wenn du in der PD arbeitest, darfst du eh bloß einen Zweitjob haben, darfst du dann auch keinen Mann zu haben. Ja, sag ich dir doch. Ja, sag ich, sag ich doch gerade, Norman. Müsste ich ja Downtown-Cap aufgeben. Will ich das? Sag mal ehrlich, will ich natürlich nicht, ne? Ja, das ist so... Äh, willst du eigentlich, willst du eigentlich, äh, 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 wann fängst du eigentlich an mit dem PD? Am Freitag. Offiziell jetzt sozusagen einen Termin bekommen, ja? Ja, richtig, genau, ne? Okay, jetzt frage ich mal ganz kurz einen Kumpel nach. Warum? Weil der sich auch beworben hat und Zusage bekommen hat. Ah, ja. Mal wissen, wann der anfängt. Wie heißt der? Leon. Leon? Ja. Ist das der, mit dem sich Charlie mal gedatet hat? Kann sein, weiß ich nicht, ja. Es gibt extrem viele Leons, aber... Doch, doch, das ist so einer mit so... Ist der so jung? Ich sag immer, Schamhaare, ja. 20, 21 ungefähr? Ja, das kann sein, ja. Oh, ich glaube, das ist Charlies... Charlies Ex? Oder One Night Stand oder so? Ex? Ja, irgendwie sowas. Wenn der mit dem zusammen gewesen wäre. Okay, dann One Night Stand wahrscheinlich, ja. Ich hab keine Ahnung, was Charlie hat und was nicht. Ich kenn den Charlie nicht. Wer ist das überhaupt? Ja, Charlie pumst sich durch. Du kennst Charlie nicht? Woher denn? Der ist hier, äh... Der arbeitet hier. Das ist schön, dass er hier arbeitet. Hier arbeiten auch fast 30 Leute. Also, ich meine... Na, ich versteh dich, ne? Sag mal. Das ist ein bisschen schwieriger. Ich meine, ich kenn auch eine Charlie, aber das ist eine Frau. Ja, das ist ja der Vorteil, ne? Das ist quasi so, ähm... Wie heißen das? Ähm... Unisex. Genau. Aber da gibt's auch, glaub ich, nochmal so einen schöneren Namen. Genderfluent oder... Geht das nicht auch? Ich weiß es nicht. Genderfreundlich. Ne, ne. Äh, ne. Keine Ahnung, wie das heißt. Nicht-binärer Name, kann das sein? Weiß ich nicht. Muss ich wenschen. Das würde passen, nicht-binär, weil das sozusagen keinem Geschlecht zu ordnen ist. Ne? Da hast du eigentlich recht. Guter Punkt von dir. Noah Parker. Ne? Boah, er hat sich mal auch mit Nachnamen zu nennen. Parker. Parker erinnert mich immer an Peter Parker. Ja, natürlich. Genau. Und du kommst doch auch aus Queens, oder? Ja, ich weiß, dass der da auch aus Queens kommt, aber nein. Boah, geil, Alter. Ich habe keine Oma, die gestorben ist. Oder Tante. Ne, die Tante lebt meistens. Das hängt auch vom... vom Comic ab, aber... Also in dem neuesten Film ist sie gestorben. So. Was? Das ist... Das ist ja unfassbar, dieser Spoiler. Ja, voll. Das nennt man Universum. Wer kommt da jetzt? Ein Kumpel rein. Ein Kumpel ist das. Mhm. Boah, da hat er euch jetzt einfach gespoilert, dass May gestorben ist in Spider-Man 3. Das ist krass, Leute. Das ist krass. Also, hätte ich nicht gemacht. Hätte ich nicht gemacht, tatsächlich. Hallo. Guten Tag, bist du Leon? Was? Nein. Ich bin Connor. Das ist Connor. Hallo, Connor. Leon ist mein Mitbewohner, tatsächlich. Ah, ja. Sondern mal, der Leon, der hat doch was mit so einem Charlie, oder? One Night Stand war das doch, glaube ich, oder? Was? Leon und Charlie? Sagt dir beides nichts? Doch, Leon kennst du ja, ne? Also, Leon ist mein Mitbewohner. Charlie kenne ich prinzipiell auch. Ach so, nee. Aber mein Stopp. Halt. Anderer Charlie, ne? Ja, ja. Ja, ja, der männliche Charlie. Äh, das ist ein bisschen leise, Noah. Du hast mir doch mal erzählt, der hat doch mal was mit dem gehabt, oder so, der hat den mal kennengelernt, oder so, ne? Ja, das war, pass mal auf, die Story war so, also, falls ihr das, euch das interessiert. Ähm, Leon wollte... Nein, Cooper da natürlich definitiv. Ja, sicher. Ah, okay. Erzähl mal. Äh, also, Leon wollte eine Freundin von uns, also die Charlie... Nein, Marcel, bleib da. ...also die Spitzname Charlie, auf Venture halt, ähm, adden, als, als Buddy, oder anschreiben, oder was weiß ich. Okay. Der wusste aber halt ihren Nachnamen nicht, weil wir uns zu dem Zeitpunkt noch nicht so lange kannten. Das war relativ kurz nach der Einreise, also so eine Woche oder zwei danach. Und dann hat er, ähm, quasi Charlie eingegeben und hat alle Charlies angeschrieben. Und er, Charlie, also euer Kollege, wenn ich, ne? Ähm, der hat halt zurückgeschrieben und gesagt, er ist nicht der Charlie oder die Charlie, die gesucht ist, aber irgendwie... Und dann hatten die sich halt irgendwie hin und her geschrieben und irgendwie auch Nummern ausgetauscht und telefoniert. Und irgendwann kam es halt zu einem, ähm, naja, nennen wir es mal Blind Date mit, äh, mindestens sechs anderen Leuten, die da noch dabei standen. Das ist ja der absolute Oberwahnsinn. Und dann sind sie quasi ein Paar geworden. Das kann ich dir gar nicht genau sagen, weil ich damit, äh, also ich hatte ihn nur gefragt und er hat gemeint, er hat irgendwie den ganzen Abend, beziehungsweise die Nacht haben, die zusammen verbracht, sind, glaube ich, erst um vier Uhr morgens nach Hause. Das sagt doch schon alles. Ich glaube, er hat... Ich glaube auch. Also, ich glaube, Leon hat bei Charlie übernachtet, aber... Und danach haben die aber nur ein paar Mal geschrieben und dann war, glaube ich, ich weiß nicht genau... Hm, so ein Ding war das. Ja. Aber mehr war dann, glaube ich... Kennst du dich aus, Michael, ja? Hm, nö. Würde ich jetzt auch sagen. Ja, genau. Nee, super, ey. Super. Ja, das war auf jeden Fall, äh, sehr amüsant. Ähm, ey, das war der Abend, an dem ich, ähm, dummerweise zu schnell, äh, die Flasche ausgetrunken hab und dementsprechend bin ich dann auch relativ früh nach Hause, deswegen hab ich da nicht mehr so mitgekriegt, was da genau war. Hast du übern Durst getrunken, ja? Ja, ich hatte halt keine Gläser zur Hand und dann hab ich halt die Flasche quasi... Brauchte quasi... Ich konnte die nicht mehr unterm Arm halten, brauchte ein bisschen den Platz und hab dann halt die Flasche getrunken und hatte halt keine Gläser. Und dann war halt die Flasche dummerweise relativ schnell leer und dementsprechend hat der Alkohol halt sehr schnell angeschlagen. Ach, du Scheiße. Hm. Ja, du musst einfach aufhören zu trinken, Conor. Also wirklich... Also ich trinke auch normalerweise gar nichts. Alkohol ist Nervengift, ne? Also die Grundstory war so gewesen, wir standen hier am Elise und die haben zugemacht und wir wollten aber noch mit ein paar Leuten eigentlich, ähm, quasi noch irgendwo hinsetzen, gemütlich und halt was trinken und dann sind wir in einen von den Liquorstores und haben halt, äh, was geholt und ich hatte mir halt so eine Flasche Kirschlikör mitgenommen und, äh, ich hab halt dummerweise nicht drauf geachtet, dass ich irgendwo Pappbecher oder Gläser oder irgendwas mitnehme und dann, äh, ja. Und dann dachtest du dir, ich saufe das Ding einfach mal weg? Dann, ciao. Naja, ich mein, die Flasche war halt offen, die, das ließ sich halt so schlecht dann irgendwo hinstellen und dann, äh, hab ich die halt, ja. Ich hab halt nicht damit gerechnet, dass es so schnell anschlägt. Ja, super. Aber ich trinke normalerweise nicht so wahnsinnig viel. Nee, ich finde auch eine Flasche Weine pro Tag reicht aus, ne? Ja, das, äh, Nee, muss es nicht sein. Ja, ne? Flasche gleich, okay. One to wine a day, keep the doctor away, heißt es ja auch. Ja, normalerweise soll man ja eigentlich auch nur, äh, ne, wie ich immer sage, nur eine einzige, äh, einiges Glas am Tag trinken, ne? So sagt man ja. Ich glaub, das ist tatsächlich eher, dass die Reelle, ja. Nee, ich glaub, das ist, äh, müsste ich mal, aber da müsste ich mal Dom fragen, ob, äh, Rotwein ist, glaub ich, tatsächlich, ähm, in bestimmter Richtungen gar nicht ungesund. Ja, ich würd Blutwein trinken. Alles klar, Marcel, hau rein. Warum Blutwein? Was ist Blutwein? Ah, das kippe nur, wenn man Star Trek mag. Mus grad mal kurz überlegen. Blutwein trinken die Tlingonen. Äh, okay. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das schon mal weiß oder nicht. Ich hab was von der Serie gehört, glaub ich, aber weiß nicht mehr genau. Hab mal was von der Serie gehört, die schon seit 1900, weiß ich nicht, war es da schon. Warte nochmal, welche Serie? Star Trek. Star Trek? Ja, hab ich noch nie geguckt. Hab ich, glaub ich, nichts verpasst. Ja, ich bin auch eher Fraktion Star Wars, aber trotzdem. Ne? Ja, ich weiß auch nicht. Also folgendes jetzt, hier folgendes Anliegen, ja, ich hab nämlich ein wichtiges Anliegen jetzt an euch. Was denn? Ich guck jetzt, was es auf Venture Neues gibt. Baum. Wobei, vorher guck ich hier, ihr müsst auch mal, regelmäßig, das vergesse ich immer, hier Venture Kram müsst ihr mal checken, da lädt zum Beispiel auch der Toni immer Fotos hoch. Toni ist hier der Mitarbeiter, ne? Aha. Aber er ist Känguru. Ja, der heißt Känguru. Pass auf, der ist hier Mitarbeiter. Ja. Den hab ich kennengelernt. Der, äh, weil er hat nämlich, äh, die Modenschau, die vor meiner Einreise hier war, komplett fotografiert, sämtliche Kollektionen und das auf diesem Känguru-Account hochgeladen. Und der hat neulich, ähm, bei der Beachparty die Badeanzüge fotografiert von Reathers. Da hab ich den, da hab ich den kennengelernt. Naja, verstehe. Ich wusste den, 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 den Reihennamen nicht. Die Vicky hat ja auch ein Bild hochgeladen von Downtown Cap, wo die Autotaktsysteme da unten stehen. Über, über ihren Account oder über Downtown Cap Account? Ne, ne, über Vicky Gray. Bei Venturegram siehst du das auf der ersten Seite direkt unter so'n Typ, der taucht und da so'ne Turbine ist. Ah. Okay, muss ich einmal gucken. Ah, da, ich seh's, ja. Okay, ich fotografier mich auch immer gerne, wie ich meine Schuhe anziehe. Naja, warum nicht? Du hast auch immer was für Meccanorn, ne, ich merk dat. Hab ich gar nicht. Ne? Naja. Boah, wie günstig, man, 2000 Dollar der Tag, für Hochzeits-Vocation. Was? Aber sieht schön aus. Ne, ich guck grad hier, äh, bei, wo ist das? After Hours. After Hours, ja, die Anzeige. Ich glaub, das ist gar nicht wegen Hochzeits-Location, sondern es ist, da steht ja dran, das Große und das Kleine After Hours, wobei ich den Unterschied nicht weiß, weil ich das gar nicht kenne. Das Kleine kenne ich auch nicht. Ich kenne gar keine After Hours. Ne, das ist irgendwie so'n Club, der hier wohl, ich hab das neulich gehört, dass irgendwie alle todtraurig sind, dass der wohl nicht mehr offen hat. Ja, wahrscheinlich machen die da irgendwann auf. Vermutlich. Was ist das denn hier? Inja Molli, Molloi. Molloi, ja, die ist ne Freundin von mir. Also pass auf, was du sagst. Na, tolle Fotos. Naja. Achso, da darf ich also nichts sagen, ja. Das war jetzt irgendwie sarkastisch gemeint, ne, mit tolle Fotos. Ja, ich weiß. Das hat man auch voll gehört. Oh, die sind doch super toll. Da kratzt du an, mein Master of Arts, ne, uff. Du hast ein Master of Arts? Ja. Ernsthaft? Yes. Das sieht man dir gar nicht an. Tja. Denkst du, alle, denkst du, alle Leute von Master of Arts, hä, ich hab einfach, ich bin einfach, ich hab blaue Haare und habe, und habe bunte Klamotten an. Wenn du mir nicht sagst, ob man mir ein Master of Arts sieht, dann weiß ich auch nicht, ey. War auch Sarkasmus. Ja, dir sieht man auch kein PD an. Ey, hä? Man, das sieht mir wirklich kein PD an. Nö, du siehst aus, du siehst aus wie so ein typischer Dynasty Mitarbeiter. Echt? Boah, vielleicht bin ich da Dynasty Mitarbeiter. Im Moment würde ich eher sagen Versicherungsvertreter. Oder so ein Typ halt, der, äh, der Aliens jagt, oder so, weißt du? Ich jage tatsächlich jeden Freitagabend Aliens. Aha. Ja. Mhm. Das ist ja auch nichts Neues aktuell, ne? Nicht wirklich gar nicht. Oh, mal das, da hat eine Lea Parker was gepostet. Mama, Charly, du Miststück. Also. Gott, das ist aber eine nette Begründung. Ich, also wirklich unfassbar. Hier, das, dieses Sint, dieses Sint, das hat eine Bedeutung, weil du hast nämlich den Geburtstag von deinem besten Freund verpasst. Ich hab den besten Freund? Oh Gott, das darf ich jetzt auch nicht sagen. Ja, ich hab dann, glaube ich, verschlafen von, oh Gott, wie, Ian, glaube ich, ne? Ja, Ians Geburtstag. Ians Geburtstag hast du verpasst. Und er war so traurig. Das hab ich erst später gelesen, ja. Er war extremst traurig. Ey? Also er war wirklich traurig, ja. So richtig extrem. Ohne, jetzt bin ich natürlich auch traurig. Wie, wie lief deinem, die Bewerbungsgespräch? Erzähl mal, komm Junge. Ähm, ich war da gar nicht. Du, du warst da gar nicht? Ja, ich hab das auch verpennt. Ich hab alles verpennt in letzter Zeit. Ich war müde, müde, einfach müde. Sag mal, müde. Ich hab am Freitag Einstellung. What? Mhm. Oha. Der ist nicht, ne? Mhm. Ihr habt da verschlafen. Ich muss mal nach Hause. Also, was willst du denn da heben? Ich sterben Leute, kennt die doch jeder. Ich muss mal andere Schuhe holen. Wieder? Erste Schuhe? Du hast doch so viele, oder was? Ich hab die falschen Schuhe zu meinem Anzug angezogen. Ich hab heute noch großes vor, musst du wissen. Du hast einen Anzug scheinbar an. Was denn hier dieses? Ich hab hier Limousinen buchen heute. Nude, Nude? Nee, heute schwarz bin ich. Keine Ahnung. Heute bin ich schwarz. Du hast einen schwarzen Anzug? Was ist denn da los? Ja, hab ich mir gekauft, ne? Was macht dein Haus? Kannst du das eigentlich noch zahlen? Ja, ich wohne ja hier noch drin. Natürlich kann ich das bezahlen. Ich hab doch hier angespart und alles. Mhm. War doch eine Woche. Ich war eine Woche Arbeit, dann kann ich doch mal wieder hier Bluff machen. Na, ich denke auch. Naja. 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 Aber ich bin ein bisschen enttäuscht von dir halt. Ja, das tut mir ja auch leid. Und ich, ich dachte fest daran, okay, er war aber wahrscheinlich ja beim PD-Bewerbungsgespräch, dass wir das, dass wir das wieder ja nicht verpasst haben. Nee, war er nicht. Hallo, Kaktusprinz. Ich grüße dich. Ja, toll, super. Hab ich irgendwas verpasst, ja? Ja, klar. Ja, tut mir leid. Aber ich werde das mal nach. Aber die haben sich auch gar nicht gemeldet. Also, steht nichts drin. Hier steht nur drin. Du musst ja jetzt erstmal auflaufen und den Spanz lutschen. Und sagen, oh, wie schallig, wir möchten da ihn lutschen. Ja, metaphorisch, metaphorisch. Du musst dann sagen, hallo, ladies and gentlemen, ich bin Mr. Cole. Und den ladies muss ich auch erinnern. Alter, das hört sich so an, als wenn du Klose faltest. Und dann, und dann musst du denen sagen, hey, ey, es tut mir echt furchtbar leid. Ich, ich lag flach, ich war krank. Muss ja nicht stimmen, hä? Du musst denen da wirklich so ein bisschen... Muss ja auch nicht stimmen. Also, weil, weil so geht's nicht, ne? Aber naja, ich hab schon mit dir gerechnet, dass du einen Rücksieger machst. Ich hab schon damit gerechnet, dass du einen Rücksieger machst, wenn ich ehrlich bin. Echt? Naja, kein Rücksieger, ich hab einfach nur durchgeprennt, weil ich hatte keine Rücksieger. Also, okay, also, das ist jetzt, du wirst dich bemühen, nochmal zu einem Vorstellungsgespräch da zu gehen, ja? Ja, ich geh da nochmal hin. Ja, aber nie heute. Morgen. Nie heute. Morgen gleich. Ja, du musst ja auch erstmal über Bescheid sagen, dass du noch Interesse hast, nachdem du unabgemeldet quasi da gefehlt hast. Das ist ja, das ist ja furchtbar. Ach Gott, das war doch bloß ein Vorstellungsgespräch. Da wissen sie doch gleich hier, wie... Ach du Scheiße, ey. Wie ich ticke, was ist denn hier los? Anderen Haufen Autos hier hin, wo bist du denn schon wieder? Ja, ich bin zu Hause noch. Also, in meinem Fall steh ich gerade. Ich guck gerade mein Auto an. Naja, ja, Wahnsinn. Ich hab gleich ne Limousinbuchung. Anderen Haufen. War das Limousin schon wieder? Viertel vor sieben. Viertel vor sieben. Kannst du mal die normale Uhrzeit sagen? Digga, was für normale Uhrzeit? Leute, habt ihr ein Problem mit fünf vor sieben? Viertel vor sieben? Wer sagt denn heutzutage fünf vor sieben? Hä? Ich mach kein Schwein. Ich mach das immer. Das heißt, nee, 16 Uhr 45. Also, wenn, würde ich sagen, äh... 17 Uhr 45, oder? Ja, wenn, würde ich sagen, äh, 6 Uhr 45, PM dann. Also, 18 Uhr 45, 18 Uhr 46, das ist es mehr. Ach Gott, du mit deiner Uhrzeit. Weißt du, da ist kein Wunder, dass man immer zu spät kommt, weil man jedes Mal hier ab über drei Stunden überlegen muss, ich war übrigens beim Friseur, Charlie. Du warst beim Friseur? Hm, du wirst mich nicht wiedererkennen. Bist du drangekommen? Bin drangekommen, ey. weil das hat ja Dienst mal gesagt, wie heißt der? die ist Nolan, Ich hab schon wieder vergessen. Ja, die ist Nolan, Die ist Nolan. Ich hab' die schon wieder gemeckert, weil ich nicht da war. Ja. Äh, Och, hier ist ne Art Ich mach das auch nur mit Fittu vorsteigen. Scheiße, das macht doch jeder so, oder? Ist doch gängig. Ist doch gängig, Ähm, wohin denn? Du meinst Schuhe holen? Hast du so einen Kopf wie so ein Sieb, oder? Meinst du Schuhe holen? Nee, deine Limousinen buchen. Ja, die ist ja ihr, die ist ja ihr erst um Viertel vor sieben. Naja, in zehn Minuten. Hä, bist du du? Achso, wir haben 17 Uhr. Ach, wo lebe ich denn? Schuhe. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Alter, ich bezahl für dieses Haus einfach nur 147, ne, das ist, günstiger geht's nicht, äh. Ich hab übrigens, das hast du noch keinem erzählen, das hast du wirklich noch keinem erzählen, das ist ein großes Geheimnis und ich weiß, du erzählst immer Geheimnisse an anderen, aber jetzt darfst du es mal nicht erzählen. Ich hab ein, ich hab ein Jetty Apartment in der Pipeline. Was denn bei der Frau Nolan? Ja, möglicherweise zieht sie irgendwann aus und dann krieg ich das. Ach. Alles andere hört sich doch komisch an, ich find auch Kattusprinz. Hm, dazu nehme ich keine Stellung jetzt. Ich muss jetzt als erstes mal andere, ich muss mir jetzt als erstes mal mal ne richtigen Lackschuhe holen von zu Hause. Lackschuhe. Ja mach mal, gib mal deine Lackschuhe. Hier wirft jemand mit Geld umher. Vielen Dank. Das glaub ich auch. Kattusprinz, danke für deine 100 Bits. Alles klar, Charlie, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Aber, naja. Ein bisschen enttäuscht von dir. Ach ja, es tut mir ja leid. Soll ich dir einen Schnaps mitbringen? Ach nee, du sollst es nicht. Ich trinke nix und ich rauche nicht und ich smoke nicht. Ich mach gar nichts. Gar nichts mach ich. Ach Gott, alles was geil Spaß macht, mach zu mir. Was ist denn da los? Hör mal. Wissste, brauchst du nie, aber rüsten hast du ja trotzdem irgendein Ursa. Na, super ey. Ja, dann bist du gleich. Pass auf dich auf, Charlie. Ja, du auch. Bis denn. Tschüss, Tschüss, Charlie. Ich bin eben, ich bin eben meine Schuhe wechseln. Ich hab gesehen, ich hab mich heute vergriffen ey. Ich hab diese hässlichen Lackschuhe an ey. Okay. Super, bis gleich ja. Bin ich mal gespannt, was jetzt die Alternative ist. Äh, äh, ja, Conor, du wirst gespannt sein. Was meintest du nur? Du bist gleich die nächste, du bist die nächste Fahrer. Ja, ruf mich sofort an. Ich hab immer Zeit. Alles klar. Super. Was macht ihr? Äh, wir gucken aber in den Katalog an. Ich ja, schauen wir. Ich dachte, das wäre ein Bug. Hä? Die können, die können sich den Katalog, wa, 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 waas? Wie die gucken, wie die gucken sich Katalog an. Ich hab mich gewundert, warum sich die Haarfarbe dauerhaft endet. Ist das überhaupt mein Taxi? Ach, die 11 hatte ich. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich irgendwas wohl umgestellt habe. Am PC. Warum ich noch weniger FPS als sonst habe. Mit der 3080 Ti. Es ergibt gar keinen Sinn. Hm, 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 hm. Der ist ja auch langsam, der Wagen. Junge, 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 Junge. Dann holt sich der Michael eben andere Schuhe. Diese hässlichen Schuhe angezogen. Die haben doch eigentlich noch so andere. Hä? Hatte ihr doch die hässlichen schon... Äh, hatte ihr doch schon die richtigen? Ich glaube schon. Das sind eigentlich die hässlichen. Doch, das sind die richtigen. Das ist natürlich jetzt peinlich. Okay, alles klar. Dann lässt er die an. Super, super. Er hat doch keine anderen Schuhe im Regal. Machst nix, ne? Ich bin mal gespannt, wann... ...wir eine Fahrt bekommen. ...wenn wir die Nächsten sind, die eine Fahrt entgegennehmen. Ich muss auch unbedingt eigentlich daran denken, mehr zu trinken. Fällt mir ja oft, Chat, ne? Kaktusprinz, ich bin ja überrascht, wenn ich ehrlich bin. Wie häufig du ihr Bits da lässt, dass du immer noch nicht Platz 1 bist. Okay, das läppert sich. Auf Platz 3 bist du schon. Ich seh das gerade mal. Ich seh das gerade mal. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 nicht zukommen. Was ist kaputt? Björn? Boah, Leute, bei meinem Wagen war letztens, ähm... Ah, was war denn da kaputt? Ich hab's schon wieder vergessen. Das war so komisch. Der hat nämlich... Boah, das war ein scheiß Moment. Ist aber jetzt auch schon wieder länger her. Ihr müsst euch vorstellen, man ist auf der Autobahn, 140 kmh, dann nimmt der Wagen plötzlich kein Gas mehr an. Und dann rolle ich bis auf 70 runter. Ähm, irgendeine Sonde war kaputt. Irgendwas mit Sonde hieß das am Ende. Autosonde. Lambdasonde war das. Die Lambdasonde sorgt für einen geringen Schadstoffausstoß. Ist sie defekt, quittiert der Motor dies oft mit verringerter Leistung und erhöhtem Verbrauch. Ach krass, das wusste ich gar nicht, dass ich auch erhöhten Verbrauch dann hatte. Das war auf jeden Fall zum Kotzen, Leute. Das ist... Sowas ist eine scheiß Situation. Also der hat tatsächlich dann gar kein Gas mehr angenommen. Ähm... Zwischenzeitlich. Ähm... Ja, TÜV und Inspektion hat er glücklich... Also hat mein Wagen gerade hinter sich. Und Leute, dann hab ich da diese schöne neue... Diese schöne neue TÜV-Plakette auf meinem... Ähm... Auf meinem... Ähm... Kennzeichen und dann wurde ja das Kennzeichen geklaut. Das war auch ein Stress dann. Vor allem... Das dann zu ersetzen und es hat nicht die Versicherung bezahlt. Ist auch nervig. Da kommt Charlie-Chat. Dass wir das noch erleben dürfen, ne? Wahnsinn. TÜV kommt im November auch auf mich zu. Bis dahin muss Anti-Blockiersystem gemacht werden. Ähm... Ich glaub auch. Hallo Charlie. Oh Gott. Ja, immer nur ein Close im Hals. Na, ich bin natürlich auch ein bisschen traurig, ne? Oh... Aber gut, ich... Ich will mich nicht... Ich will mich nicht aufregen. Du kennst mich ja. Ich bin ja bei sowas auch nicht nachtragend. Aber... Hast du mir gerade gesagt, du warst beim Friseur? Ja. Du warst jetzt weniger Jimmy Glitchy-Haare. Gut, oder? Hm. Wie gefällt dir meine Frisur? Hä? Aber die sieht doch fast genauso aus wie vorher. Ja, aber achte doch mal auf den Bart-Schnitt. Und auf meine Augenbrauen. Ja, naja. Ist schön geworden. Du siehst halt aus wie 30. Aber ist schön geworden, oder? Ja, pass. Super. Das freut mich. Schönen Anzug hast du. Danke. Schöne Krawatte vor allen Dingen. Ich brauche auch noch eine schwarze. Die ist geil, ne? Die ist echt geil. Ja. Wo gibt es die hier? Bei Brodinger, ne? Oder Aphrodonis, ne? Du kannst natürlich auswählen, welchen Laden du möchtest. Ich habe zum Beispiel... Ian habe ich einen 500-Dollar-Gutschein geschenkt zum Geburtstag für Aphrodonis. Boah, ja. Jetzt, ne? Mein Gott, ich weiß, dass ich das vergessen habe. Hm. Und Ian... Jetzt mal... Jetzt mal unter uns, ne? Ich rede auch extra leise. Ian war richtig traurig. Es sind so viele nicht gekommen, auf die er sich gefreut hat. Er meint, er wird sowas nicht nochmal machen. Echt? So schlimm? Ja, ernsthaft. Aber dann ist er ja nicht bloß wegen mir zu 100% traurig. Aber auch wegen dir, ja. Ja, auch. Ja, ich rufe... Und sagt, du machst dir die schlimmsten Vorwürfe und so weiter und so weiter. Ja, der ist sogar im Dienst, ja. Ja, stimmt. Das Auto steht da. Ruf den jetzt an. Ja. Musst du. Musst du wirklich. Denk dran, ihm nachträglich zu gratulieren. Hallo? 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 Jetzt geht der weg. Hey. Okay, der hat aufgelegt. Wie? Ja, ich wollte gerade was sagen und dann hat er aufgelegt. Hat er gesagt, dass er gerade beschäftigt ist? Oder einfach... Nö, hat er nicht gesagt. Hm. Ich hab's dir gesagt. Der ist aber... Nee, der ist traurig, hast du dir gesagt. Sauer ist nicht... Aber du, dann ist es halt so. Wenn die Leute nicht verstehen, dass ich nicht außer Haus will, dann ist das halt so. Aber ich bin... Ich bin traurig und sauer und enttäuscht und auch wirklich deprimiert. Siehst du, wie ich am Boden liege auch? Sehe ich, ja. Ne? Ja. Ja. Aber ich freu mich sehr auf Freitag, wenn ich ehrlich bin. Was ist Freitag? Du hörst mir aber auch nie zu. Du hörst mir nie zu. Ich hab dir gerade gesagt, was am Freitag ist. Ja, dein Einstellungsgebögen. Ja, und da freu ich mich sehr drauf, ja. Ja. Na Mensch, dann toi toi toi, ne? Ne? Super. Geh ich jetzt arbeiten oder geh ich jetzt nicht arbeiten? Ja, entscheide ich für das Richtige. Warte, ich guck jetzt erst mal hier auf... Hallo Noah, hallo Leitstelle. Hi, du hast einen Kunden bei der City Hall. Bei der City Hall, alles klar, ja? Wie viele Personen? Eine, eine... Okay, alles klar, super, ne? Ich danke dir für die Fahrt. Bitte, bis dann, tschüss. Kommst du mit? Wohin? Wir haben eine Fahrt, City Hall. Ja, Moment, lass mich vorher einstimmen. Ja, bei dich. Haben wir jetzt ein bisschen RP auch mit ihm. Man muss ja auch immer daran denken, dass die anderen Leute auch RP bekommen. Aber vielleicht, oder vielleicht wollt ihr auch nicht mit, dann ist es blöd jetzt. Wenn er nicht mitwollte, dann ist es blöd. Warten wir mal, aber... Leute, ich mach mir diese FPS-Anzeige wieder aus, die macht mich ja ganz kirre. Dann seh ich, wie schlecht Alt-Wie läuft. Kennt ihr eigentlich das Wort... Kirill? Äh, schneller ging. Was ist denn das jetzt? Ah, du hast dich beeilt. Jaja. Find ich gut. Mir tut jetzt wieder der Fuß weh, weil ich bin umgeknickt. Du bist umgeknickt? Ja, hat's knapp gemacht. Scheiße, ey. Ich hab ja übrigens über die Woche über nur an dich gedacht, ne? Gott, deswegen hab ich so viel Schluck auf. Ja, ich hab mir immer überlegt, scheiße, ey, wie geht's dem Charlie? Immerhin so eine Nachricht, hey, ich mach jetzt eine Woche Urlaub oder so. Ne, ich war ja kein Urlaub. Oder mach Wellness, Wellness zu Hause, sowas wär ja nett gewesen, ne? Aber... Ja, 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 ja. Oh, wie ein Schreit da. Oh. Danke wäre... Wie ehrlich gemeint, würde ich... Ach, ey. Was will Ian jetzt? Ist Ian wirklich abgefuckt? Danke für deine glückliche Wünsche, hat er geschrieben. Wären sie ehrlich gemeint, würde ich mich vielleicht sogar darüber freuen. Jetzt schreib ich einfach nur noch Aja und dann... Ja, das verstehe ich jetzt nicht, warum man... Wenn ich noch nicht einmal die Chance kriege, ich muss erklären, was los ist oder... Dann ist das halt so, ich renne doch niemanden mehr hinterher, dafür bin ich zu alt. Und du bist ja auch wirklich schon alt. Mach halt doch die Klappe. Machst du die City Hall einmal ins Navi? Ja, aber selbstverständlich mach ich die City Hall einmal ins Navi. Du bist für mich ein Engel. Ja, oder? Und weil man Engel ohne Flügel nicht Engel nennen kann, nennt man sie Charlie. Das ist eigentlich ein Muttertagsspruch, den habe ich damals mal am Mom zum Muttertag. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich nennt man sie Mom oder Dad oder Freunde. Ja, weil das, das habe ich, ne, so ist das... Der Spruch ist so alt wie ich, aber der ist halt super. Und du bist ja auch schon echt alt, ne? Oh, wisst ihr, ich steige gleich wieder aus. 34, geil. Hallo, das ist nicht alt. Außerdem im Kopf bin ich irgendwo bei 15. Hallöchen. Hallöchen. Hallo, ich grüße Sie. Ja, hallo, grüß dich. Äh, einmal nach Hause bitte, zur Little Soul 2 Haltestelle. Machen wir, kein Problem. Machen wir. Soll ich? Machst du wie auch immer. Alles gut, alles gut. Sehr gut. Hm, 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 hm. Und angenehmen Dienst gehabt? Ja, ich mache jetzt kurz Pause und dann geht's weiter, ne? Oh, dann geht's sogar noch weiter. Ja, ja. Oha. Noch wichtige Termine heute. Verstehe. Ja. Ist nicht leicht, das Leben. Ne, als... Was sagt das, die Junior Attorney, ne? Judge. Okay. Attorney ist Staatsanwalt. Ah, okay, und Sie sind normaler Anwalt quasi. Sie oder noch ein Stück weiter? Richter. Richter. Hier, ja, hier passt. Hier passt? Hier passt. Okay, sehr gut. Ja, vielen Dank. Ähm, 8 Dollar macht das. Genau, ja. Ja, na klar. Ja, einmal... Können Sie nach vorne, ne? Reichen. Nach vorne gegeben, irgendeine Mist aufbauen haben. Jo, vielen Dank. Ich hätte noch eine kurze Frage. Ja, stellen Sie die. Zehn Sekunden. Ja. Ich steig mal kurz aus und meine Kollegen haben gesagt, meine Schuhe passen nicht zum Outfit. Das müsste ich jetzt nochmal fachmännisch bewertet haben. Sieht doch super aus. Also eigentlich darf ich Ihnen einen anderen Tipp geben. Ja. Ich finde Ihr Outfit super. Allein zum Hemd passen die Schuhe richtig gut. Genau, und die anderen meinten aber, zum Anzug passen die Schuhe nicht, weil da passt nur schwarz zu schwarz. So wie Sie. Ich finde, das passt auch. Aber ich würde Ihnen einen anderen Tipp geben. Das ist auch alles Geschmackssache. Ich finde zum Beispiel schmale Krawatten viel, viel ansehnlicher. Sie können es ja mal ausprobieren. Ich auch, und dann hatte ich das Problem, ich war bei Brodinger, und die hatten aber keine schmalen, die dazu gepasst haben. Ah, das ist scheiße. Ja. Aber die haben nicht auf. Also die haben nicht auf, wenn ich... Aber es ist in Planung, eine schmale Krawatte, weil ich finde das eigentlich, das ist halt mal was anderes. Es ist halt nicht so dieses Typische, was jeder trägt wie ich, sondern es ist mal ein bisschen gewagter, mit diesem, ich weiß nicht genau, wie der Farbton heißt, mit diesem streifigen Hemm, dann dazu die Schuhe. Ich finde, das passt. Da brauchen Sie sich nichts einreden lassen. Also wirklich. Okay. Alles klar. Ja. Super. Das mit der schmalen Krawatte hatte ich auch schon gedacht. Ja. Also ich glaube, dann sieht das richtig top aus, aber Sie sehen jetzt auch schon sehr gut aus. Sehr gut. Vielen Dank. Sehr gerne. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank. Sehr hübscher Mann von mir. Danke. Eigentlich bin ich so nicht für den Taxidienst gekleidet, aber gleich muss ich noch mit der Limousine fahren, wissen Sie. Und dementsprechend ist man dann ein bisschen seriöser gekleidet, ja. Alles klar. Ich danke Ihnen, Sir, ja. Na, Michael, mach's gut. Jo. Alles klar. Ah, warte, Moment. Damien, richtig? Damien. Richtig. Alles klar, Damien. Dann habt noch einen schönen Abend und angenehme Pause. Alles klar. Ja, du auch. Vielen Dank und viel Spaß mit der Limousine. Danke. Ciao. Lass die Sackknorpen knallen. Charlie, du hast das Geld bekommen. Echt? Naja. Ähm. Ja, stimmt. Ähm, erinnerst du mich noch, wer das ist? Ich hab keine Ahnung. Das ist der mit dem Rücken. Ja, toll. Es gibt nur einen Menschen, der den Rücken hat. Der, der, der hingefallen ist mit dem Fahrrad und dann Rücken hatte. Der ist dann. Ja. Nein. Doch, das ist der. Der hat mir letztens auch noch eine süße Nachricht geschrieben, dass er jetzt seine Stuntkarriere verschiebt und so weiter, aber sein Rücken jetzt quasi wieder gesund ist. Ach Mensch, der hat sich ja... Na gut, der hat sich noch Leute, ne? Ja, ja. Nee, ich hab dir jetzt mal die 25, ich weiß nicht, wie viel mehr gegeben hat, die hat die 25 von oben gefunden und ja. Ah ja, okay. Wird schon stimmen. Ja, super. Dann fangen wir jetzt wieder zu Zentralen, würde ich sagen. Ian hat geschrieben, dass er jetzt am Pier ist. Moment, ich kann dir das mal genau vorlesen, wenn du das möchtest. Weil ich ja geschrieben hab, ah ja. Und hat er geschrieben, wir sind am Pier. Wenn du dazukommen möchtest, dann können wir gerne reden und du kannst mir dann gerne erklären, warum ich nicht mal eine scheiß SMS von dir bekomme. Ach ey. So, und dann hab ich noch geschrieben gehabt, du, ich renn keinem mehr hinterher. Ich fahr ja mal rechts ran, ja. Und wenn man liegt noch... Wir starten einmal einen neuen Chat. Also, und ich wollte nochmal einmal kurz was nachgucken in der Zeit. Also Leute, ich bin ja richtig zufrieden mit meinen neuen Panels, muss ich sagen. Generell hab ich ja so einen Kanal-Um-Design gemacht. Ähm, genau. Wow. Was sind das hier für eigentlich... Jelp, woher kommt der Emote, das Emote? Tier 1, Medium Skills. Ach, das ist doch nicht mal irgendwie so ein... Ich dachte, das wäre hier vielleicht irgendwie so ein Better... Better Twitch-TV-Emote oder so. Ich war gerade stolz, dass der richtig angezeigt wird. Ähm, nee, was wollte ich denn sagen? Ähm, ja genau, ihr habt das vielleicht auch gesehen an der Rabanne mittlerweile auch und so weiter. Ich hab irgendwie mich vom... Ich hab mich vom Blau gelöst, Chat, und jetzt ist der Kanal gelb. Weil hier auch alles gelb ist, ne? Total Subs und so weiter und so fort und so fort und so weiter und so fort, ne? Da dachte ich, ach, ich mach mal den Kanal auch gelb. Gelb ist ja auch ne schöne Farbe, ne? Da kann ich eigentlich noch was machen. Ich kann eigentlich hier noch meine Farbe ändern. Ne Chat-Identität. Gelb beste Farbe ist wirklich ne schöne Farbe, oder? Ja? Channel switched. meine lieblingsfarbe irgendwie feiert die keiner verrückt ja sorry also was wollte jetzt also er hat ja geschrieben hast hast du noch mitgekriegt war warum noch nicht mal so scheiße ist mir es kam war das ja genau genau so und davor hat er ja geschrieben ja wenn die glückwünsche ernst gemeint gewesen wäre hätte ich mich vielleicht noch darüber gefreut und so weiter und daraufhin habe ich ja aha geschrieben dann hat er geschrieben dass er am vier ist und dann kann man ja reden und blablabla dann habe ich bloß noch geschrieben du ich renne keinen mehr hinterher und wenn man mich noch als lügner hinstellt und mich nicht mehr vernünftigen entschuldigen lässt dann brauche ich auch nirgends vorhin kommen verstehe ich also das ist meine ehrliche antwort so und wenn man nicht noch nimmer anhört wieso und es gab halt auch einen tüchtigen grund den weiß keiner aber muss ich ja auch nicht erklären was wir kann erzählen und weil ich schlag nicht einfach nur daheim dass wie gesagt das hat einen grund und ist alles gut ja 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 ich finde die reaktion dass ich dann noch als lügner hingestellt werde und einfach weggedrückt werde am telefon nur weil ich mal auf einer süßen art und weise mich entschuldigen wollte wie ich nun mal bin dann tut mir leid dann brauche ich nirgendwo hinfahren um wesentlich was zu machen ne ich finde das geht auch gar nicht jetzt das ist glaube ich ihr ne warte noch mit aussteigern ich park gleich noch richtig ja ja alles gut super so was kontrollierst du ja kontrollier bloß mal wieder den sanikasten weil ich hatte einen feuchten traum ne gestern hatte ich einen feuchten verrückten traum gehabt da hatte ich auch wieder so ne verkehrsanhaltung tatsächlich im trauen und da war das scheiß ding abgelaufen und ich hab mich dann halt geweigert deine panels sehen cool aus dankeschön björn ich komm mich zum scheiß funny-gasten also ach du kamst ins gefängnis deswegen ach du scheiße top arbeit vielen dank ich lag nicht auf der faulen haut während ich zwei tage nicht gestreamt hab du hast deine limo oder was ja genau und wo ist diese limo oder was von ähm little soul diesem südkoreanischen oder asiatischen ich weiß nicht asiatischen pavillon ähm hoch nach paradise outdoor ach du merkst hier diese pagode in der nähe von vp die genau ja wie nennst du das ja pagode ist das ne japanische pagode ah ok also ich hab immer gedacht das ist ein denkmal oder sowas gewesen so ein japanisches denkmal ja ähm bis mich einer ein bänden damals ähm berichtet hat und mir gesagt hat vielen vielen dank björn ja gut das ist jetzt halt ja akzeptiert man auch wollen wir reingehen oder wollen wir hier ja können wir ja können wir dann wirst du mit jen in kontakt treten nö achso nö den lass ich jetzt links liegen also ganz ehrlich ah der ist da glaub ich mach wieder zu na hallo nö 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 holle nö 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 l nö 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 am besten mich einmal aussetzen, weil ich ab halb fahre ich ungefähr los für die Lemosin-Buchung. Joa, alles gut, weiß ich Bescheid, ne? Ja, super, alles klar, Noah, ja? Danke dir. Alles klar, bitte, tschü. Ich dachte vorhin, ich hätte noch schönere Lackschuhe zu Hause, aber irgendwie war das nicht der Fall. Tja, da müssen wir wohl demnächst zu Aphrodonis gehen, ne? Ich glaube auch, ne? Oh, wir hatten hier ein Foto gemacht. Wir fahren auch sie an ihr Ziel. 3, 2, 2, 4, 6, 9. Von Vicky? Das ist gestern? Nee, guck mal. Der Noah hat einen Pause gemacht. Ist auch nicht schlecht. Guck mal, wenn ich fertig bin mit Rauch. Ja, wie viel raust du pro Tag? Ich bin ein reiner Stressraucher. Ach, hey, hast du gerade Stress? Ja. Und es tut mir leid. Deswegen bin ich jetzt auch aus der Dienst gegangen. Oh, du bist aus der Dienst? Aha. Okay, dann sind noch Noah und ich da. Okay, weiß ich bescheuert. Warum stehen wir so verstreut? Wollen wir uns nicht zu Ben und Charlie stellen? Nein, danke. Hm. Okay. Sind wir eben beim ATM. Glähtzigaretten habe ich nicht dabei. Ach, hey. Ja. Hm. Es gibt Beef hier. Es gibt Beef in diesem Dreier-Konstrukt. Weil Charlie nicht auf dem Geburtstag war. Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm. Dann muss ich der Michael einmal kurz einen Kaffee gönnen, damit der wach ist. Mir fällt jetzt übrigens gerade auf, dass wir... Dass wir so ein bisschen... Ähm... So ein bisschen, glaube ich, die Bestellung falsch gemacht haben. Wir haben da vorhin zwei Meilen eingetragen, obwohl es nur eine war. Egalen. Ähm... Limousinen. Ortschafts-Erkundungsfahrt. Das sind sechs Meilen. Ich zeig das mal einmal kurz ein, damit das... Damit das im RDP vermerkt ist, warum der Wagen am Ende so viele Meilen hat. Wo soll sich der Michael jetzt hinstellen? Das überfordert mich. Kann er sich ruhig zu den beiden dazustellen? Ja, ich weiß nicht, ne? Vielleicht führen die auch gerade intime Gespräche. Nee, ich glaube, Ben erklärt Charlie gerade bloß, warum ich sauer auf ihn bin. So. Du bist sauer auf Charlie? Weil er nicht beim Geburtstag war. Äh, weil ich noch nicht mal eine scheiß SMS von ihm bekommen habe. Hm. Na, das ist nicht ganz so cool. Aber vielleicht hat Charlie dafür einen triftigen Grund. Ja, ich habe ein Angebot, mir diesen Grund zu erklären. Darauf kam die Antwort. Ich renne hier niemandem mehr hinterher. Hm. Okay. Verstehe, das ist blöd. Ich sehe aber auch da nicht einen, ihn zu hinterher zu rennen. Ist ja logisch, ne? Ja, verstehe ich dich. Ich fahre eben mein Taxi rein, ja? Jo. Machst du auf? Super. Ich fahre, lass ruhig auf, ich fahre eben mein Taxi rein, ja? Okay. Alles klar. Es gibt übrigens Stress hier im, 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 im Fickbums Haus. Oh nein. Charlie ist wieder da und ihren Stinksauer, weil Charlie sich nicht abgemeldet hat und nicht bei der Feier war und keine SMS geschrieben hat. Junge, 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 das ist, hier ist was los. Ich fahre eben mein Taxi rein. Der war ja auch seitdem hier nicht, ne? Ja, ich, ich glaube, der hat den, der, 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 der hatte privat, was er meinte gerade, er hatte dafür einen triftigen Grund und hier geht ihr so ein bisschen auf Blockiermodus. Oh je, oh je, ich sage dir, da ist Krise. Diese Bumserei ist das Problem, ne? Ja, 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 ja. Ich weiß auch nicht. Ich, ey, für mich wirkt der Charlie immer so verloren zwischen Ian und Ben. Aber naja, das muss er ja wissen. So, ich, ich fahre jetzt die Elf rein. Ja, ja, ja. Mhm, 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 mhm. 3015. Mensch, Michael, warum sagst du auch nichts? Wozu denn? Ich hatte das Türchen auch zugemacht, ne? Achso, nee, alles gut. Kommst doch ins Schwitzen in dem Anzug, meine Güte. Ja, das, dafür brauche ich mich gar nicht bewegen. Da komme ich auch so ins Schwitzen. Aber gleich ist es vorbei. Vielleicht fängst du denn jetzt schon? Ähm, anderthalb Stunden? Ich wollte nicht nochmal nach Hause. Ja, ganz viel Dio. So. Super. Scheiße! Was denn? Jetzt habe ich die Meilen vergessen. Hm, 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 hm. 3 0 1 5 3 0 1 5 3 0 1 5 3 0 1 5 3 0 1 5 3 0 1 5 3 0 1 5 3 0 1 5 Was denn? Ich hab dir in meine Apfettasche hingelegt Wow, das ist lieb von dir, danke Gerne 3 0 1 5 Gut für die Nerven 3 0 1 5 Ich hab's mir gemerkt, ne? Immer wieder von mir gesagt 1 0 1 5 Achso, 1 5 Ich bin lost Ich hab übrigens mal in meiner Bestellung, in meiner Taxibestellung Hab ich mal Limousinen-Ortschafts-Erkundungsfahrt eingetragen Weil ich bin ja ein bisschen rumgefahren in Palito Alles gut So Sehr gut Ich hab übrigens Ich würde ja so gerne wissen, was auf diesem Zettel draufsteht, ne? Aber ich Ich hab dir einen Umschlag, oder? Ja, ja Ich lese mir den ja auch nicht durch, ist auch Privatsphäre Ja, aber ich verstehe, was du meinst, ja? Ah, da bin ich immer neugierig bei sowas Vielleicht steht auch nicht Es ist auch keine Liebeserklärung oder ein Antrag Sondern es steht Also, oh Gott, da müssen wir echt vorsichtig sein Also, weiß ich, dass sie die Verlobte ist? Oh Gott Ja, mir wurde das alles erklärt Also, sie hat ihm quasi den Heiratsantrag gemacht Oder so Und er wollte quasi, aber dass es jetzt auch nochmal von ihm kommt, ne? Und sie weiß von nix Also, sie weiß auch nicht, dass sie von einer Limousine abgeholt wird Deswegen werde ich sie quasi darauf hinweisen Dass, hallo, wie hieß denn nochmal? Ähm, 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 nicht Price wie der Mann, sondern Weil sie sind ja auch immer noch nicht geheiratet Ähm, 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 naja Egal, hat rote Haare, die Frau Okay Und der muss sich dann mitteilen, dass, dass die Buchung für sie ist, ne? Oh, wahrscheinlich steht da auch gar keine Liebeserklärung drauf Sondern ich knall dich heute nach die ganze Zeit oder so Möglich, ja Ich meinte auf jeden Fall zu dem Mr. Price Oh, das ist aber alles süß von ihm Und das machen sie ganz toll Ein bisschen eklig Na ja, schon ein bisschen, ne? Guck mal, jetzt reden die doch wieder miteinander da. Aber siehst du? Das ist gefühlseklig und die haben Bumsprobleme. Ja, das ist furchtbar sowas, ne? Beides schlimm, schau. Ja. Mit sowas hab ich erst gar keinen Stress, ne? Oh Gott. Es kommt eine Bewerbung nach der anderen, ich hab keinen Bumben mehr. Echt? Kriegen wir so viele Bewerbungen? Ja, heute wieder zwei. Einer hab ich schon gelöscht, weil der hat sich schon mal beworben. Ich suche in Arbeit. Ja. Heute waren es zwei Sätze mehr. Ich dachte tatsächlich, als ich damals meine Bewerbung geschrieben habe, dass das Standard ist. Dass man immer so eine ausführliche Bewerbung schreibt. Aber offenbar ist das nicht so, ne? Nee. Und vor allem morgen stelle ich ja zwei Leute wieder aus, ne? Also... Äh, was stellst du aus? Morgen werden zwei gekündigt. Oh. Ich hab die Kündigung schon bekommen. Lovac? Ne? Und Brandon. Ah, ja. Ja, gut, ich glaub der... Der, ähm... Der akzeptiert das auch. Bringt ja nix, der hat über einen Monat nicht gearbeitet. Also... Und ich weiß nichts. So. Naja. Der ist ja auch mit Maravilla und Dynasty nicht genug bedient. Der hat mir ja eigentlich auch nur geholfen damals. Wie bei Dynasty arbeitet der auch noch? Ja. Ach du Schreck. Ja gut, da ist das irgendwie verständlich. Verständlich. Also genau, also das Taxi hab ich da halt rechts, wenn du in die Garage kommst, von außen rechts dahingestellt, so auf diese Erhöhung, ne? Da stehen doch häufiger die... Die Dinger, ne? Mhm. Chad, ist Dream noch da bei mir? Bin ich noch hier? Ich glaube ja, oder? Internet sollte, glaub ich, laufen. Wiki, wann hat denn die geschrieben? Hast du schon diesen Brief da gelesen? Von Wiki? Oder diesen Zettel? Ja, ja, hab ich gelesen. Ist ja süß, ne? Ist ja putzig. Mhm, find auch. Hast du auch schon diesen Post gesehen von, von Noor? Achso, ja, da wollte ich ihn auch mal anrufen. Bist du nicht damit zufrieden mit dem Design? Der hat mir einen geilen Flyer gemacht, ne? Noor? Hm, der hat mir schon die ersten Entwürfe geschickt. Mhm. Auch schon für Weihnachten und Halloween. Okay. Aber den wollte ich anrufen und sagen, ob er auch mal ein anderes Bild posten kann. Und tschüssi! Ich hab jetzt ne Fahrt. Viel Spaß! Tschüss! Tschüss! Schönen Abend noch! Tschüss ihr, pass auf dich auf! Bis gleich, ne? Bis gleich! Tschau! Weil der wollte unser Logo haben, da hab ich gesagt, Noor, du sollst doch nicht, du sollst nicht einen eigenen Flyer draus machen. Du sollst immer ein anderes Bild machen. Ja. Ja, das stimmt, ne? Und wenn die Flyer da sind, dann kriegt die auch keiner. Die werden nur vom Hauptakteur. Ich zieh das weiter durch. Weil dieses 500 Mal denselben Flyer am Tag gepostet, das braucht kein Mensch. Finde ich vernünftig. Und das läuft bei uns ja jetzt auch nicht so schlecht, dass wir das irgendwie nötig hätten. Aber das Bild ist doch in Ordnung. Letztens hat doch Vicky auch voll das süße Bild hier auf dem Hof gemacht. Ja, ne, finde ich auch. Das ist doch viel cooler, als jedes Mal denselben Flyer zu sehen, oder nicht? Natürlich posten wir den Flyer dann auch, aber... Ist doch Quatsch, Käse. Bin ich voll bei dir. Ah, das sind deine neuen Schuhe, ne? Ja. Die coolen blauen. Die sind halt echt wild, weil die diesen blauen... Ja, eben. Das ist echt wild. Oh. Einen wunderschönen. Brokolik. Hallo, ich grüße dich. Bei dir? Ja, hört sich aber nicht so an. Oh. Du hast bestanden. Wo musstest du denn hin? Ja, sag mal. Hä? 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 Oh Gott. Mhm. Mhm. Warte mal, was schreibt gerade Discussing Film auf Axe, also auf Twitter? Einige Branchenanalysten glauben, dass Apple Disney in den nächsten Jahren übernehmen könnte. Alter, das wird hier so ein Bumsverein, ich kriege einen Vogel. Ja. Das wär was? Wir müssen auch gleich los zur Limousinenbuchung, Chad. Also Michael. Hast du dich da gestern mit deiner Kuscheldecke in die Ecke gesetzt und geweint, oder? Hey, warum geht's denn da jetzt? Weißt du dich so belastet, oder? Du wirst mich gerade verarschen. Okay. Du wirst mich gerade verarschen. Du wirst mich gerade verarschen. Also ich weiß, dass der Ort genannt worden ist, aber das ist doch... Mhm. Okay. Mhm. Ich bin gespannt, Chad, über das Telefonat, wenn Michael davon gleich hört. Na super. Ja, aber wenn du schon vorher bestanden hast, dann wundert's mich nicht, dass du solche Ziele gekriegt hast. Also... Hat der dich ausgezogen mit seinem Blick, oder? Digga, aber... Hast du was anderes... Worum geht es da? Ich will wissen, worum es da geht. Also es klingt nach Personenbeförderungsschein, aber die Prüfung muss dafür wild gewesen sein. Okay. Das heißt, du brauchst jetzt die Ausbildung. Also ich hab heute um 19 Uhr ein Bewerbungsgespräch. Mhm. Ansonsten die Tage. Scheiße, ich kann nicht dabei sein. 19 Uhr Bewerbungsgespräch, ey. Shit. Was wirst du tun heute? Ja, warte, ich hab da eh ein Bewerbungsgespräch, aber ich hätte halt danach... Das ist so geil animiert hier. Ich finde das super, dass du das hier... Genau, machen wir das so. Machen wir das so. Mhm. Na gut, das sieht... Ja, ich auch. Bisschen komisch aus hier, aber sonst... Okay, dann hören wir uns einfach später. Wahnsinn. Ja, gut. Ja, sag doch. Ja, okay. Kannst du mir mal kurz noch einen Gefallen tun? Kannst du mal mit der anderen Hand den Daumen und den Zeigefinger aufeinander legen und dann reibst du so? Psyka, was passiert da? Ja, genau. Dann hören wir uns später, ja? Dann... Der erste Kandidat. Der erste Kandidat hat sein PBS gestern bestanden. Aha. Und was war das für ein Ort-Thema? Der hat beim Formlos schon gesagt, also wenn du so die Orte jetzt noch kennst, wie du sympathisch bist, dann steht ihm ja nichts im Wege. Dann musste er zum Stadtpark, zum neuen Up-to-Date. Erst wollten sie ihn zum Sally's fahren lassen, dann hat aber der andere gesagt, nein, das dürfen wir nicht, weil das gibt's ja nicht mehr. Und den dritten Ort hat er sogar vergessen, weil er so lächerlich war. Das scheint eine einfache Prüfung gewesen zu sein. Ich hab mir noch die Mühe am Tag davor gemacht und bin mit ihm, der ist mit meinem Auto gefahren und hab ihm noch sowas wie Alice Moments, Los Santos Credit, Alice Resources und sowas gezeigt. Diese dummen Sachen halt, ja. Oder die schweren Sachen, ja. Und dann steigen die aus und der andere, der da mit drin saß, der andere Fahrlehrer hat ihm seine Nummer zugesteckt. Warte, was? Ja. Und danach haben die miteinander geschlafen. Ey, ich hoffe nicht. Deswegen hab ich das mit dem Bums-Fahren gesagt. Ja. So, ich werd jetzt glaub ich gleich losfahren. Bin ich lieber ein bisschen früher da, oder? Dann meinst du zu früh. Ach so. Die weiß, dass sie um viertel vor wahrscheinlich draußen warten soll, oder wie? Ja, genau. Mhm. Ja, dann... Ja, kannst du doch losfahren eigentlich. Ja, wohl... Ja. Um fünunddreißig. Ja, aber bleib ein bisschen im Auto sitzen, mal wegen Little Soul Nähe, ne? Ja, dann... Ich warte... Bis fünunddreißig warte ich noch, ja. Und dann fahr ich langsam los. Also, manchen Blasen sind es doch echt im Arsch. Ja, das versteh ich. Also... Die Driving School macht, was sie will, ey. Ist ja leider auch die größte Fahrschule. Die Kleinen setzen sich nicht ganz so durch, ne? Das ist Katastrophe. Naja, der Markt wird schon regeln. Aber die andere ist keine Fahrlehrerin mehr. Die Frau Winchester? Mhm. Ja... Die... Das war echt die bei Up-to-Date, glaube ich, oder? Als wir da einkaufen waren. Oh Gott, hör auf! Also nicht die, die uns bedient hätte, sondern die daneben stand, wo ich einmal Sachen hinterlegt hatte. Die so leise geredet hat. Ja, also vor allem war ausschlaggebend für mich das Hai immer wieder und so weiter. Das sagen die doch alle. Bei denen... Aber die Frisur war genau gleich, von den Gesichtshüben... Ich kenne die ja nicht. Achso, du hast sie nie gesehen. Achso. Nee, nee, nee. Ich kann mir vorstellen, dass sie es gewesen sein könnte. Ich habe sie auch ja nur einmal so richtig gesehen. Bei meiner Theorie... Stunde... Hast du das mit Will mitbekommen? Nee. Ja, ich auch nur, weil es Toni mir erzählt hat. Was ist mit Will? Nein, deswegen erzählt mir Toni alles jetzt mittlerweile. Ähm... Ja. Will musste... Also es kam ein Anruf von einer Dame und Will hat zwei Leute, zwei Männer am Lolitas abgeholt. Die wollten zum Mirror's Edge und da ist er dann wieder überfallen worden. Hä? Okay. Und Toni war da tanken und sieht sein Taxi da stehen. Das war vor drei Tagen. Geht halt rein, weil sich denkt, hä, der hat sich bei mir gar nicht gemeldet, dass er wieder frei ist. Und dann sieht er ihn, wie er da drin ist und Liegestützen macht und laut zählt. Und ihm kamen schon die zwei entgegen, die gesagt haben, ja, ja, dein Fahrer musste mal auf Toilette mit mexikanischem Akzent. Und Will macht drin Liegestützen und zählt laut. Ach du Scheiße. Will wurde aber jetzt auch in Vergangenheit schon so häufig überfallen. Ja. Und Toni hat eben zu mir gesagt, dass ihm aufgefallen ist, dass Will eine ganz andere Art angenommen hat auf einmal. Ich meine, ich habe nicht so viel mit ihm zu tun. Ja, das meiste war jetzt tatsächlich auf der Feier von Ian, ja. Ja, ich habe ihn seitdem tatsächlich nicht einmal wieder gesehen. Eben, eben. Und wir sehen ihn ja auch hier nicht so oft. Und ich hatte Angst, dass er so eine Leck mich am Arsch Einstellung bekommt. Ja. Dass er dann Augen rollt oder sagt, mein Gott, nicht schon wieder, ne, dass er irgendwas Dummes sagt in dem Moment. Der Spielerinterview macht übrigens grandioses RP. Das ist nicht nur beim Geld bleibt, sondern was getan wird. Weil ich glaube nicht, dass er das macht. Weil das passiert, wenn du Überfällen gegenüber eine Leck mich am Arsch Einstellung bekommst, dann kann das passieren. Hm, verstehe. Glaub ich nicht. Oder du bist einfach abgefuckt von der Situation. Ja. Deswegen haben wir ihn gestern hergebeten. Erst habe ich Claire hergebeten, habe mit ihr das Gespräch gesucht, weil ich ihn halt nicht einschätzen kann. Dann kam er her, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht müssen wir ihn auch ins MD schicken deswegen. Weil, oder ich muss ihn abends aus dem Dienst nehmen. Und dann hat er gesagt, nee, es ist bei ihm tatsächlich nicht das, was ich vermutet habe, sondern es ist bei ihm so, ja, aber du hast mir doch gesagt, hab ein bisschen Geld dabei, mach was die sagen und dann nehmen sie das Geld und dann ist gut. Ich so, ja, aber du musst mir das schon melden. Ja, aber du hast letztens auch nicht auf meine Nachricht reagiert. Sag ich, hä, ich war mit Logan noch beim PD deswegen sogar. Sei mir nicht böse, ich kann nicht auf jede Nachricht antworten, aber ich habe in dem Moment sogar mit Logan reagiert drauf. Also, als dieser Drohanruf kam und so, ne? Das ist übrigens los, ja. Ja, also, will, als meinst du Will nimmt das auch für zu leicht eine Schulter? Ne, ne, es ist halt so, dass er sagt, ja, aber du hast doch recht, wenn ich nichts mache und mich nicht, ne, dann passiert ja auch nichts. Okay, dann nehmen sie mir das Geld ab und gehen. Sag ich, aber das können wir halt auch nicht auf uns sitzen lassen, ne, weil dann machen die das immer und immer und immer. Ja, das ist echt scheiße. Bist du später noch da? Ja. Okay. Ach ja, um 19 Uhr beginnt das? Ich muss die ja um 19 Uhr absitzen, dann sehen wir uns ja noch. Dann bis gleich, ja? Ja, ja, du, die bleibt ja dann, ne, du musst ja nicht warten. Ja, genau, eben. Ich fahr dann wieder. Super, bis gleich. Okay. Dann. Warte, ich mach das Garagentor auf und zu. Das ist lieb. So bin ich. Und ich lass dir die Türen auf. Das ist lieb. Ne? So bin ich. Also, da hab ich das Taxi hingestellt. Ja, perfekt. Ja, okay. Viel Spaß. Ja, danke. Das ist ein Koloss, Junge. Michael muss unbedingt daran denken, ihr den Settel zu geben. Wir haben keine Nachricht, wir haben keine Erinnerung bekommen. Hä? Warum nicht? Verstehe ich nicht. Eigentlich hatte Michael sich extra eine Erinnerung gestellt im Handy. Ah, der hat nur vorne Blinker, nicht hinten leider. Boah, der fährt sich schon, die Limousine fährt sich schon krank. also nochmal weg aus. Oh, das ist gut. Das ist gut. Und das ist gut. Soлом ist das. Ja. Jetzt kommt. Leitstelle für Charlie? Ja. Ja, ich wäre jetzt wieder frei. Alle Fläche, Jack. Ich rieche eine Verkehrskontrolle. Oh ne, ok. Finde ich ja fast schade. Die Frage ist... Nein doch, ich weiß wie. Ich überlege, wie Michael hier drehen kann. Theoretisch stehen wir hier ja gut. Mal gucken. Mhm, 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 mhm. Michael weiß aus einer Taxi-Geschichte, dass hier viele Leute wohnen. Also wird die wahrscheinlich hier rauskommen. Werden wir mal gucken, ähm, dass wir bis 45 im Wagen sitzen bleiben und dann nochmal schauen, ob wir irgendwo die Dame finden, ne. Ihr wisst wofür. Mhm. Mhm, 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 mhm. Also wir haben 18.41 Uhr. Um 45 sollen wir sie abholen. Ich hab schon überlegt, ob ich... Hm. Sie päten leider nicht dran. Ich hab nämlich überlegt, ob ich vielleicht über den... East Highway fahre. Das sind natürlich deutlich mehr Meilen. Also sonst sind wir halt so schnell. Und er wollte ja, dass wir später kommen. Hm. Der Wagen zittert. Haha. Ich hab keine Ahnung, worin das liegt. Mhm, 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 mhm. Hallo, Peyton. Hallo, Peyton. Hi. Sie ist wie eine Telefon-Tante. Ich hatte überlegt gerade, wenn die jetzt natürlich pünktlich um 45 gleich aus ihrer Wohnung geschossen kommt, ne. Dann kann ich... Ja, quatsch sie noch voll. Okay, weil ich hab gerade überlegt, ob ich über den East Highway fahre. Das würdest du natürlich auch machen. Ähm... Das ist natürlich... Dann sind es zwei Meilen mehr. Nein, mach so. Mach so. Pass auf. Nee, 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 pass auf. Mach so. Du fährst... Ja. Ähm... Du fährst mit ihr den normalen Weg. Mhm. Gibt's da irgendwo ne Möglichkeit, dass du mit der Limo... Ja gut, das ist auf dem Highway, ist schwierig, ne. Aber dass du dann einfach mal irgendwo kurz anhältst und sagst, boah, gucken sie mal, der Sonnenuntergang. Ach, die Sonne geht noch nicht unter. Scheiße. Ich könnte gucken, ob ich den Schuh... Oder ist die Aussicht nicht schön? Schuhmarsch irgendwie... Nochmal halt machen. Ja. So einfach, oh, schauen sie mal den Ausblick da aufs Meer. Mhm. Einfach so. Ja. Das hab ich überlegt. Also... Ist es wirklich assi? Weil er hat uns angewiesen, dass wir... Dass wir ein bisschen langsamer machen. Was... Was sagt er dir dann von da aus? Er meinte ich... Ja... Navi. Das Navi sagt... Ähm... West Highway, ja. Mhm. Und West Highway sind... Äh... Sechs Meilen... Ne, er ist ein bisschen weniger, weil das ist ja nicht beim... Beasties. Was hat das? Fahr schon Richtung West Highway? Ja. Dann scheiß drauf. Berechne trotzdem nur die sechs Meilen. Und fahr hier hoch beim... Cord Center. Also nicht zum Cord Center hoch, sondern die Straße meine ich. Die fährst du... Immer hoch. Äh... Ach so. Hauptstraße... Du meinst über Land fahr ich dann? Ja genau. Du fährst da bei Shamrock vorbei. Die Straße fährst du immer hoch. Und dann kommst du... Dann komm ich auf Route 68 raus und fahr dann... Ja, und kurz vor der Route 68 ist so ein Dreieck. Da kannst du nach rechts und nach links. Und links davon ist ein Wasserfall. Echt? Ach krass. Okay, dann fahr ich da lang. Ähm... Komm ich denn da... Okay, die Straße ist eigentlich ausgebaut. Ich weiß wo das ist, glaub ich. Das ist... Ähm... Du meinst... Guck mal einmal Bus App oder so. Ja, ich gucke. Ich gucke Bus App, warte. Du meinst einfach östlich von der Vinery, oder? Diese Kreuzung. Äh... Ja, du hast ja hier die Tonga Drive. Ja. Ja, einfach östlich von der Vinery, glaub ich. Ich weiß grad nicht wo die Vinery ist. Ich bin grad richtig los. Ähm... Ja, ne? Okay. Da ist doch so ne... So ne... Na wie sieht's aus wie so ne Schlaufe. Ja, da ist der Wasserfall. Ja, da ist der Wasserfall. Dann fahr ich da noch hin. Ja, super. Dann fahrt die Straße hoch. Das kommt sich nämlich fast auf selber. Fährst auf die Route. Ja, das stimmt. Und... Unfassbar. Ein pfiffiger Zuschauer hat es in unsere Reihen geschafft. Gute Idee. Ja. Ja. Danke dir, Peyton. Alles klar. Wir haben uns einen guten Plan überlegt. Ja, ja. Richtig rammondisch. Ne? Alles klar. Tschüss, bis später. Bis dann. Tschüss. Ola, hallihallo. Guten Tag, Mem. Hallöchen. Mr. Cooper ist mein Name, es sind sieben Miss Navarro. Ja. Ich bin ihr Limousinenfahrer am heutigen Tag. Als erstes würde ich gerne was überreichen, ja? Das ist von dem Mr. Price, ihrem Verlobten, soweit ich weiß, richtig? Ich bin gerade hart überfordert, aber ja. Ich bin vor kurz. Ja. Ich bin wirklich hart überfordert. Ja, das wusste ich schon, aber... Er übertreibt doch mal gerne. Ich mache ihn die Tür auf, Ma'am. Sie können sich dann hinten Platz nehmen. Okay. Danke. Sehr gerne. Limousine ist schon Luxus, ja, ne? Sie sind hier gerade. Ich sage ihnen natürlich noch nicht, wo es hingeht, ja? Ja. Ich weiß nicht, was in dem Umschlag stand. Ich hoffe, sie wurden nicht gespoilert. Nö. Ja, super. Hatten Sie denn einen angenehmen Abend bislang? Ja, bis, also, ja. Wie gesagt, ich bin gerade voll überfordert. Und Sie? Ich auch, ich auch. Ich hatte bisher einen sehr ruhigen Dienst und freue mich, sie jetzt hier zu hoffentlich dem schönsten Abend ihres Jahres mit ihrem Partner anzufahren. Äh, also, so wie es anfängt, kann es ja eigentlich nur der Beste meines Lebens werden. Ganz ehrlich. Wenn es so weitergeht. Ja, ich, ich gehe fest davon aus. Ähm, wenn Sie irgendwas brauchen, dann sagen Sie natürlich Bescheid, ne? Ja, alles gut, aber danke. Äh, pff. Der alte Übertreiber, ey. Ich habe denen gesagt, er soll mich zu begehrt ausruhen. Ja, der Mr. Price, ne? Sind Sie naturverbunden? Ein sehr naturverbundener Mensch. Ja. Also, ich habe mir extra eine Route ausgesucht, die, die hoffentlich auch sie begeistern wird. Also, warten Sie auf jeden Fall ab. Ja, jetzt bin ich gespannt. Bin sowieso gespannt. Das war, also, wie gesagt, gespannt und hart überfordert. Also, Sie wurden auch gar nicht vorgewarnt, offenbar, ja? Nein, der meinte einfach nur, ja, es sei um die Uhrzeit zu Hause, ich habe da was vorbereitet. Okay. Ja, super. Ja. Und er meinte halt nur, dass das sehr viel Geld kostet. Und ich habe ihm gesagt, das soll nicht so viel Geld kosten. Ich habe ihm halt, weil von der Woche oder sowas gesagt, wäre schön, wenn, wie, vielleicht irgendwie Kleinigkeiten oder sowas, halt Frühstück. Ja, irgendwie so ein Croissant mal am Samstag oder so, ne? Ja, ich habe ihm gesagt, das wäre mal schön, aber... Das ist übertreibend. Sind Sie jemand, der sich auch dann immer sehr über Blumen freut, wenn Ihr Partner die mal mitbringt? Ich finde, das ist immer eine schöne Geste, ne? Ja, auf jeden Fall, das ist halt so... Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön und macht er auch sehr oft. Das klingt, als ob Sie den richtigen haben. Ja, ja, Hilfe. Der ist zu richtig. Ja, ich hätte hier jetzt auch gerne ein Croissant. Ja, hier sehen Sie auf jeden Fall die schönen Tongva Valleys, ne? Das ist von unserer Linken. Den Fluss. Ich dachte jetzt wirklich, kommt irgendwie, er fährt mich mit einem Auto irgendwo zum Alarmussee oder sowas. Ja, mal gucken, ne? Warte, aber mal steht da ne Limo. Sie haben extra versteckt geparkt, damit Sie nicht direkt quasi davon überrascht werden, wenn Sie aus Ihrer Wohnung gehen. Ja. So, wir machen einmal kurz den Linkseinhalt, aber die Fahrt geht dann weiter. Ich wollte einfach, vielleicht steigen Sie auch einmal aus, wenn Sie mögen, dass Sie diesen Wasserfall bewundern. Ich habe mich extra für Sie nach den Highlights hier im Norden umgeguckt und da ist mir dieser Wasserfall aufgefallen. Ist der nicht schön? Der ist wirklich voll schön. Haben Sie den schon mal gesehen? Ja, zumfälligerweise ja. Da habe ich mal Kai vorgeschlagen, wir könnten hier vielleicht heiraten. Wirklich? Ja. Das wäre vielleicht ein ganz schöner Ort. Was ein Zufall. Ne? Ja. Wissen Sie, wofür diese Eule da steht? Ich habe keine Ahnung, aber ansonsten können Sie mal die Ranger fragen oder so. Muss ich glaube ich mal machen. So, die Fahrt geht weiter. Okay. Super. Aber schön hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Ihre Hochzeit planen Sie hier? Ja, ich habe gesagt, hier wäre halt vielleicht eine schöne Location, also. Mhm. Eine Location ist wirklich cool. Ja gut, das ist das Problem, ne? Ja. Ja, da könnte man vielleicht so irgendwie, keine Ahnung, irgendwas hier so zwischenstoppmäßig. Ja. Das stimmt. Darf ich fragen, was Sie arbeiten? Äh, ja, bei Knussmann, bei der Safe Zone und im Uniform. Ah, cool. Ja, und Sekunde. Ja. Waren Sie letztens auf so einer Geburtstagsfeier? Ihre Stimme kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Ähm, ich war bei Ian Douglas Douglas, war ich, ähm, auf einer Geburtstagsfeier, ja. Ja, und da stand zufälligerweise ein Foodtruck von Knussmann, ne? Ach, nein! Ja! Sie sind das? Ja, Hallöchen! Das ist doch der Oberwahnsinn. Ich habe tatsächlich Ihre Stimme nicht wiedererkannt. Nein! Sie kam mir irgendwie bekannt vor, ich wusste aber nicht, woher. Ja. Stimmt! Ja, genau, ich war, ich war in der Winery da auf dieser Geburtstagsfeier. Ja. Ja. Da waren Sie da mit Ihrem... Das ist ja der absolute Oberwahnsinn. So sieht man sich wieder, so klein ist die Welt, ne? Ja, wirklich, also irgendwie... Nach ein paar Monaten kennt man schon die halbe Stadt gefühlt. Warum ist die Limo so leise? Oh, hier ist es richtig hübsch, ne? Ja, aber gut, 68 ist tatsächlich immer schön. Fahr ich auch gerne. Ja, ich fahre hier eben nie wirklich lang, äh, oft lang, weil... Naja, man verlobt dann meistens das Auto in Beschlag. Ah, okay. Und ich habe keinen Führerschein. Das ist vielleicht auch das Problem. Das ist dann natürlich auch ein Grund. Aber in Planung der Führerschein, oder? Äh, jein. Also, ich vertraue Ihnen da jetzt mal ein bisschen. Ja. Dass Sie das bitte nicht der Polizei sagen, weil dann sonst ein Rass sich aus, äh. Das sage ich denn nicht. Es ist natürlich auch alles rein hypothetisch und so. Klar. Es ist günstiger, sich nichts erwischen zu lassen, oder sich nur einmal erwischen zu lassen. Es ist günstiger als im Führerschein. Die Strafe ist dafür marginal, ne? Ja, 50 bis 250 Dollar. Ja. Es ist wirklich nichts. Im Gegensatz zum Führerschein. Das stimmt. Und bis jetzt wurde ich noch nicht erwischt, also. Ja, das ist... Es läuft. Die Fahrschule ist auch aktuell, also wenn sie jetzt von der Faircat Driving School ausgehen, die ist auch so ein bisschen überfordert, glaube ich. Von dem, was ich so höre. Ja, es reisen auch super viele Leute in letzter Zeit ein, ne? Ist ja ständig auf Venture irgendwie so... Freitag. Toba, Freitag. Ich weiß noch nicht, wie Michael das dann macht. Er muss ja eigentlich sowas melden. Wie gesagt, er ist ständig auf Venture gepostet, dass da großes Passagieraufkommen ist. Ja, das stimmt. Das ist... Das kriege ich natürlich auch dann, äh... Meine Berufswege dann auch wegen mit, ne? Das... Das häuft sich aktuell. Aktuell ist extrem viel Betrieb am Los Santos International Airport, ja. Ja, auch irgendwie jeden Zweiten, den man irgendwie trifft, am Stadtpark oder sowas sagt, hey, ich bin seit drei Tagen hier. Also... Eigentlich auch was cool ist, weil... Dann kann man denen halt die Stadt zeigen und sowas. Ja, klar, ne? Macht Spaß. Wenn sie hier mal zu ihrer Rechten gucken, ne? Das schöne Naturschutzgebiet. Ich finde, der Norden ist schon extrem schön, ne? Ja, auf jeden Fall. Also... So... Handy-Shorts ist dann meiner Meinung nach ein bisschen zu trocken. Ja, Grand Snorra Desert Duffin bin ich tatsächlich auch nicht so der Fan, ja. Ja. Aber halt der restliche Norden ist halt wirklich wunderschön. Ja, finde ich auch. Michael muss ein bisschen langsamer fahren. Ich würde am liebsten hier wohnen, wenn ich einen Führerschein hätte. Ja, das ist natürlich dann wirklich eine lange Tour auch, ne? Wenn sie... Ja. Ja. Da wäre vielleicht ein Führerschein nicht schlecht. Sie können sich ja das mal überlegen, ob sie mal irgendwann einen machen. Ja. Also, hey, jetzt gerade ist das Geld auch mal wieder ein bisschen... Weil wir haben uns eine neue Wohnung geholt und... Oh, nee. Ja, die ist... Frisch also quasi nach Little Soul gezogen, oder? Nee, da ziehen wir gerade aus. Ach so. Ah, okay. Darf man fragen, wo sie hinziehen? Ja, zum Meteor Street. Ein absoluter Traum. Das glaube ich. Ja, ich freue mich so. Das glaube ich. Wer steht denn da? Da ist ein Kai. Das ist ihr... Ist das... Ja, ne? Ja, das ist der Kai. Super. Ich mache ihm die Tür auf, oder ihr... Alles gut, ich kann auch so aufsteigen, das passt. Ja. Alles klar. Na? Hi, du alter Übertreiber. Was ist falsch mit dir? Nicht so viel festgebrochen. Ich bin überfordert. Bereit für Teil 2? Ich weiß es nicht. Ernsthaft, ich weiß es nicht. Ich wünsche Ihnen beiden auf jeden Fall einen traumhaften Abend. Dankeschön. Dankeschön. Und ich denke, den werden Sie haben. Ja. Bestimmt. Alles klar. Auf bald. Für Sie alles Gute. Dankeschön. Was ist falsch mit dir, Kai? Komm mal mit. Hilfe. Was denn? Ich finde das süß. Also, ich glaube, für mich wäre das RP jetzt... Da mache ich lieber Cop-RP, sagen wir so. Ähm. Dann bald, glaube ich. Aber ich finde dieses... Dieses Cringe-RP von denen auch quillt. Das ist schon der Speed. So. Dann fahren wir mal wieder zurück, Jet. Limousinbuchung ist abgehakt. Michael hat sich natürlich mal wieder nur mit Ruhm bekleckert. Und nicht mal Trinkgeld bekommen. Das ist normal bei den Limousinenfahrten. Das ist absolut normal. Ähm. Weil er auch nicht vor Ort bezahlt. Ähm. Und dementsprechend bekommen da die Fahrer meistens kein Trinkgeld. Also Michael ist das mittlerweile auch egal. Weil ich finde, auch OEC und IC auch. Das ist halt eine mega Abwechslung in so einer Limousinenfahrt. In so einer Limousinenbuchung. Und schlecht verdient tut der Michael jetzt eh nicht mehr. Weil er Seniorfahrer ist. Und dementsprechend finde ich das echt cool. Ähm. Michael macht die gerne. Mich überrascht ist, dass der Vanilla-Himmel teilweise so geil aussieht. Da hat sich Vox da ja teilweise echt Mühe gegeben. Ich glaube, da habt ihr das mitbekommen mit Red Dead Redemption? Das ist doch ein Ding, oder? Die... Da dachte man, es würde so ein Remastered kommen. Ähm. Und am Ende kommt da jetzt einfach nur eine PS4-Xbox-Version, glaube ich, ne? Noch nichtmals für den PC. Ist absolut enttäuschend. Weil ich hätte da sonst gerne mal reingeguckt. Weil ich fand Red Dead Redemption 2 eigentlich sehr, sehr wild. Wollte ich auch gerne mal den ersten Part spielen. Aber, ähm. Also Leute, für euch die Info. Wir streamen heute ja natürlich noch ein bisschen, ne? Keine Panik. Aber, morgen gibt es keinen Stream. Am Freitag wieder. Am Samstag. Und am Sonntag. Und je nachdem, das machen wir spontan. Ich werde ihn deswegen nicht groß ankündigen. Möglicherweise aber am Samstag ein Zwölfer. Ne? Nur für euch zur Info. Und dann Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ähm. Ich überlege gerade einen Moment. Kalender. Ähm. Mal gucken. Also ich hab mir eigentlich vorgenommen, dass ich zumindest so ungefähr euch quasi immer am Montag darüber informiere, wann die Streams kommen. Ihr kennt das ja. Und ich möchte nicht, dass es so aus... Das wird es auch nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dass es so ausartet, wie teilweise bei Dennis im Twitter. Nur weil er einen Stream ankündigt und der da nicht stattfindet, dass die Leute durchdrehen. Das glaube ich überbaue ich auch nicht. Ihr habt da Verständnis für. Nicht wie manche Idioten auf Twitter. Ähm. Aber ich möchte trotzdem gerne, dass ich euch quasi so grob einmal am Wochenanfang darüber informiere, wann Streams kommen. Ich gucke mal, wie lange ich das beibehalten kann, ne? Und das seht ihr dann natürlich auf meinem Insta-Account, auf Axe, also auf Twitter. Und auf meinem Discord, ne? Wenn ihr da noch nicht seid, äh. gerne mal irgendwie folgen oder so. Boah, Leute. Also guckt mal hier. Würdet ihr gerade davon ausgehen, dass das Vanilla-GTA ist? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde diese Himmeltexturen gerade sind ultra wild. Also, wie der Himmel aussieht. Ja, Toba, das glaube ich auch, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass ich nächste Woche jeden Tag streame. Gucken wir mal. Was ist bitte, was bitte ist Twitter? Schon wieder eine neue Plattform von Meta. Ja, ich meine natürlich Axe, ne? Sieht schon nice aus. Ja, also mich überrascht das. Dass, dass sich da Vox da so viel Mühe gegeben hat. Weil teilweise sehen die Himmeltexturen richtig scheiße aus. Aber so gegen die, gegen den Abendstunden? Sieht das wild aus. Die heißt Threads. Ja. Ja, Threads hat, glaube ich, einen Nutzereinbruch von 80% oder so. Also, Leute, das war auch klar. Das war auch klar, dass der Mark Zuckerberg nichts hinbekommt. Dass der dann nicht gegen, ähm, dass der sich dann nicht gegen, ähm, Axe oder halt Twitter durchsitzt. Ähm, Philipp, danke schön für dein Follow. Wenn man bedenkt, GTA 5 ist jetzt auch schon etwas älter. Ja, genau, ne? 2013 rausgekommen. Also, und dafür muss man echt sagen, Hut ab. Also, es, teilweise sieht Vanille dann doch recht scheiße aus. Aber gerade, ich finde, gerade noch mit Straßentexturen, wenn man das damit paart, dann, dann sieht das schon eigentlich ganz cool aus. So, die Limousine muss auf jeden Fall getankt werden. Twitter nervt mich aber langsam. Hätte eigentlich eine Alternative gut gefunden. Also, ich glaube, Konkurrenz ist immer wild, ne? Ähm, wenn, wenn Twitter oder Axe eine ernstzunehmende Konkurrenz hätte, wäre das nicht schlecht. Aber, irgendwie, finde ich Twitter aktuell super. Ich bereue, dass ich Twitter auf meinem Handy geladen habe. Echt? Also, ich weiß nicht, was ich ohne Twitter machen würde. Ich, Twitter ist für mich eine Bereicherung. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde das super. Jede Nachricht bekomme ich. Da kannst du doch deaktivieren, oder? Ist nur Werbung, okay. Also, ich glaube, das musst du dann mal deaktivieren, Schitzi. Also, ich bekomme von Twitter nur Nachrichten, die ich auch bekommen möchte. Du meinst, du hast auch richtige Push-Benachrichtigungen, oder? Dass natürlich in der Timeline dann mal gelegentlich Werbung ist, ist natürlich klar. Leute, ich fände es jetzt auch wild, wenn irgendwie nochmal die Limousine geraubt wird, wenn ich ehrlich bin. Würde ich feiern. So, ich gucke gerade mal. Hier würde es, wäre es, glaube ich, halbwegs realistisch, eine Limousine zu betanken. Müsste irgendwo der Tankdeckel hier hinten sein. Tankdeckel sind ja leider nicht in den Vanilla-Fahrzeugen drin. Ah, irgendwie so. Ich freue mich schon auf das Kopier-P-Schrabio, und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich glaube, das wird auch anspruchsvoll, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber mal gucken, ne? Mal gucken. So. Ich hab das jetzt mal so ein bisschen verfolgt, bezüglich Akten und Ovis. So ne, so ne Ordnungswidrigkeit, was ja das meiste ist, sind ja schnell abgearbeitet. Aber wenn du tatsächlich mal so ne Akte wegen Vergehen oder Verbrechen machen musst, ich glaube, das ist komplex. Aber wir werden das ETC dann erfahren, ja. Parkt der da, um mich zu überfallen? Ich fände das so wild, wenn jetzt uns die Limousine geklaut wird. Wäre cooles RP. Unfassbar. Ein pfiffiger Zuschauer hat es in unsere Reihen geschafft. Ich glaube aber, das macht auch Bock. Ja, ich denke, ne? Ich hoffe es. Ähm, bald, äh, Ball... Moment, ich konzentriere mich einmal aufs Einparken. Ich muss mir nochmal kurz überlegen, wie ich den Namen ausspreche. Ballrogda? Oder so? Danke für dein Follow. Herzlich willkommen hier. Einen wunderschönen guten Abend. Alter, die geht so auf. Damit war ich nicht gerechnet. Das war knapp. Okay. Wie zufrieden bist du mit dem Elgato Wave XLR? Also, das musst du natürlich selbst entscheiden. Wenn du meinst, dass mein Mic halbwegs akzeptabel klingt, dann, äh, dann bin ich damit sehr zufrieden. Warum ist denn hier schon... Achso, das ist eine falsche Bestellung. Ähm, grundsätzlich bin ich eigentlich... Finde ich das eigentlich cool. Ich mag Elgato Produkte eigentlich eh. Doch, guter Klang. Ja, super. Ja, also, ich bin eigentlich damit sehr zufrieden mit dem... Mit dem Wave XLR. Ich, also, ich... Warte, Moment. Kann ich das gerade zeigen? Darf ich euch das zeigen? Ich suche gerade, ob ihr irgendwas seht, was ihr nicht sehen dürft. Nee. Das ist halt... Das ist halt super, ne? Das ist für mich... Absolut genial, dass ich hier von meiner PS5 den Sound habe. Von den Browsern. Die Alerts, dass ich die leiser machen kann. Für mich, für den Stream, dass die aber anders laut sind. Die Musik kann ich hier für den Stream ganz muten oder nur für mich laufen lassen. Game, das... Also, die Software finde ich absolut genial. Mit dem Stream Deck Plus wird es ultra krass. Vielleicht muss ich mir das echt mal holen. Das Problem war ja bei mir, dass meine USB-Ressourcen überfordert sind. Also, warum auch immer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil ich Windows 11 drauf habe, weil ich nur Windows 11 Beta habe, aber ich habe aktuell keinen Bock, das zurückzusetzen. Irgendwas läuft ja hier nicht ganz so optimal. Und deswegen kann ich nicht mehr USB-Controller quasi, also nicht noch mehr USB-Geräte anschließen. Sonst hätte ich gerne mal wieder einen Stream Deck. Ich hätte ja meins verkauft tatsächlich, deswegen. Habe mir eben das Shure MV7 gekauft und denke, Elgato Wave hat mir einen guten Eindruck gemacht. Ja. Ja, Beta. Ja, leider eine Beta, Tobin. Und ich kriege die nicht weg. Ich bin da in Warteschlein. Wenn ich in Not wäre, würde ich das meinem Fahrgast erklären, dass man sich das kurz anhören muss. Alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung, egal wie. Und dann situativ entscheiden. Mhm. Absolut korrekt. Denn dieses Ranfahren und Fragen ist ja in dem Moment schon die erste Hilfeleisten. Ne? Ja. Wenn du natürlich da einfach dran vorbeifährst, du musst immer so denken, du wärst in dieser Situation oder auch der Fahrgast, wenn er sich ein bisschen aufregt darüber. Und an dir würde er in einen Firmenwagen vorbeifahren, der dich eiskalt ignoriert, obwohl du Hilfe brauchst, was das immer nicht nur auf den Lichtscharf das Unternehmen wirft, sondern auch auf den Menschen an sich. Also von daher, absolut korrekte Antwort. Mhm. Bist du wieder im Dienst? Gut. Ist richtig, ja. Dann hast du eine Fahrt, einmal den Daryl abholen bitte beim Generics. Bitte? Den Daryl abholen bei Generic. Generic? Wo ist denn das? Ja, das ist gegenüber von, äh, von Marie E.T. da. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Fahr ich los? Super. Weil die, und die Zeiten sind geklärt. Gib dir mir eine Mitarbeiterfahrt, ich dreh durch, ey. Der hätte ich lieber das Bewerbungen miterlebt. Also das Bewerbungsgespräch. Alter, Michael kann das nicht ablehnen, weil es fuckt ihn schon immer, es fuckt ihn schon immer ab, wenn das andere machen. Varieté. Varieté ist irgendwo Weinwood Boulevard. Oder Eclipse Boulevard. Habe ich auch noch nie verstanden, das nennt sich ja, äh, das nennt sich ja so um. Das heißt, erst mal Eclipse Boulevard und dann Weinwood Boulevard oder so. Das Schuhe MV7. Ich glaube, Schitzi, oder warst du das letztens schon mal hier im Chat? Mir hat letztens schon mal genau jemand das gleiche erzählt, was ich von nem Schuhe MV7 halten würde. Und ich kenn das nicht. Ich kenn das, oder warte, Moment, doch, das Schuhe MV, oder kenn ich das doch? Moment. Wer ist denn nochmal hier das, wer ist denn nochmal Schuhe SM7B kleiner Bruder, dem man per USB anschließen kann und XLR? Ist das das MV7? Moment. Und ich bin jetzt das erste Mal, okay, dann. MV7. Ah ja, genau. Das hatte ich tatsächlich mal, Schitzi. Das hatte ich mal. Äh. Ich, da ging irgendwas kaputt. Das war ein Produktionsfehler und ich hatte keinen Bock, dass sie mir neue schicken. Aber ich habe gesagt, ich schicke das zurück, gebe mir mein Geld wieder und ich kaufe mir das SM7B. Hätte mich dann quasi eh wieder umentschieden. so. Nee. Offenbar nicht. Guten Tag, der Michael. Ich habe von dir die, nee, nicht von dir, von der Leitschule habe ich die Aufgabe bekommen, dich abzuholen, ja? Ja, stehst du gerade da gegenüber? Bist du derjenige, der gerade gehumpelt hat? Oder? Nein. Nein. Ah, da bist du. Ah, super, ich habe dich gefunden. Super. Super. Oh, im Anzug sogar, was für eine Ehre. Nee, ich hatte gerade eine Limousinenfahrt, ja. Wo darf ich dich hinfahren? Ich müsste einmal ganz kurz zum Abschlepphof beim Flughafen. Dem staatlichen oder PD? Dem staatlichen. Alles klar. Mach mal ins Navi, ja? Bist du ja ein Kollege, ne? Ah, natürlich, natürlich. Um WG ist der Devil. Ja, erzähl du mal. Ja, mir geht es soweit gut. Bisschen stressig gewesen die letzten Tage. Aber sonst war ich schon heute Mittag im Dienst hier bei uns. Und dir? Oh, mir geht es auch genial. Können kommen besser gehen. Das ist sehr schön. Hast du eigentlich nebenberuflich noch was? Ich bin Co-CEO von Alice Moments. Oh, Co-CEO. Also ein richtig hohes Tier, ne? Ja, gut. Ansichtssache, ne? Hoch, aber schon Verantwortung, ja. Krass, ey. Und du? Was machst du nebenbei? Ich bin ja tatsächlich professioneller Moderator bei Observer, ne? Oh, wirklich? Ja, klar. Oh, gibt es da von dir schon Video oder so? Klar. Ich mache ja immer die Morningshows. Hast du noch nie Radio gehört? Nee, tatsächlich nicht. Nee, immer die Morningshows mit meiner Kollegin. Latina Kill heißt ja, ja. Oh, das ist bestimmt ein interessanter Beruf, Mensch. Sehr, ja. Nein, ich fange am Freitag beim PD an, aber sonst mache ich nichts. Oh, beim PD, da wurdest du angenommen. Ja, genau, so ist es, ja. Oh, sehr schön. So, siehst du den Radfahrer im Rückspiegel? Ja. Wenn du mich die vorfährst. Ja, natürlich. Mensch, aber man, bleibst du da noch Taxifahrer nebenbei, oder? Erstmal ja. Ich werde das gucken, wie ich das vereinbaren kann. Ich hoffe, wenn das geht. Und dann werde ich Taxifahrer noch bleiben, ja. Alles klar. Ja, ich muss gerade da leider zum Abschlepphof hin, weil mein Auto letztens erst geparkt vernünftig. Ja. Und in der Gegend, da, wieso auch immer, wollen die Abschlepper wohl ein bisschen Kohle ziehen da raus. Und dann schleppen sie mal gerne einen Wagen ab, wenn der mal zwei Tage steht. Aha, okay. Du musst doch da jetzt auch 200 Dollar oder so zahlen, oder? Ja, genau. Da ist die Frage, ich glaube, das konnte man mit Karte begleichen. Soweit ich weiß auch, ja. Und wie lange bist du schon im Dienst jetzt? Oh, schon wieder ewig, ne? Lass 16 Stunden sein, ne? Ach komm, 16 Stunden geht gar nicht. Du warst vorhin schon im... Ja, scheiße. Vorhin war auch wieder so zwei Stunden nix. Und genau dann, wenn ich Feierabend machen wollte, dann kurz... Dann ist es auf einmal Fluss. Genau, dann fehlt. Ah, geil. Ähm, ne, ich bin jetzt wirklich drei, vier Stunden im Dienst. So, ich lass dich hier raus. Du hast es mal gefallen. Ey, wartest du mal ganz kurz, falls das Auto nicht dort wäre. Kein Problem. Oder habt ihr gerade gesehen, dass Michael fast einen Beinahunfall gemacht hat? Der wäre fast in die Leitplanke gefahren. Und das war nicht Absicht von mir. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber irgendwie... Irgendwie wäre ich zu stark A gedrückt. Zu lang A. Warum nicht, Toba? Ich bin mal kurz überfragt. Und zwar sagt mir der Herr, ja, ausparken sind 100 Dollar. Ja. Aber mehr möchte der mir nicht sagen. Der ist da ein bisschen schweigsam. Jetzt habe ich keinen Plan, ob der will, dass ich... Oh. Ob ich ihm die Bar gebe, dass er mir überhaupt sagt, ob mein Auto hier ist oder nicht. Wie viel Geld hast du denn dabei? Ich habe gerade 30 dabei. Ich hätte nur 20 dabei. Gibt es denn Geldautomaten... Der Nächste Barstel ist... Toba, nicht mehr tatsächlich. Da müssen wir noch mal kurz hin. Mir leid. Machen wir. Müssen wir kurz hin. Die 10-Stunden-Regel gibt es nicht mehr. Ja, Alter. So, ja, das ist ja gar kein Problem, ne? Bisschen Colleges, ne? Das ist ja gar kein Problem. Bisschen Colleges, ne? Genau, so ist es. Ne? Aber meinst du, ich sollte vielleicht mal dem Observer so eine Morningshow vorschlagen? Oh, das wäre geil, so ein Good Morning Los Santos oder sowas. Good Morning America, ja. Ich kann ja auch ein bisschen überstaatlich quasi werden. Wie heißt denn das? Also bundesweit, das wollte ich sagen. Oh. Das Problem ist natürlich auch die Zeitverschiebung, ne? Die Leute in New York haben dann eher, weiß ich nicht, was haben die denn dann? Die haben dann eine Eveningshow. Ja. Das ist natürlich ein Problem, ne? Michael wird der Megabürger, insofern Megabürger. Ich würde hier so eigenen Radiosender aufmachen, so mit einer kleinen Sendestation. Ich fände sowas super. Ist halt nur Copyright-mäßig scheiße zu machen. Schau dir mal vor, Leute, ein Radiosender gibt es hier, der Mega. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen Unterhaltung, so ein Radio, ist doch was. Ja, ne? So, ich fahre hier links, ja? Jo. Ich werde dich auch nicht jetzt ausrauben, ne? Ja, und ich denke aber schon, wenn ich ehrlich bin. Aber naja. Na ja. Ich weiß noch nicht so ganz, wie Michael das macht, weil was der immer so alles beim Taxifach mitbekommt, eigentlich muss der das dann alles ahnden. Also quasi... So auch geht's. Super. Ich glaube, ich werde es erstmal dem Observer vorschlagen. Ja, aber es gibt doch bestimmt die Möglichkeit irgendwie keinem, dass man sich da... Ich meine, der Observer, der hat doch die Möglichkeit, dass man sich da so einen kleinen Radiomast noch aufs Gebäude stellt oder so und dann hier so ein eigenes Radio oder sowas macht. Ich glaube auch. Was mir nur gerade auffällt, wir müssen glaube ich von... Oder kommen wir auch... Warte, Moment. Komme ich auch... Das geht auch, ne? Ich sagte ganz ehrlich, ich fahre in den... Wenn nix kommt, fahre ich auch mal kurz eine Spur durch den Gegenverkehr. Der Flughafen in der Hinsicht mit der Einbahnstraße oder dem Einbahnkreisel, wie man ihn nennen will, ist schon... Wobei du jetzt eigentlich da rechts kamst. Hier darf ich noch rechts fahren, ne? Genau, hier darfst du noch rechts fahren. Man kommt ja nur nicht mehr nach oben, das ist ja das Ding. Aber sonst ist ja kein Problem. So und wenn ich jetzt hier... So und da kann ich ja einfach kurz einmal... So, super. Komm nix. Super kam ja auch nix, genau. Super. Super und dann halte ich einfach gleich wieder da, wo ich gerade... Wunderbar, das klingt doch perfekt. Super, boah ey, diese Straßenführung hier, ne, ist wirklich genial. Die ist erste Sahne. So, ich düse nochmal hin. Ja, ich warte hier, ja. Vielen Dank. Seit wann hält Michael sich an Regeln? Nicht, dass er nicht lange beim PD ist, ja, das ist halt das Problem. Wenn er damit einmal aufläuft und... Also, wenn er halt, wenn das irgendwas... Also, grundsätzlich glaube ich das auch nicht. Aber irgendwann, wenn das mal rauskommt, Michael wäre eigentlich schon gerne Officer. Nee, ist nicht. Dann kannst du mich einmal wieder hochfahren zum Generics. Ja, das ist klar. Ja, was ist denn eigentlich das Generic, oder? Was das auch ist, ne? Das Generic? Ja. Wie lang bist du hier jetzt, selbsthaft, hast du gesagt? Ähm, boah, lass es Mai sein, ne? Okay, also zumindest, ich sag mal, Frühling letzten Jahres hatte das Generic so seine Hochphase. Das ist ja dieses Gebäudekomplex, was gegenüber von dir war, wo du rangefahren bist dann. Ja. Ähm, und das hatte früher eine Menge, Menge Wohnungen beherbergt, die beliebt waren, weil da auch gegenüber das Tickilala hast. Und da haben früher sehr, sehr, sehr viele gewohnt. Vor allem auch so, so Neuankömmlinge, weil die Wohnungen recht günstig und trotzdem schön und geräumig waren. Da sind, früher sind da wirklich irgendwie um die vier, fünf Taxis am Abend rumgestanden, ähm, weil da so ein hohes Aufkommen war. Ach super. Aber tatsächlich bin mittlerweile ich noch der Einzige, der da wohnt, wieso? Nein, ernsthaft? Ganz alleine. Ich hab den Haus, den Hausmeister auch angequatscht, hab gesagt, ja, abgesehen von deiner haben wir hier nur zwei freie Wohnungen, der Rest wird renoviert oder so. Nein, das ist ja genial. Also, oder auch nicht, weiß ich nicht. Verrückt. Alle wieder ausgezogen haben, so passiert das. Ja, so ist es. Äh, ich ruf mal kurz mal nebenbei, kurz mal der Polizei-Info-Line an. Ja, mach den mal richtig fertig, ja, genau, so ist es, ne? Nicht erreichbar, okay. Oh, nicht erreichbar, vielleicht belegt, ne? Bis jetzt, ne? Ja, das kann sein, genau. Eigentlich kann er das gut ausnutzen, um uns zu ermitteln, hm, hm, mal gucken. Wann hast du gesagt, startest als Polizist? Ähm, ab Freitag bin ich Officer, ja. Und dann geht's los mit der Ausbildung? Richtig, genau, ja. Also, Rekrut bin ich dann, das ist nochmal ein guter Hinweis, ja. Ja gut, aber du bist trotzdem Polizist, auch wenn du Rekrut bist. Das stimmt, nur kein Officer, ne? Nur kein Officer, genau. Aber machst du hier Stadtpolizei oder machst du Sheriff? Ähm, ich mach, äh, LSPD. Aber soweit ich, soweit ich weiß, ähm, steht da auch quasi dem Ganzen nichts entgegen, irgendwann zu sagen, okay, BCSO, ähm, man kann wohl auch noch wechseln. Aber ich muss sagen, Thema Radio, also deine Stimme würde ich mir ja jeden Morgen geben, ne? Ich danke dir. Wenn ich noch morgen. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht muss ich eine Morningshow doch einführen. Ja, also ich würde das füllen. Oder hier so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, ähm, ah, wie heißen die, die sind auch weit verbreitet, diese Talkshows so. Ähm, ja. So eine Late Night Show? Ja, ja, genau, genau. Und dann, ähm, ja, Bedarf halt an viel Schnitt und so, Material, aber dann sowas mit Gästen und so. Aber da hab ich so eine große Konkurrenz, ne? Wenn du dir vorstellst, hier bundesweit Jimmy Fallon und Kimmel, ne? Ja, gut, okay. Auf NBC und ABC, ne? Jimmy Fallon, gegen den kannst du gar nicht ankommen. Oh, ne. Magst du Fallon oder Kimmel lieber? Ah, Fallon. Ja, Fallon ist ein bisschen lockerer, ne? Ja, ja, genau. Der andere ist so ein bisschen verbissener, finde ich. Okay, Kimmel ist ja auch bei ABC, die, die müssen so ein bisschen jugendfreundlicher sein und so weiter, ja, ja. Genau. Leute, Fallon und Kimmel sind aber beides richtige Ehrenmänner. Sehr, sehr viel Ländler-Schuss. Warte mal, Fallon mal kurz rechts, bitte. Mal rechts. Ja. Langsam an dem roten Blizzard da vorbei. Ja. Das ist, warte mal, ey, was, warte mal kurz. Ja, jetzt warte ich, so. Ah, das ist mein Wagen, was mach ich? Ich hab den eigentlich da oben geparkt, okay. Schufi, Auftrag erledigt. Ja, super, ja, dafür bin ich ja da, dafür bin ich ja da. Ja, kein Problem, holst du dir irgendwas Schönes? Vielen, vielen Dank, ne? Jetzt hast du dir ja das Geld zum Ausparken gespürt. Oh. Ja, du sagst es, dann dir noch einen schönen Abend, ne? Super, dir auch, ja? Derweil, pass auf dich auf. No, Chuchu. Also Leute, falls ihr euch nicht aktiv Fallon- oder Kimmel-Shows anguckt, ich kann es euch nur empfehlen. Ist ja alles auf YouTube. Sehr, sehr wilde Late-Night-Shows von den beiden. Wie hieß nochmal der, der jetzt letztens aufgehört hat? Der Priete, der aber im amerikanischen Fernsehen eigentlich vor allem unterwegs war. Den habe ich irgendwie nie so ganz geguckt. Aber der war ja auch eigentlich sehr beliebt, ne? Hallo, ich bin wieder frei, ja? Alles klar, guck mal Bescheid. Tschö. Tschö. Kenn ich tatsächlich nicht, ja? Sind cool. Sind coole... Graham Norton? Ne, den meine ich nicht. Überleg gerade, wie der hieß. Der hat auch mit Adele dieses... Der hat auch immer mit Adele... Also mit Adele, ich glaube, das war das bekannteste... Hat der, ähm... Hat der immer dieses Sing im Auto gemacht. Und der war einmal mit dem 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Leute, ihr wisst, wer das ist. Fucking Joe Biden. War der im Weißen Haus. Und hat so eine Show im Weißen Haus gemacht. Take a break, ähm... Wie hieß denn das? Der ist auch witzig, okay. Wie hieß denn der? Auch absolut legendäres Video übrigens, wo der da bei, ähm... Bei Joe Biden ist im Weißen Haus. Ja, der... Wir warten, dass... Wir warten, dass... Wenn ich den Namen lese... Fällt einem das sofort wieder ein. James Corden. Ja. So ist es. Dankeschön. So ist es, KS Guy. Ja, der, der, der war ja seine letzte Show, war da ja sehr emotional. Und da war doch dann auch Fellen und, ähm... Und Kimmel da. Also Leute, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne? Deutsches Fernsehen ist schon echt beschissen. Deutsches Fernsehen ist schon echt beschissen. Wenn man sich mal so anguckt, was... Was da so andere... Anbieten. Du guckst jetzt hier. Peace. Hey cool, Prolips hat... Ne, Prolips ist zu nah. Äh, irgendein Laden hat offen. Du fährst los. Ich beging's letztens auch. Ich seh, das Panther wird offen. Fahr los. Ich komm dort an. Die Tür ist zu. Schau rein. Oh ja, die haben grad auf geschlossen, so ungefähr. Deswegen ruf ich auch immer an und frage, wie lang die noch da sind. Ja. Das musst du machen heutzutage. Weil eben du hier bei diesem Verkehr durchkommst, ist Weihnachten. Ich hatte... Also ich musste zum Casa, wegen meinem neuen Ausweis. Ach scheiße, hier muss ich auch noch sagen. Oh Gott, stimmt. Und dann hab ich ja hier dieses Venture da machen lassen. Und dann haben die irgendwann davor ihre Öffnungszeiten geändert. Aber dass wir bei uns halbwegs neutrale Nachrichten haben, find ich trotzdem gut. Sind da noch die alten Zeiten hinterlegt. Also ich denke, der öffentlich-rechtliche Rundfunk leistet einen wichtigen Beitrag zu Berichterstattung. Berichterstattung, ja. Das stimmt schon. Das sollst du dann gelesen haben. Diesen einen Post. Nicht nur das, das wurde gepostet, bevor ich... Die USA haben halt New York Times, CNN und so weiter, ne? Die sind auch halbwegs... Genauso dämlich. Charlie ist auf einmal wieder da, ne? Dann rufst du an und hast eine Frage und dann sagen die, ja, aber genau das wurde doch gerade gepostet. Das ist gerade gekommen. Die erwarten halt wirklich, dass die Welpen immer ihre Post erleichtern. Ja, aber... Aber dann hat der Mike das nicht erzählt. Die nutzen dann immer das Telefon. Also mein Ausweis war schon da. Ich musste den nur abholen, aber das können da wohl nur ganz bestimmte Leute. Also die fordern die Antotheke, die dürfen es nicht. Und dann bin ich da hinten, dann stehe ich vor denen und dann sagt es mir, ja, dafür müssen sie einen Termin machen und dann müssen sie bei der Leitstelle anrufen. Och Gott, ja. Und dann habe ich die gefragt, hat denn von Ihnen gerade jemand die Leitstelle? Ja. Genau wegen Charlie bin ich hierher gekommen. Wie was? Woher kennst du Charlie? Genau so dämlich, wie ich mich damals ummelden wollte. Ich bin dort siebenmal hingefahren. Da standen sieben, acht Leute am Dresden. Ja, haben sie denn ihre Wohnung schon eingetragen? Ich so, nee, ich will sie ja nicht direkt eintragen, sondern ich will sie auf dem Ausweis stehen haben. Ja, das kann ich noch. Nee, da muss ich noch lernen erst. Ich so, ja, und die anderen acht Leute, die hier stehen? Nee, das kann nur noch... Echt, Kaiskei? Das YouTube-Shorts des Jahres? Aber ich glaube, das ist ein Sicherheitsaspekt. Mit dem Urlaub schon, aber... Weißt du, es war mit dem, hat jemand hier die Leitstelle, wenn es jetzt ein Sicherheitsaspekt wäre, dass du davor anrufen musst, würde ich es auch verstehen. So wie bei uns, ne? Wenn der fragt, sind sie noch frei, in dem Prinzip. Das ist ja wild. Aber ich glaube, wenn da jeder Ausweise ausstellen könnte, was meinst du, wenn man da jemanden einpackt? Ja, aber ich habe die da vorne am Tresen auch gefressen. Also ich habe dann mir einen Termin geben lassen für, wenn jemand da ist, bin zu dem Termin dann hin, habe mich dann an die Seite gesetzt und habe nur einen nach dem anderen gesehen, der reingekommen ist und sofort noch mit nach oben genommen worden ist, obwohl mein Termin schon längst überschritten war. Und dann standen zwei hinter dem Tresen, eine Dame stand vor dem Tresen, war sich mit dem unterhalten, also habe ich mich an die Seite hingestellt und gewartet, bis die ihr Gespräch beendet haben, um dann zu sagen, hey, ich könnte mal ungefähr sagen, wie lange das dauert. Das ist der größte Fehler, der eine Mann kann, dich da an die Seite zu stellen. Und dann hat der kleine Typ mir hinter dem Tresen, nachdem ich dann gefragt hatte, hat mich einfach ignoriert. Und die Aussage, die Dame, die dann vor dem Tresen stand, die hat wohl auch da beim Kasa gearbeitet und sagte, ja, das ist ja auch normal, wenn man sich einfach an die Seite hinstellt und unhöflich von der Seite anquatscht. Ja, ja, ich habe dann gesagt, ich stand an der Seite, weil ihr euch unterhalten habt. Das ist für mich Höflichkeit, dass ich nicht in das Gespräch reingreife, während ihr euch im Unterhalten seid. Und entweder sagt derjenige jetzt da hinter dem Tresen, gib mir jetzt irgendein Zeichen, dass er noch da ist und lebt, oder ich möchte den Vorgesetzten sprechen. Also das ist Wahnsinn, was da abgeht. Hast du ja auch oft, wenn zum Beispiel ein PD reingeht, und dann stehen die da, der folgt dir weg und dann bleibst du ja trotzdem stehen, weil du nicht weißt, müssen die noch irgendwas eintragen oder reden die noch irgendwas so. Und dann kommt er so, hey, sie dürfen ruhig herkommen. Ja, Entschuldigung. Anstatt, dass die halt generell einfach sagen, also in einem ganz normalen Ton, hey, sie dürfen gerne vortreten oder so. Ja, genau. Sie sind die Nächste. Schön, ja, irgendwie so. Also, naja, manche reagieren dann direkt patzig, ja. Oh ja. Das wäre auch super. Bürokratie ist immer toll. Ich weiß gar nicht, mit wem, mit wem war ich da im PD-Mischenbauer gestanden, da war keine Sau. Und dann habe ich laut gerufen, Jungfrau in Nöten, dann kamen drei Leute angelaufen. Aber ich glaube, musstet ihr denn zum Mischenbauer auch? Ja. Ah, okay. Aus der Kaffeepause rausgerannt. Hörst du gleich die Würfel fallen, ne? Da kriegen sie alle schnelle Füße. Ah, das ist, ja, PD ist genau so. Ich weiß nicht, ich will sie nicht über den Dreck ziehen, so, aber die sind halt, weiß ich nie. Da rufst du an und dann sagst du, hier, mein Auto ist abgeschleppt worden und ich hätte gerne mal gewusst, wo es steht. Ja, kommen sie doch erstmal ins Mischenbauer, PD. Ich so, ja gut, alles klar. Dann fahre ich da mal hin. Dann komme ich da an, keine Socke da. Dann, nach zehn Minuten, habe ich da wieder angerufen. Ja, dann kommen sie doch mal ins Mischenbauer hier ins Davis-Pedis. Ich denke, ins Mischenbauer. Ne, ins Davis. Davis ist doch das Hauptbedingungsbauer. Ich so, warum sagen sie denn dann Mischenbauer? Habe ich nicht gesagt. Das war bestimmt die Leiste, die davor dran war. Ich so, ja, alles klar. Dann bin ich da hingefahren, da paddert keiner. Genial. Dann warst du in der Mesa, oder? Ne. Machst du da alle durch? Nee, dann ist es bis jetzt auch nach Palito. So, dann habe ich das wieder angerufen, habe ich gesagt, hier, dann rufen Sie mich doch mal bitte zurück, wenn jemand am Dresen steht. So, dann habe ich eine halbe Stunde gewartet, oder so. Magli ist mal eben beim ATM. Ähm. KaiSky hatte gerade geschrieben, inzwischen schaue ich lieber als WTF-Mediathek. Die haben gute Krimiserien, vor allem die aus Skandinavien können sehr gut mithalten mit der Konkurrenz. Der Rest vom TV ist echt trash. Ja, aber die Staffeln sind kurz und die hat man nach vier bis fünf Stunden weg. War besser als den anderen Bullshit aus dem TV. Also, ich finde, das deutsche Fernsehen kannst du vergessen, also, zum Großteil. Ich weiß nicht, aber ich habe auch diesen Serien tatsächlich nie eine Chance gegeben. Ähm, muss ich auch sagen, aber... Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, ich gucke das nicht mehr. Ich habe das aber auch nie so regelmäßig geguckt. Ja, genau, ne, Schätzti, ich denke, auch das meiste läuft mittlerweile über Streaming-Diensten. Es wird, es wird abzuwarten sein, inwiefern sich da das normale Fernsehen, ähm, durchsetzen kann noch. Ich finde das ja krank mit ARD+. Habt ihr das mitbekommen? Also, Leute, ich kann verstehen, dass es zum Rundfunkbeitrag verschiedene Meinungen gibt. Ob mal, ob der nötig ist, ob der angemessen ist und so weiter. Aber, dass ARD denn eine Mediathek, die monatlich Geld kostet... Das ist doch so peinlich, weiß ich, sie parkt einfach nur ihr Taxi aus. Ich renne da zum Fenster, erzähle ihr irgendwas, was eigentlich nur Skadi wissen kann. Und wieder in so einer... Bitte mal stehen. Ja, ähm, okay, ja, hm. Ich so, du bist doch Skadi, oder? Nee. Das war an dem Tag, wo wir noch telefoniert hatten, Peyton, wo ich demnach gesagt hab, ja, Skadi kommt ja sowieso grad aufm Hof. Ach Gott, Schirr, ey. Ja, ich? Ja, bitte? Ja, guck mal her, jetzt hier. Also, das ist ja wohl die Höhe jetzt hier. Warum wurde ich gerade so angeguckt? Weil du einen Anzug trägst. Ich hatte eine Limousinenbuchung. Deswegen trage ich Anzug. Und wie steht mir der Anzug? Oh, 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 die Antwort, die dauert viel zu lange. Steht er mir so schlecht? Das bist ja nicht du. Das bin ich, ja. Das bin ich. Okay, naja, verstehe. Okay, naja, okay. Also, ich kenn dich ja nur in Schlappershirts und so, ne? In Schlappershirts. Dass das auch immer Schlappershirts genannt sind. Das sind gut aussehende, glänzend weiß von mir gewaschene T-Shirts. Was für Schlappershirts. Aber naja, ich möchte mich darüber nicht aufregen. Ich bin ja der Letzte, der sich aufregt, ne? Aber das ist sogar passiert. Sad life für Charlie. Was ist mit Charlie? Ich hab schon wieder was für teure Anzug. Soll ich denn mal Platz machen? Also, für Michael. Wir gehen eh zur Seite. Okay. Für Michael, ja, ja. Ich finde auch. Dann peten wir mit ihm um die Ecke. Richtig. Hättest du, Cooper, dann später Lust, dass wir mit Vicky, wir machen jetzt mit Noah und Vicky Unfallüberfall und mit Vicky dann Limo und Bus? Ja, und ich soll mir das mit angucken? Ja, bitte. Kann ich mit, ne? Doch, willst du dir das noch mit angucken? Muss das Cooper sein? Ich hab ihm gerade gesagt, dass der Anzug ihm nicht steht. Der benotet mich schlecht. Er macht die, er macht die Schulung mit dir. So, jetzt haben wir das. Der steht richtig gut mit dir. Jetzt hast du dir das eingebaut. Ja, genau, Vicky. Jetzt hast du, das finde ich nämlich auch richtig so. Ich mache nämlich hier die Prüfung und du fällst, naja, mal gucken. Muss es auch gut machen. Muss es auch gut machen. Und du fällst dann durch und dann erzählen wir es eben. Genau, so machen wir es, ne? Ich werde meine Vergangenheit nie wieder los. Nee, ich glaube auch. Komm einfach mit, ich mache Nachschulung. Machen wir bei Unfallüberfall auch praktische Übungen? Nein. Ja doch, ob bitte. Ja, Cooper ist der Räuber, dann darf ich ihm einen reinhauen. Also das ist, Vicky, jetzt benimm dich mal jetzt. Ist ja wohl die Höhe jetzt, also das kann doch nicht jeder machen, was er will. Ich habe dich so lange nicht gesehen, ich muss ein bisschen was nachholen. Ich könnte mir einfach vorschnittlich sagen, dass er überfällt. Nee, bin zu blöd. Wurde ihm schon angekündigt. Er wollte, dass wir das auch noch schauspielerisch dargestellt haben. Sollen wir so ein Rollenspiel draus machen? Ich bin jetzt nicht so ein Rollenspiel. Ich hasse Rollenspielen. Machen wir nicht. Dann wirst du mich hören und sagen, oh, als Überfall, wie scheiße. Ja, ich habe nichts da. Ich habe aber wirklich nichts da. Also wir können das gerne nachstellen, kein Problem. Ich habe zu viel Geld in der Tasche. Tschüss. Aber alles, was ich abzocke, werde ich behalten. Ich sage es nur. Bei mir gibt es nichts zu holen. Wenn ich überfallen worden bin, hieß es Hella, Motherfucker. Gib mir deine Bugs Hella. Was? Wofür steht das? Hella? Ich habe keine Ahnung. Und was soll ich dir geben? Die Bugs, also die Dollar. Das ergibt ja Sinn. Die Bugs? Die Bugs. Ich habe das Gefühl, die Jugend wird faul. Die Affinz ist immer auf. So, jetzt habe ich den obligatorischen Nutten-Dollar da. Also wenn ich mich überfallen will, kann er die gerne haben. Nutten-Dollar? Du gibst mir erst auf nur einen Dollar? Ich habe null Dollar. Bei mir kommt Fliegen aus dem Bobbundi. Wenn mich jemand überfällt, frage ich nach, kann ich mir Karte zahlen? Ja, was denn, ey? Das wäre der Bankrauf. Ey, irgendwann, ich sage es euch, irgendwann. Das kommt dann irgendwann 2030. Irgendwann hast du hier noch Obdachlose oder so. Ach, ich weiß nicht. Wenn dann sagst du, nee, ich habe ja eine Notatik. Ich habe ja auch ein Kartenlesegerät dabei. Das wäre es, ey. Eigentlich muss Michael auch mehr Geld mitnehmen. Das ist sozusagen der fast Knob, der weißt du. Ähm, nein, aber ich würde es nicht wundern, wenn es sowas schon in New York gibt, glaub mir. Bis wann machst du heute? Mal gucken. Eigentlich wollte ich gleich offline gehen, weil Michael ist angespannt. Das liegt mir immer noch im Kopf, ne? Welches? Was denn? Wegen dem Unfall. Unfall? Es gab einen Unfall. 9-11, Alter. In der Hupe werden die Bäume einfach beiseite gehobt. Welche Bäume werden beiseite gehobt? Ach, die Horrorzeit meint die nicht. Wegen 9-11, habe ich gesagt. Mit Charlie habe ich da schon mal drüber geredet, ja? Ja, okay. Ja. Ich finde sowas immer interessant. Ich habe schon schob geguckt. Einfach random, weil ich habe mich noch nie so richtig gesehen, weil es so die erste Frage, die kommt, wie alt bist du, Noah? So 31. Da hast du auch mit 9-11 mitbekommen. Ich so. Du kommst aus Queens. Na und? Quark, Schaufenster? Ja, so ein bisschen Besuch hast du dazu halt. Ja, aber na und? Ich habe ja nicht direkt neben den White Tradesländern gelebt. Dein Glück, ne? Wäre auch schwierig. War das nicht 2001 oder so? Nee, 2015. Ja. Nein, nee, da hat es 2001. Nein. Natürlich war das 2001. Natürlich, 2001. An 11 am 9. Am 11. September 2001. 9-11. Was hast du gerade gesagt, Parker? Wiederhol nochmal bitte das Datum. 11. September 2001. Ich habe irgendwie den 12. September gehört. Nein, da war es vielleicht ein, aber ein Nachdruck vielleicht war ja, obwohl, je nachdem wie lange es gedauert hat, dass die gestürzt sind. Schitzi, danke für deinen Sub im ersten Monat. Ähm, wir können jetzt die Schuhe machen, oder? Ja, machen wir. Ja, macht mal. Ich warte so lange hier. Was willst du auch machen, sonst willst du auf die Nüse tanzen, oder wie? Möcht ihr die Leiptele nehmen, oder was los? Ja, wäre eine gute Idee, sonst ist ja nur abgelenkt. Ja. Charlie, denk mit. Ich nehme die mal. Ich nehme die mal, ne? Finde ich super. Aber habe ich meine Raub- und Überfallprüfung nicht eigentlich schon mit Cooper gemacht? Wer ist denn jetzt eigentlich als nächstes? Ach, also der Eimer da quasi... Ja. War Feinboden, glaube ich. Ja, das hängen wir bis heute noch hinterher. Also ich glaube, hätten wir die nicht einsteigen gelassen, dann hätten wir im nächsten Moment eine Waffe im Nacken gehabt. Aber wir haben alles richtig gemacht, Vicky. Kann uns keine Waffe vorwerfen. So, ich frage jetzt noch einmal. Wer war denn jetzt als nächstes in der Reihe mit der Fahrgasse? Ich eigentlich. Aber Noah kann jetzt nicht mehr fahren. Ja, wieso hast du gesagt? Ja, ja. Der ist in der Ausbildung, Junge. Ich weiß. Das ist doch jetzt nur ein kurzer Theorie-Teil. Und wenn wir nicht anfangen können, dann... So, wir gehen jetzt mal zur Seite. Michael, du bist dann das Nächste sozusagen. Ja, aber ich bin... Du bist ja auch mild, ne? Nein, du bist der Nächste. Ja, ich bin ja der Einzige. Charlie. Ja, warum bist du jetzt dabei? Ja, beim Theorie-Teil brauchen wir dich doch nicht, Cooper. Ah ja, super. Weg? Beim Theorie-Teil muss ich nicht dabei sein. Sehr geil. Ach so, ja, geil. Muss einfach dann... Wer bist du jetzt eigentlich? Wir haben uns das noch nicht vorgestellt, oder? Ich bin der Bewerber. Um 19 Uhr. Genau. Ah, du hattest schon ein Vorstellungsgespräch, oder? Ja, ja. Wir sind durch. Okay. Und du wurdest auch angenommen? Ich hab natürlich nichts mitgekriegt. In der Theorie schon, ja. Aber ich hab morgen noch ein Vorstellungsgespräch. Und... Okay. Ja, alles klar. Ich verstehe. Ja, super. Wo hast du denn morgen dein Vorstellungsgespräch? Ähm, bei dieser Pacific Standard Bank. Ah ja. Ich glaub, das ist auch nicht schlecht, ne? Jo, Geld macht geil. Aber scheiß Konditionen für ihre Kredite, sag ich ihnen. Ist, ähm... Keine Ahnung. Ich bin dann nur wegen dem Geld... ... wegen des Geldes, klar. Ach so, ach so. Okay. Ach, warte mal. Die machen das von der Bank angestellt? Die fahren da selber rum? Das übernimmt keine Firma? Nein, das gibt ja... Du hast ja einmal die Pacific Standard Bank. Ja. Also diese Kredite. Und dann hast du Pacific Standard Bank. Also die heißen jetzt PSM Group, glaub ich. Die sind ja fusioniert. Und da gibt's die Security. Das ist eigenständig. Und die haben ihre eigenen Fahrer für ihre Geldautomaten und alles. Ah, okay, okay. Hat dann nichts mit Lock and Load oder so zu tun. Ist, glaub ich, auch besser, wenn das in staatlicher Hand quasi ist. Anstatt in der Hand von einem privaten Unternehmen wie Lock and Load oder Meriwether. Und der hat schon Geldtransporter nämlich nicht zu dem nächsten ADM, sondern zu mir. Nach Hause, so ist es, ja. Das ist besser, wenn das Beamte machen, richtig, ne? Charlie, so ist es. Ja, bei Korruption und so verstehen die gar keinen Spaß, ne? Ne, ist auch vernünftig, ne? Bin ich ganz early, ne? Ja, ja. Bist ganz early? Bin ich ganz early, ja. Was ist denn das schon? Was early? Bist besser als heller. Was? Ja, heller. Heller, yeah. Ach du, ich bin einfach so alt. Ich kenne so ein, im 24-7 gibt es doch immer so Ketchup, ne? Was? Da, im 24-7 gibt es immer so Ketchup. Und da kenne ich so ein Heller. Oder, oder wie heißt der? Heißt der nicht irgendwie so? Ich bin verwirrt. Warte mal, Heller? Mhm. Irgendwie so eine Marke. Aber was sollte ein Heller bedeuten in diesem Sachzusammenhang? Hast du die mal gefragt dann? Ich hab, ne, ich war, während des Überfalls war ich noch drauf und dran nachzudenken, was er überhaupt von mir möchte. Und er wurde immer wütender. Ja. Hm. Komisch. Ja, wenn er mal nicht mit uns sprechen würde. Ich hab letztens auch so einer, der nannte mit Goofy und ich sowas wissen jetzt mit dieser Disney-Figur da. Ich hab keine Ahnung. Hahaha. Goofy ist, äh, einfach Tumkopf. Dämlich sowas, so, ne? Ja, genau. Ja, aber woher, der kennt mich doch, ne? Da kann mich doch nie einfach... ...Chila-Gewürz-Ketchup, Schatz. Weißt du, bleibst du? Darin dachte ich. Ja, finde ich auch schon, wenn ich ganz early zu dir bin, hättest du dann richtigen Aufstand bei uns. Ja, ich kann aufhören damit. Wer ist dann richtigen Aufstand bei uns? Ja. Weißt du, jeder zweite Wort, wenn ich irgendwas falsch mache am Telefon, ey, Dicka! Ey, Dicka! Dicka! Oh! Die Fresse, du! Also jetzt mal, jetzt mal ganz early, wann, wann nenn ich dich denn mal Dicka? Heute hast du's am Telefon gemacht, bevor ich alle hörte... Aber weil du mich auch genervt hast wegen irgendwas schon wieder. Ich hab dich nicht genervt, ich hab irgendwas gesagt und du so, oh, Dicka! Irgendwie, keine Ahnung. Doch, doch, das war... Da gab's einen riesen Konflikt, glaub ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nein! 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 Das ist super! Wir sind zwei Fremdwörter. Heller, Bro! Dicker Chillmer jetzt! Ja, genau! Dicker Chill doch jetzt mal, Junge! Komm jetzt mal ruhig, Junge! Komm mal, Junge! Komm mal, Junge! Ja, aber dieses Pro und Dicka und Sas und Horny und was weiß ich nicht, wie sie alle helfen... Hast du mal ein paar Bugs für mich? Was für ein Bugs? Ich bin froh, wenn das Radio läuft, was für ein Bugs? Bugs! Hier, Geld! Dollar! Ich brauch Dollar! Geld! Ja, das sag doch gleich Geld, du Pflaume! Ich brauch Bugs! Was will ich denn mit Bugs? Du könntest natürlich auch fragen, ob er eine Schaufel dabei hat, dann... Ich meine, Bugs, ne? Da denk ich jedes Mal ein... Also entweder... Charlie, Charlie, entweder du gibst mir jetzt ein paar Bugs oder du bist 6 feet under, ja? Ich geb dir erstmal einen Duden, ey! Okay... Oder ne, ich brauch einen Duden für die Jugendsprache, hör mal! Naja... Ja, der wollte 20 von mir. Ich hab ihm dann 21 gegeben, weil er so traurig aussah... Ach, das ist jetzt auch mittlerweile eine Grenze, ja? Oh, Trinkgeld! Leute, das ist... Das Problem ist, die waren zu zweit, ich fand das nicht fair und hab ihm dann 21 gegeben, damit er nicht neidig sein muss! Crime-Spieler haben das mittlerweile echt nicht einfach... Ich hab das Gefühl, die haben ein bisschen Angst vor den Regeln! Ja... Das... Hab ich nicht verstanden! Erst wollten sie Geld, dann haben sie's gekriegt, dann sind sie trotzdem nicht glücklich! Die sind nie glücklich! Ach man, die haben's aber auch nicht einfach! Du musst dir vorstellen, hinter jedem... Das letzte Mal war... Da war ich... Ja... Jetzt darf ich, ne? Ich bin ja jetzt auf Kamer... Also, ich... Pass auf, ich war mit Ian und Ben war mal einkaufen, ne? Dann kam so einer zu mir hier und wollte mir erst mal so Drogen anbringen, weißt du? Dann hab ich gesagt, ne, pass auf, ich hab kein Geld mehr, weil ich war ja eben dein Kaufen, ne? So... Und dann mehnte der hier, weil dann irgendwie zwei Heinz Wurst von denen nochmal dazugekommen sind und mehnten sich hier so Spaß mit lustig beiseite, hier, jetzt nehmt mal die Flossen hoch und gebt uns mal das, was ihr da habt! Und dann fummelt der mir in der Tasche... Haben die auch Flossen gesagt? Naja... Ne, hat er nicht, aber... Ich hab's ja nicht verstanden! Der hat so genuschelt, der eine! Ich hab halt bloß die Flosse hochgenommen, weil er ein Messer in der Hand hatte! So... Und... Jedenfalls stand ich dann da hinten, ne? Dann hat er mir um die Tasche rumgefummelt und hat sich erst mal aufgerät, wieso ich einen Haufen Zeug einstecken hab! Oder in diesen Beutel da hab! Ich so, ich hab gerade gesagt, wir waren einkaufen! Du hörst auch nicht zu, wenn man dir was sagt! Oh, da war der aber sauer! So... Kann ich auch verstehen! Ich hab einen Dollar gegeben, da war er wieder glücklich! Aber was, glaub ich, ganz, ganz wichtig ist, auch für das Zusammenleben und als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich zu verinnerlichen, dass hinter jeder Person, hinter jedem Typ, der auf der Straße steht und Leute überfällt, eine ganz, ganz traurige Geschichte hintersteckt. Jeder kann in diese Situation irgendwie mal kommen. Und ich finde, dieses Bewusstmachen ist irgendwie wichtig. Und glücklicherweise haben wir ja eben eine Resozialisierung und so weiter und so fort. Aber ich denke, es ist falsch, das immer direkt als hoffnungslos und auch als Idioten abzustempeln, weil viele, viele können dafür einfach nichts, dass sie auf die Straße kommen, ne? Weißt du, aber das ist ja auch falsch, wenn du dann merkst, der will einfach nur ne Umarmung und du den dann einfach mal umarmen sie. Ich glaub, das soll ihn so das nicht schaffen. Mhm. Ja, doch, du kannst ihn dann auch umarmen, wenn er eine Umarmung möchte. Hast du ihn mal gefragt? Ja, ja, Frank wusste ich nicht, aber... Gib mir deine Bugs, Mensch, du siehst aus. Ich weiß doch, was du willst. Du bist doch einsam so, weißt du, dann drückst du den und dann... Ja, das ist ja auch blöd. Du kannst es sicherlich mal probieren, ne? Aber... Ich will's nicht probieren, aber den ist nur wichtig. Wenn ich dann hier so ein Messer wieder in der Galle stecken hab, dann... In der Galle sogar? Naja, aber... Warst du im Krankenhaus die Tage jetzt, oder was? Mhm. Ich meinte ja nur. Du meinte es nur, war nur ein Beispiel, ne? War ja nur ein Beispiel. War nur ein Beispiel. Dieses Sport wieder hätte ich weglassen müssen. Wieder hättest du weglassen müssen, war völlig fehl am Platz jetzt, aber gut. Schön. Und wie war jetzt nochmal dein Namebewerber? Jack. Jack, hallo, ich bin Michael, hallo, und das ist Charlie. Achso, ja stimmt, hi, ich bin Charlie, ne? Nur mal so nebenbei. Jack. Jack Sparrow? Nee. Ja, fast. Wie heißt es mit Nachnamen? Hier nennen sie mich Kajal. Kajal? Warum hast du so viel davon? Kajal? Den Witz habe ich nicht verstanden. Charlie, erzähl mir mal den Witz bitte. Kajal. Kajal. Kajalstück über die Augen und so. Mein Gott. Oh, okay. Schminken. Ich schminke mich nicht regelmäßig. Ja, re... Was? Ich schminke mich nicht regelmäßig, ich wusste nicht was ein Kajalstück, das sind schuldige bitte. Ich schminke mich nicht mal unregelmäßig. Auch nicht unregelmäßig, aber es wird dir auch nicht schaden. Jack. Ja. Nee. Aber welcher Jack findet eigentlich besser, den Jack Dawson oder den Jack Sparrow? Wer ist Dawson? Wer ist Dawson? Frag ich mich auch gerade. Hören sie mal, wer ist denn Jack Dawson? Titanic. Ja, erzähl es uns bitte. Ah, Titanic. Ja, hab ich nie so richtig tatsächlich geguckt, muss ich sagen. Ach, das hast du ja schon mal gesagt. Oh, da war ich auch jung. Ich hab geklatscht, wo er untergegangen ist. Hey, Alter. Was? Wie alt bist du, Jack? 38. Krass. Warum hast du da geklatscht, wenn man sich... Jung geblieben. Na gut, der ist ja schon tot gewesen, aber der geht unter, ja mein Gott. Woher hast du eigentlich dein geiles Hemd? Der wollte Chips suchen gehen, weißt du? Das Hemd? Mhm. Äh, das gab's damals im Sub-Berm. Ich finde das ja super. Das gibt's jetzt aber nicht mehr im Sub-Berm. Ich glaub jetzt... Finde ich ja scheiße. Nach nach... Nach... Deswegen... Oder gab's da mal... Up to date... Nee, nee, Up to date war das nicht, ähm... Hm, naja. Boah, auf jeden Fall in einem der Läden gibt's sowas auf jeden Fall noch. Mhm, okay. Der hat ja noch wahnsinnig... Ich will auch einkaufen gehen. Aber ich hab kein Geld. Ja, du hast mich ja damals im Stich gelassen, ne, Charlie? Ach, ich walk doch nie rum. Nee, ist wirklich wahr. Ich bin auch nicht nachtragend bei sowas, aber ich... Also, ich verzeihe, aber ich vergesse nicht. Überhaupt nicht. Du bist überhaupt nicht nachtragend. Nein, nein. Aber... Ich finde es halt trotzdem assi, ne? Wer hat's nur gesagt, hey, wir gehen einkaufen an diesem Datum... Und du warst ja nicht da. Nee, Moment, Moment, Moment. Du warst nicht da. Ja. Na, du warst halt nicht da, wo ich war. Das ist das Problem. Das ist ja wohl die Höhe. Hätte ich ja mal anrufen können. Natürlich, ich hätte mal anrufen können. Aber hab ich gemacht. Hast du? Nee. Klar. Ich wollte dich wach klingeln. Das nächste Mal spiel ich in deinem Haus und palito bei und klingel. Dann klingel ich dich hier wach. Ja. Mit Jack. Ehhh. Die Tür auf, klatsch, steh' ihn aufs Maul und dann mach ich dir wieder zu. Ehhh. Ehhh. Ja, das ist so wie mit die Zeugen Jehovas. Alter, wenn die immer von der Tür stehen willst. Einfach Tür auf, klatsch, bumms rechts, links und Tür wieder zu. Bumms. Oder mach die Tür auf und hast die... Du stellst vor die Haustür und mach die Dämpfe dich nicht kaufen und mach die ... Wobei wir natürlich die Religions- und Glaubensfreiheit voll und ganz unterstützen. Nur, dass eben die Zeugen Jehovas natürlich trotzdem einen teilweise nerven. Ich verstehe eh nicht, warum, muss ich ganz ehrlich sagen, warum sich Religionen es sich zum Ziel gemacht haben, zu missionieren. Warum muss man unbedingt andere von diesem Glauben überzeugen, wenn, es ist doch cool, wenn sich Leute diesem Glauben anschließen, aber durch die Welt zu laufen, die Leute zu missionieren und zu belästigen mit ihrem Glauben, finde ich irgendwie nervig. Jeder muss an etwas glauben, ich glaube an Geld. Ich glaube an mein Konto stand. Ja, hält sich über was auch noch. Geld ist so viel zeitig, weißt du, selbst Geld macht sogar geil, also wirklich. Ähm, Geld macht nicht geil. Ja, ja, nicht so geil, wie du jetzt denkst, ne. Aber, und ich glaube mir, du solltest niemals in einen Geldspeicher, wo ganz viel Hartgeld drin ist, reinspringen. Das ist nie so wie bei Dagobert Dac, du prickst dir alle Knochen, so. Klingt so, als ob du aus Erfahrung sprechen würdest, Charlie. Ja. Glaub ich dir irgendwie nicht. Ja. Also, ich habe das tatsächlich mal in der Badefanne ausprobiert. Ja. Ach du Scheiße. War jetzt nie so fein. Nee. So, ne. Selbst wenn Wasser drin ist, ist das nicht. Ja, aber egal. Das ist, ähm. Man, man, man lernt halt aus Fehlern. Ja. Und du hast echt nie ausgelernt, ne? Nö. Bin ja auch nur jung. Äh, Jack, was würdest du glauben, wie alt ist Charlie? Das errägt immer, Mann. Hm. Hm. Schwierig, ne? Ja. 41. Oha! 41 ist richtig, ja. Nix ist richtig, ich sag dir gleich mal nicht. Ja, aber eigentlich ist er 34. Wie alt bin ich? Oh. Hm. Da wär ich jetzt so bei, um die 29 rum. Ja, gut, ich bin, ich bin 21. Downtown Cap, hallöchen. Downtown Cap. Ja. Ja. Der Bart macht das nur. Downtown Cap. So heißen wir übrigens. Wusstest du, wir sind Downtown Cap, ne? Wenn du uns brauchst, treibst du bei 2, 4, 6, 9, ne? Super. Das ist gar nicht LS, scheiße. Ehhh. Aber nicht verdammt. Jack, benimm dich, ja? Ne, das ist nicht LS-Taxi. Willst du schon häufiger mit denen gefahren? Mit beiden. Das sind eigentlich auch cool, oder? Das sind halt besonders auf ihre Art und Weise. Ja, es gibt halt solche und solche, es gibt immer ganz solche. Ja. Es gibt welche, die sind doch immer super nett und witzig. Man in Black. Du hast ne Fahrt. Ja. Man in Black. All the Street Apartments. All the Street Apartments. Ja. Bei deiner ist die da? Ah nee. Doch. Ja, das ist richtig. Ja, okay, super. Alles klar. Eine Person, eine nette Dame ist es. Okay. Deswegen hat's angerufen. Hab ich noch Zeit? Aber das Gute ist, das Gute ist ja... 5 Minuten. Ja, super. Jaja. Äh, das Gute ist ja... So. Super. All the Street. Geht. Eigentlich ist fast umgefahren. Sag ich dir ganz early, ey. Ich versteh nicht, warum das Navi möchte, dass ich anders fahre, wie ich jetzt fahre. Mein Weg ist viel klüger, behaupte ich. So, Leute. Ich bin mal gespannt. Also... Ne? Navis sind generell manchmal verwirrend, schreibt Schitzi. Ja. Also im Real Life bin ich mittlerweile tatsächlich sehr froh mit Apple Maps, muss ich ja sagen. Mich hat bei Google Maps nämlich immer abgefuckt, dass diese Stimme so absolut grauenvoll ist. Und bei Apple Maps hast du neben einer, finde ich, gleichwertigen Navigation, ähm, hast du dann eine angenehme Stimme. Bei Google Maps hast du so eine, so eine Computerstimme. Ich finde das ganz furchtbar. So eine Roboterstimme, ey. Krieg ich immer das Kotzen, ey. Ja gut, das ist natürlich scheiße, ne, Schitzi. Also, also, Autonavis sind grundsätzlich mega. Nur die werden halt schnell outdated, ne, ist das Problem. Ja kurz. Äh. Guten Tag, Ma'am. Äh. Guten Abend. Hören Sie mich zu LS Justiz erfahren? Wissen Sie, wo das ist? Ähm. Ja, Morgen. Wurde. Ja, ungefähr Bahama-Mamas. Liberty Street oder so, kann das sein? Äh. Nicht. Liberty Street. Ist gar nicht. Ist in der Nähe der, halt, ist in der Nähe der Staatsanwaltschaft. Ja, gucken Sie vielleicht einmal kurz aufs Navi, ja? Stimmt das da? Äh, warten Sie kurz ins G, dann tippe ich das hier sonst gerade selber ein. Äh, das müsste ungefähr die Straße hier sein, so. Alles klar. Ja. Machen wir. Äh, Moment, Honey, sag's doch mal. Wie hat er sich genannt? Okay. Also, eigentlich müssten Michael... Also ich meine, ich weiß nicht, wollt ihr da noch irgendwas oder war die Sache erledigt für ihn? Eigentlich müssten Michael das richtig im Kopf haben. Glaub ich. Achso, ich nehm. Genau. Ja, ja. Mhm. Und wirklich, ja gut. Ich meine Kumpel drauf an, was ausgezogen wurde. Ich meine Kumpel drauf an, was angezogen wurde. Hm. Mhm. Ist hier was? Genau, genau. Ja, noch kurz. Ach so, hat sie es dann schon... Okay. Genau, also du weißt dann auch, dass da ein Termin für was... Das Termin... Okay, dann reden wir später darüber, weil das ist jetzt tatsächlich ein bisschen das Größere, was mir jetzt vor uns steht. Genau, bis später dann. Tschüss. Obwohl, sie können gerade hier anhalten. Hier anhalten? Ja, das sage ich schon. Ja, genau. Okay, super. Mach ich. Dann sind das einmal 8 Dollar. Okay, alles klar. Dann... Ja, bitteschön. Super, vielen lieben Dank. Traumhaften Abend für Sie. Passen Sie auf sich auf. Ja, auch einen schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. 25 Dollar hat die uns gegeben. Dafür, dass die nicht mit Michael eine Sekunde geredet hat. Ist fein. Hm, 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 hm. So, jetzt müssen wir uns mal einmal kurz darum bemühen, dass wir tanken. Weil ich es fast leere. Hm, 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 hm. Super. Tanken. Also, ähm, Leute, wir gucken mal, wann wir am Freitag live gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir so ab 5 Uhr live sind. Und... Ja, vielleicht auch erst halb 6, ne? Also, damit ihr Bescheid wisst. Morgen ja nicht, aber am Freitag wieder. Super. Genial. Freitag muss ich mich vorbereiten? Worauf vorbereiten? Hast du eine Prüfung oder so? Nee, das nicht. Eine Reise. Oh, ha. Hast du denn schon meine Einreise gesehen, Chat? Ich hab euch die mittlerweile übrigens sogar in einem Panel verlinkt. Weil ich danach mehrmals gefragt wurde. War ich mal so frei? Dann dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Einreise. Die ist dann am Freitag, oder was? Oder am Samstag? Also, du, seitdem ich alt wie hab, wird mir auf YouTube-Shorts angezeigt. Ach, verrückt. Also, meine YouTube-Shorts werden dir da angezeigt. Das find ich ja super. Und so kam ich auf dich. Ja, das ist doch genial. Wenn ich ganz ehrlich bin, genau dafür sind natürlich auch die Shorts da, ne? Genau das ist ja meine Intention dahinter. Finde ich ja super. Am Freitag. Ja, cool. Ja, super. Dann dir da ganz, ganz viel Erfolg, ne? Ich find die, die, die Einreise war mega. Ich war damals tatsächlich auch schon sehr aufgeregt. Aber das RP fand ich mega cool. Lucky ist, Einreise ist halt wild gemacht, ne? Das hast du auf den wenigsten RP-Servern. Ich find's irgendwie gut, dass es nicht einfach ein Whitelist-Gespräch gibt, wo sowas abgefragt wird wie VDM, RDM oder so. Sondern, dass tatsächlich bei der Einreise RP getestet wird und so weiter. Und ob du diese Spielmechaniken kannst und so. Das find ich schon wild. Ich freu mich, weil die das ernst nehmen, ne? Ja. Das ist richtig. Wer steht denn da? Ist das immer noch der... Ich glaube, ja. Der Wahnsinn. 3 Nulls bei 7. Warst du denn mal so in diesem Mic-Test, Schitzi? 3 Nulls bei 7. So haben wir nie gewertet, mein guter. Ist es in Hause? Äh, gleich, ja. Was ist jetzt Feierabend? Was ist mit dir los? Ich bin doch schon wieder 5 Stunden im Dienst. 5 Stunden? Never. Safe? Niem Leben? Nee. Klar. Also ich bin ja gerade mal 2 Stunden hier. Du warst doch noch nicht mal da, wo ich hier war. Hä? Bist du dumm? Ja. Natürlich war ich da schon da. Ja, guck mal, ich geb's sogar zu, ne? Check's mal nimmer, ne? Ich dreh durch, ey. Super. Ja, mach Mitarbeiter Aktionswoche. Lock and Load. Einstiegsbonus von 500 Dollar. Ah, okay, Schitzi. Gehalt oder was? Äh, Schitzi meine ich. Jetzt Bewerben und Prämie sichern. Einstiegsbonus von 500 Dollar. Ne, größer noch mal 500 Dollar auf der Hand. Worum geht's? Lock and Load. Ich glaub Lock and Load sucht dringend Mitarbeiter. Ich glaub auch. Bin aber nicht ganz sicher. Kann ich mich ja bewerben? Dann bleib ich 2 Tage da, um die Belohnung zu kriegen. Ja, das ist die Frage, ob es dann ne Bedingung gibt. Muss man nachlesen. Ja, bestimmt ist da irgendwo n Haken. Gibt immer irgendwo n Haken. Bonus Zahlung nach 40 Stunden geleistete Arbeit und Ausbildungsende. Ja. Und Ausbildungsende. Das klingt so, als ob das der Haken ist, ja. Ja. Aber Lock and Load und Meriwether, also ich hätte keinen Bock, mich vor so'n Geschäft hinzustellen. Ne. Die machen ja auch Streifenfahrten, ne? Mhm. Streifenfahrten? Mhm. Machen wir ja auch, ne? Die haben ja so Kunden, die sie dann quasi abarbeiten müssen und so weiter. Es sind ja auch viele Wohnblöcke, da wirbt ja die Dynasty auch mit. Viele Wohnblöcke sind ja quasi durch Meriwether zum Beispiel dann geschützt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auch die Meteor Street ist, zum Beispiel, aber... Ne, genau, super. Gut, dass wir das Thema auch warten. Ja, ne, ähm, komm ich, ähm, voll mit. Ich warte jetzt eigentlich nur hier, dass ich bei der Praxis dabei sein kann. Du wolltest Feierabend machen, du hast deinen Taxi schon reingestellt, hör mal. Ne, eben. Dann stempel dich jetzt aber auch aus, ne? Nö, 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 nö. Ne, wenn du schon hier so machst, jetzt, wenn du das... Du fährst dein Taxi hier rein, ja schön für dich, aber trotzdem, du fährst dein Taxi hier rein und dann arbeitest du, ne? Weil nischt ist. Ne. Die Leitstühle gibt mir ja die übernächste Fahrt wieder, ne? Übernächste? Ja. Du kriegst die nächste, ich bin zu voll zum Fahren heute. Nö. Nö, du. Außerdem hast du den schickeren Anschluch heute an. Oh ja. Gott, du weißt, äh, heute Abend im Bett ist, weißt du, ich hab noch nie so einen strammen Schlitz gesehen. Nö, aber... Nö, nö, anderes Thema. Warte, was? Worum geht es? Nix, alles gut. Kamst du hinterher, Jack? Ne. Ne. Hat auch abgeschaltet. Verstehe ich. Verstehe ich voll und ganz, ja. Übrigens, Michael, guck mal her. Lass mal Hand lesen. Was? Guck mal her, ich will deine Hand lesen. Zeig mal deine Hand jetzt hier. Guck mal her. Mhm. Warte. Lass mal Hand lesen. Warte. Was für eine Hand lesen? Warte. Warte. Ich warte. Gib Hand her. So, guck mal. Du hast denn... Das ist deine, deine Linie hier, ne? So, um, da. Passiert noch was Großes bei dir, hör mal. Was richtig Großes passiert bei dir. Du kriegst einen Haus bald. Mit Pool! Mit Pool! Guck mal, mit Pool! Ich wisch mir meine Hände. Dicke, Dicke, was? Hallo. Ich spiele eben aus, dass Michael sich die Hände wäscht. Hier ist nämlich die Toilette für alle, die es nicht wissen. Die MLO hat keine Toilette. Unfassbar. Unfassbar. Der macht doch, was er will, ne? Haben wir eigentlich noch Bargeld? Ja. Also heute sollten wir eigentlich ganz gut verdient haben. Oder gut verdienen. Ich fand's lustig. Ja, so wie du vielleicht merkst, der Charlie ist ein bisschen besonders. Ach, die ist auch nützlich. Ja, ist super. Hoppa! Du bist dran. Ich bin dran. Ja. Muss ich mich schon wieder bewegen. Ja, die würde ich hauen. Parker hat mir gesagt, ja. Aber wir müssen da mal mit dir sprechen. Ja, super. Ja. Also ich muss ja sagen, ich bin schon wahnsinnig froh, dass du eine schmale Krawatte zu diesem Hände trägst. Oder? Finde ich auch. Ja. Weil es gibt auch, ich hab nämlich vorhin, vorhin hatte ich einen Fahrgast, der hatte einen Anzug an und hatte dazu so eine Fleischwurstkrawatte, habe ich mir auch gesagt. So, weil er hat mich tatsächlich gefragt, wie ich sein Outfit finde, weil ihm angeblich die Schuhe nicht dazu passen würden. Da habe ich gesagt, Damien hieser, Megaschuh, echt absolut wild, steht ihnen gut, keine Ahnung, was die Vollidioten labern. Aber die Krawatte, die geht nicht. Und der meinte auch, er hat sich schon eine schmale Krawatte bestellt. Danke für die Geschichte. Was ist los? Hast du wieder zu viel Energy getrunken? Nein, nein, nein. Ich trinke, ich trinke selten Energy, eigentlich. Mhm. Hm. Okay. Peyton, trinkst du Energy? Nö. Und Kaffee? Viel zu viel. Ich trinke auf der Farm immer viel Energy. Ach, hey. Ich bin aber auch sieben Stunden am Stück. Sieben Stunden am Stück? Ich hatte... Warum? Weil ich gerne Kühe an den Euter packe. Geil. Das will, ey. Vielleicht werde ich auch Bauer. Oder wie nennt sich das dann genau? Farmer? Werde ich dann Farmer? Äh, ich bin Erntehelfer. Weil dann brauche ich... Ich mache gerade die Ausbildung zum Landwirt. Weil dann brauche ich unbedingt so einen Texas-Hut. Den hat nämlich auch, ähm, Charlie mir schon mal gegeben. Also gezeigt, dass er so einen hat. Boah, das wäre wild, ey. Ich glaube, ich werde Landwirt. Ich schmeiße alles hin. PD-Karriere weg. Scheiß Taxifahren mache ich beides nicht. Einfach mit so einem Grashalm im Mund, ne? Ja, so ist es. Aua, geil, Alter. Wild. Ja, ähm, nee, was ist denn los eigentlich? Nichts. Ja, weil ich so gerufen wurde. Ja, wir machen jetzt die Schulung. Ah ja, geil. Machen wir. Du darfst den praktischen Teil übernehmen. Okay, super. Machen wir. Okay. Wir fangen an mit Limousine und Shuttlebus. Ja, wir fangen an mit Limousine. Aber für den Shuttlebus zählt ja eigentlich genau dasselbe. In kleinen Unterschieden. Das heißt, solche Anfragen sind natürlich immer gut über Venture. Da können die Leute reinschreiben, haben wir jetzt den Fall gehabt, wo jemand abgeholt werden muss, wo derjenige hin muss, wie viele Leute, etc. Es gibt aber auch spontane Buchungen, ja. Die müssen nicht unbedingt über Venture basieren. Ich sage mal, alles, was so im Zeitraum, wenn es nicht heute oder morgen ist, wäre eine Venture-Mail nicht schlecht, ja. Weil es gibt ja auch oft, eben nicht so wie der Fall heute, dass wir nur wohin fahren, sondern, dass es auch ein bisschen Planung beansprucht, wie wenn die Fahrer vier, fünf Stunden lang gebraucht werden, weil sie dann vor Ort blöd dastehen. Und da wäre so eine Kommunikation bezüglich, dass wir auch da blöd dastehen und warten müssen, echt toll gewesen. Das klingt so, als ob du aus Erfahrung sprechen würdest. Ja, ich weiß gar nicht, wie das kommt. Weiß ich nicht. Genau. Die Kunden können das per Rechnung bezahlen, weil ich verlange auch niemanden, wenn jetzt jemand so drei Stunden Limo bucht, dass er so viel Bargeld dabei hat. Auch kleine Beträge ist kein Problem per Rechnung, denn oft sind es ja so Dates oder Überraschungen oder das Brautpaar irgendwo hinbringen und da finde ich nichts schlimmer wie, ja, ich hoffe, Ihnen hat die Fahrt gefallen, ich bekomme dann noch 500 Dollar. Sehr unangenehm. Ach übrigens, ich muss einmal kurz einhaken, weil das beweist sich zum Beispiel in der Praxis, wir hatten heute eine Limousinbuchung, die hatten beide einen wunderschönen Abend vor und hätte ich dann da reingekriegt und hätte gesagt, so und jetzt aber jetzt nochmal irgendwie 180 Dollar bitte einmal von dem Herr, der hier gebucht hat, wäre komplett dumm und hätte die Stimmung versaut, denn Peyton, die Dame war richtig gut gelaunt, weil sie auch noch diesen Wasserfall gesehen hat und sie ist nämlich auch total naturverbunden. Und jetzt kommt der Hammer, jetzt kommt der Hammer, das ist nicht gelogen, ich lüge häufig, ihr wisst das, aber das ist wirklich so passiert. Die haben da wohl vor, ihre Hochzeit zu feiern, zumindest quasi eine Location davon, wenn sie da irgendwie, die wollen da vielleicht, keine Ahnung, Empfang oder so machen. Sagt mir, sie kannte den Wasserfall noch nicht. Ne, sie kannte den Wasserfall und diese Location ist halt eben dafür da, dass sie da die Hochzeit machen wollen. Nein, das ist doch absolut wild und ich meinte auch, ach was, ein Zufall, ich habe natürlich nicht so, also ich habe so getan, als ob das quasi alles geplant gewesen wäre, war es natürlich nicht, aber das war wirklich sensationell. Charlie, was ist los? Ja, ähm, ich, ähm, ja, ich wollte bloß mal fragen, Vicky, bleibst du jetzt im Dienst noch oder wie? Ihr kriegt noch eine Ausbildung, eine Fortbildung. Genau. Ja, das gibt jetzt noch eine Ausbildung, weil da müssen nämlich die Alleinsittern im Dienst, weil wegen, ähm, ich mache gleich auch Feierabend dann gleich, weil, ja, müde. Ne, ich war Schönheitsschlaf. Ich bin nach der Schulung tatsächlich noch ausgebucht, deswegen, also ich mache dann kein Geist mehr. Ausgebucht, aber das ist beim Unicorn? Oh, 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 Alter. Wow. Was? Hör mal. War das falsch jetzt? Kann auch, ähm, weiß ich nicht, beim Flamingos. Das war wieder, ach, das war wieder, ach, das war wieder hier so, wie nennt sich denn sowas? Ja, so ein bildes Wort. So ein Fettnäpfchen. Scheiße. Du bist halt ein Mann. Stell dir vor, Gruber, es gibt tatsächlich auch Menschen, die haben Dates. Ich sage ja, der hat einfach eine stramme Krawatte, weißt du? Ich weiß nicht, wie man Dates angeht, der macht das voll falsch. Kann ich nicht leugnen. Hm. Hm. Hm, das neue Jungtier für den Kopf. Ja. Ja, Peyton, dann bist du alleine im Dienst, du musst durchleiten. Ich bin nicht im Dienst. Ja, oh ja, du bist eingestellt worden. Ja, weil ich gerade eine Vorbildung mache, du, Hugo. Wo ist denn wo du warst? Weißt du, wo ich bei mir kokalinisch schon heute war? Was? Wie, wo? Ich bin seit 16 Uhr nur unterwegs. Aber ich auch. Ja, da könnte mein Leben da sein. Die Schlafschaf haben umgezogen, übrigens. Du hast einen Schlafsack? Nein, die Leute von, wie heißen sie denn? Hier, die Dinger. Paradise Outdoor. Wusstest du das, Charlie, dass die umgezogen haben? Ja, die sind doch bei der Seilwand, oder nicht? So, ich gucke euch jetzt nicht über Sandy, aber, was mir erschreckend auffällt, ist, dass ihr beide gleichzeitig tippt. Ja. Ich weiß nicht, ob da ein kausaler Zusammenhang besteht, oder ob das Zufall ist. Nein? Das war Zufall. Die reden gerade wieder indirekt über meine Haare. Ich rieche da. Siehst du, da habe ich eine Bestellung erstellt, Charlie. Ernst gemeinte Frage. Warte. Ach so, nee. Nee, doch, du hast den erstellt. Limo, Buchung und Peyton Cooper. Nee. Peyton Cooper? Wir wurden gelesen. Michael Cooper. Nee, ich habe erst Peyton hier von ihm gelesen und dann, ja. Nee, du hast den erstellt, ja. Wer ist denn Alexander? Neuer Mitarbeiter. Charlie, kann man dir noch irgendwie helfen, oder können wir jetzt hier weitermachen? Entschuldigung, ja, ich gehe dann mal wieder. Super, Charlie, pass auf dich auf. Ja, danke, bin da hinten. Wie lange ist Charlie im Unternehmen? Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit, um Taxi zu fahren? Nee. Ich renne ja auch von einem Problem zum nächsten. Für den Kindergarten hier manchmal. Bumsverein hier manchmal. So. Ja. Der hat mich jetzt total aus dem Konzept gebracht. Ja, du hast jetzt das Beispiel erzählt, genau. Genau. Genau, da ist natürlich wichtig, ne, da hat der Eber Venture passieren, dass wir natürlich auch einen Namen haben, wo wir die Rechnungen schicken, die Rechnungen kommen, die kriegen sie immer von mir, ja, die schicke ich immer raus. Und, ähm, am Anfang ist auch kein Problem, dass ich demjenigen die Bestellung dann dafür erstelle, ne, weil wir ja dann, also ich meistens ja im Kontakt erstmal mit der Person bin und wenn ich weiß, jetzt zum Beispiel Vicky würde diese Fahrt übernehmen, dann entweder gebe ich diese Infos erstmal weiter oder ich schreibe sie alles, was ich darüber weiß, in diese Bestellung rein. Oder wir machen so wie heute, ich gebe Cooper direkt die Nummer von dem, der das gebucht hat und dann können die zwei das untereinander ausmachen, wie, wo, was, wann, weil dann muss ich es nicht wieder dreimal weitererzählen, ne. Genau, ja. Genau. Ähm, bei einer Stundenbuchung von der Limousine gibt es eine Flasche Sekt dazu, ne, da kann, an den Schrank kann jeder mit dem Rang, äh, Seniorfahrer, genau, um die Flasche halt irgendwie vorher kalt zu stellen im Kühlschrank. Ähm, wichtig davor ist auch klar, äh, natürlich die Limousine einmal kurz angucken, ob alles in Ordnung ist, bitte das rechtzeitig machen, dass man zur Not vielleicht noch schnellstellt, dass man halt irgendwo hinfahren könnte, ja, weil wenn man jetzt, sag ich mal, um 21 Uhr eine Limo-Buchung hat und schnell fest, scheiße, beide Lampen hat es vorne rausgeschossen, oder die haben einfach einen Buckler, ja, schnell zum ACLS, ist mir dann auch egal, wenn Bennys nicht erreichbar ist und schnell die Lampen da einbauen lassen, ja. Ja. Äh, hatte ich eigentlich auch schon. Und das läuft dann einfach über, über Rechnung dann? Ja, die sollen dann einfach eine Rechnung schicken. Natürlich ist mir Bennys erstmal lieber, aber wenn die nicht erreichbar sind und es ist diese Notsituation, dann ist es so. Mhm. Das ist jetzt auch wieder Worst Case, ne, aber es kann passieren. Ähm, genau. Ansonsten ist das eben eine extra Bestellung, wie man an dem Beispiel heute sieht, ja, entweder Limousinenbuchung oder Shuttlebusbuchung. Äh, ich schreibe oben immer noch kurz mit rein das Datum und die Uhrzeit, damit jetzt zum Beispiel jetzt nicht nur einen Anruf kriegt und dann sagt einer, ich würde die Limo um 19 Uhr brauchen. Und dann sagt er, ja klar, kein Problem, dabei ist sie um 18.45 Uhr schon gebucht. Ja, deswegen steht das mit drin. Mhm. Ähm, die Überweisung, wenn das Bar gezahlt wird, ist tatsächlich ähnlich wie die normale Tageseinnahme, bloß es heißt dann wirklich Limousinenbuchung, der volle Name und das Datum von der Buchung. Ja, nur vorne der Text ändert sich. Warum ändert er sich? Weil ich tatsächlich für die Buchhaltung diese Sachen separiere, um zu sehen, was haben wir im Monat an Kooperationen-Einnahmen, an Events, an nur reine Taxifahrten, was sind eben Limousinen, ne, das filtre ich tatsächlich. Und damit ich das, äh, nicht schon im RTP filtern muss, ist das für mich so dann natürlich zu erkennen anhand der Bestellung. Wenngleich das natürlich vielleicht nicht unbedingt nötig ist, dass du eh die Überweisung selbst machst, weil es dann quasi in der Rechnung wird. Genau, ich sag, wenn derjenige Bar bezahlt, ne, dann brauche ich halt die Überweisung. Ja. Logisch. Gut. Ähm, andere Frage, hast du gerade Trinkgeld bekommen von denen, Kuba? Ne, ne. Das ist eben, naja, gut, reden wir nicht drüber, wenn es per Rechnung passiert, dann passiert das nicht. Ja. Und dann stehen wir da und kriegen voll viel auf einmal. Ja, das war das. Aber ich hab damit gerechnet. Und ich find aber, Limousinenbuchungen haben dann trotzdem so ihren eigenen Stil, die, die, was absolut mega ist. Deswegen ist das, find ich, ein spannender Ausgleich. Aber was natürlich auch dir, Vicky, dann bewusst sein muss, also man bekommt in der Regel eigentlich kein Trinkgeld, weil das halt dann auf Rechnung läuft und die Leute, dann Fahrer nicht zahlen. Und ich kann das auch verstehen, die, zum Beispiel jetzt gerade die Leute, die haben da ihren Abend, den Abend ihres, ihres, ihres Jahres. Und dann will der natürlich nicht irgendwie noch mir einen 100-Dollar-Schein oder so in die Hand drücken, ne. Der hat anderes gut. Und wenn das per Rechnung ist, ja, und da steht jetzt 500-Dollar, die überweisen dann zum Beispiel 600-Dollar. Dann kriegt ihr das aber auch von mir nachträglich, ne? Mit C, Feiny, absolut richtig. Kann ich ja auch verstehen. Hallo, Feiny. Dass man da dem Fahrer dann nicht irgendwie noch Geld zustecken will. Genau. Gut. Selb ist es natürlich dann beim Shuttlebus, ne, das ist die Shuttlebus-Buchung, Name, Datum. Ähm. Jetzt kommen wir da... Die richtige Schreibweise. Ein Unterschied, ne. Party-Bus gibt's auch oft, das wird gefragt, ja, das weiß ich, das kann nicht jeder. Hallo, Luca. Hallo, Feiny. Mir geht's ganz gut, und die Feiny? Na, ich bin nicht müde. Ich war am Anfang müde. Fahrgast, das sind dann die 25-Dollar, beim, ähm... Verstehe ich, Feiny. Andersrum. Setz dich so mit zusammen, wir haben eine, ähm, wie sieht das, eine Sparte. Ja, ich erklär's am Taxi-Beispiel. Ich darf zwischen 5 und 10-Dollar die Meile verlangen. Wir haben die 8-Dollar. Der weitere Fahrgast darf den Meilenpreis nicht überschreiten. Du hast gegant? Ja, ich gant dauerhaft. Und da nehme ich natürlich zu übel, nämlich den kleinsten, die 5-Dollar. Mhm. Also rein tödlich könnte man auch sagen, wir wollen 10-Dollar die Meile, und 10-Dollar den weiteren Fahrgast. Könnten wir theoretisch machen. Ja. Machen wir aber nicht. Selbes gilt natürlich für... Äh, Feiny, Freitag, PD-Einstellung, das weißt du aber, oder? Wahrscheinlich schon. Die Spanne war zwischen 300 und 600 Dollar. Ähm, haben wir uns halt, ne, für was entschieden. Dasselbe ist auch beim Meilenpreis wieder. Und dann selbe Prinzip darf den, der weitere Fahrgast darf wieder den Meilenpreis nicht überschreiten. Ähm, wir haben tatsächlich beides uns mal geschnappt. Komplett leer gefahren. Wir haben geguckt, wie weit kommen wir in einer Stunde, wie viel Sprit verfahren wir, schafft man das in einer Stunde, wie viel tanken wir, um dass sie wieder voll ist. Und was können wir im Endeffekt dann dafür verlangen, dass wir natürlich auch noch was dafür haben. Da sind wir tatsächlich mit dem Preis runtergegangen. Wir hatten früher die Limo 600 Dollar die Stunde. Und der Bus war bei 450. Ah, okay. Ähm, genau, der Bus ist jetzt bei... 18 Uhr. Es steht, glaube ich, immer auf alles im LLP, oder? Genau, genau. Ich erzähle es einfach mal kurz. Genau. Unterschied tatsächlich, und dann kommen wir auch gleich schon zum Praxisteil. Ähm, die Limousine ist natürlich auch ein äußerliches, anderes Auftreten. Man denkt vor der ersten Limo-Fahrt immer, oh Gott, da ist jetzt alles voll gestochen, und da muss ich jetzt voll aufpassen. Außer man fährt Modedesigner durch die Gegend. Ähm, wobei die auch sehr unterschiedlich waren, die zwei. Ja. Und war so alles egal. Der eine Drogenkonsument und der andere, ja. Ihr musst dich die Tür die ganze Zeit auf und zu machen, ich hab was die Krise gekriegt. Er so, lass mich selbst aussteigen, so ungefähr. Ja. Ähm, ich hab auch schon mal sehr hohe Leute vom Casa gefahren. Es wurde direkt nach zwei Minuten so vulgär. Okay. Ich sollte das Casa von hinten anfahren und einer hat angefangen zu lachen, weil die andere gesagt hat, fahr mal von hinten rein. Ne? Ähm, wenn man dann da mitlacht, dann weiß man auch gleich, okay, das wird keine gestochene Limousinenbuchung. So, ne? Das ist natürlich... Ne, unbedingt, äh, schließen, schützt sie. Das ist natürlich eine ganz andere Grundstimmung. Damit dir auch keiner vorwerfen kann, dass du auch ohne Ton da drauf guckst. Auch wenn du es vielleicht nicht tust. Ähm, unbedingt schließen. Dann hast du gar kein Problem irgendwie. Richtig. Richtig. Vielleicht möchte ich auch einfach nur ein bisschen Smalltalk und möchte abgelenkt werden. Genau. Ne? Vielleicht ist die einfach mega aufgeregt, so. Ähm, übrigens, kein guter Witz ist zu sagen, noch haben sie die Chance, dass wir woanders hinfahren. Ja? Habe ich einmal gebracht, habe ich, aber ich kannte die Braut. Bei der Hochzeit, hast du das ernsthaft gesagt? Ach du Scheiße. Aber ich kannte die Braut, okay? Du kennst aber auch nichts, ne? Ich war auch eingeladen. Aber soll ich dich woanders hinbringen? Noch hast du die Chance. Noch kann ich umdrehen. Ähm, ich sag auch gerne immer so bei Limousinenbuchung so auf Spaß, um die Stimmung zu lockern, sag ich dann immer. So, herzlich willkommen bei DantoCab. Allgemeine Sicherheitsweisung. Bitte nicht oben ohne aus dem Dachfenster lehnen. Dankeschön. Da machen immer viele so, ne? Ja, schön. Aber die sind tatsächlich dann nicht so gestochen, wie man sich das immer vorstellt. Gut, dann würde ich sagen, darfst du beides einmal ein Rundchen drehen und nicht immer gebe an Michael. Du weißt ja noch, wie, wo, was, wann, oder? Ähm, ja, wichtig ist natürlich auch das Berganfahren, was wir üben werden. Richtig. Und wir werden uns das mal gemeinsam angucken. Vicky, du hast jetzt eine wichtige Entscheidung, die du treffen möchtest. Ja. Hat sie. Ähm, womit möchtest du anfangen? Ich würde mit dem Bus empfangen, weil er hier gerade steht. Ja, alles klar. Traust du dir zu, den da rauszufahren? Schon. Ja. Ja, super. Das ist halt einfach nur ein etwas größeres Auto, würde ich jetzt mal behaupten. Oder gibt es irgendwas, worauf ich achten muss? Nö. Nö, grundsätzlich nicht. Das ist ja schon, da habe ich bei dir vergessen, Michael. Du hast bei dem Bus ist ja, ähm, der hat keine Notfallverpflegung. Der hat den Ersthilfekasten vorne im Handschuhfach, weil wir haben an der Seite hinten am Bus so eine kleine Klappe, wo man so Rucksäcke und so reinschmeißen kann. Ich vertraue dieser Klappe aber nicht so ganz, ja? Die ist jetzt für mich nicht so stabil wie so ein Kofferraum, sag ich mal. Ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen diese Klappe einfach und da denkt auch keiner dran und dann liegt da ewig alles irgendwie drin und deswegen ignorieren wir diese Klappe einfach. Okay. Busi, schönen Feierabend. Busi. Hast du gerade einen Frosch verschluckt? Ich, nee, das war Pagan. Was? Okay, du klangst auf einmal so an, dass ihr habt einen schönen Feierabend. Ja, Charlie, pass auf dich auf, bleib gesund. Ich, nee, ich bleib immer gesund. Also ich habe den Laden jetzt geschlossen. Ja, alles. Ist schon eine Früche. Ich bin stolz auf mich. Ähm, nee, ja, nee. Nee, würde ich auch nicht machen. Okay, mach das. Tschüss. Wir sehen nun. Macht die Streams ganz viel. Dann habt ihr keinen Stress mit dem Support, weil der Support sieht euch dann als Teilnehmer und das wollen wir alle nicht, dass euch dann Meta vorgeworfen wird oder so. Ist für alle besser. Ja. Was für ein Zettel? Wenn ihr die einfach schließt, dann. Vicky, der Zettel war cool. Ich war lange nicht da. Der Zettel, der die ganze Zeit da auf dem Tisch liegt, den die beiden Katzen bewachen. Ich schwöre, letztens haben beide Katzen zu diesem letzten Radios geguckt, in dieselbe Richtung. Ich habe mich dann davor, den selben Weg wie die gucken, bin ich dann langgelaufen so und dachte mir, ist hier irgendwas? Liegt hier irgendwo was? Soll das ein Hinweis sein? Da dachte ich mir, irgendjemand will mich hier doch verarschen. Habe ich sie einfach in die andere Richtung gedreht, ne? Ja, aber schön, dass sie noch beide da sind, freu ich mich. Weil ich gucke keine mehr. Mich wundert, dass tatsächlich jetzt der Zettel auch noch da steht. Ja, aber die Namensschilder sind weg. Die Namensschilder sind bei mir im Spinnen, weil wenn ich da ein Wärmungsgespräch führte, wie schaut das aus, wenn da Namensschilder stehen? Also, wenn man sich nicht kennt. Ja, gut, ne? Ja, gut. Ich wünsche euch was, ne? Ja, aber der Gedanke ist ja lieb. Michael, schickst du es damals. Oh. Danke. Eingeben, damit er, weißt du, ne? Ja. Michael. Mhm. Ich siehst du nämlich alles. Mhm. Alles klar. Mach mir auch ein bisschen Angst. Charlie, lässt du offen? Charlie, lass mal offen! Oh Gott. Ich habe es gehört, Cooper. Schrei mir das mal vorher. Der steht, der steht viele Fuß weg. Was für das Ohrschreie nach der... Alter, bin ich jetzt erschrocken. Ich mag Charlie. Ich habe telefoniert, will zu den Unkleiden gehen und auf einmal kommt mir die Tür hingegen. Ich habe einen Schrei losgelassen. Warte, was ist passiert? Mir kam jemand in der Tür von der Garderobe entgegen und ich habe telefoniert und habe halt nicht so... Ach ja. Ich habe nur Karte hingehalten und auf einmal kommt mir mit... Ich habe so geschrien. Du hast mich gestern auch ganz schön erschreckt. Manchmal habe ich das. Mhm. Hast du gehört? Der hat gehupt. So, lass uns jetzt beginnen. Vicky, du musst jetzt... Er weiß, wo die Hupte jetzt. Okay, ich muss jetzt gerade erst mal mein Handy auf stumm schalten, weil die gehen mir gerade alle auf die Nerven. Mach den, blockier die alle. Blockier die einfach alle. Mach ich auch immer so. Und ich fahr den kleinen Bus dann mal da raus. Genau, fahr den mal raus und dann steigen wir ein. Also einmal Planbesprechung petten. Ja. Als erstes Casino. Genau. Sollte sie immer eine Runde drehen. Und sobald sie sich bereit fühlt. Genau. Mal ordentlich bremsen. Und dann wichtig, bergan fahren danach noch, ne? Genau, das heißt, wir fahren runter bis zum Meteor Street. Ja, alles klar. Super. Und dann, ne? Die Schrägen. Äh, dann die was? Die Schrägen? Die Schrägen hoch. Ähm. Meteor Street Apartments und dann eine Höhe noch. Ah ja, genau. Bei dem, bei dem Baum, ja. Werden verfolgt. Ich hab auch das Gefühl. So, ich mach zu. Wir sitzen hinten. So. Also als erstes, Vicky, fährst du einmal rüber auf den Parkplatz. von dem Casino. Also hier links, links und rechts. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Busfahrer, Busfahrer. Hoch auf unseren Bus. Hier hast du übrigens auch Funk. Busfahrer, Busfahrer. Aha, Busfahrer. So, und dann drehst du hier ein paar Runden. Gibst mal einmal ordentlich Gas. Bremst einmal, um, um, also auch ruhig stärker bremsen, um einmal zu wissen, wie so der Bremsweg und so weiter ist. Und wenn du dich bereit fühlst, kannst du dann hier quasi runterfahren. Ja, ich merk schon, Vicky fühlt sich wohl. Ich glaub auch. Aber Vicky ist ja eh ein Fahrtalent. Im Gegensatz zu Charlie und Theo, oder? Hm, ja. Richtig. Der Bremsweg ist halt ein bisschen länger, ne? Aber das ist ja logisch. Äh, wollen sie sagen, dass ich dick bin? Hier fährst du jetzt rechts. Ist ja logisch. Da ist ja die dicke drin. Und dann fährst du beim, äh, Weinwood Police Department vorher einmal links runter den Berg. Ich erzähl euch da gleich noch eine lustige Geschichte. Oha. Ich hab mal ein Taxi gebraucht und dann hat mich die frühe Chefin mit der Limo abgeholt, weil sie gerade Ausbildung gemacht hat. Und dann musste die ja in den Smalltalk gehen mit meinem Mann damals. Dann sagt er, ja, wir haben jetzt ein neues Bett kaufen müssen und so. Und dann sagt sie, oh, und wie ist ihr Bett? Und ich hab in dem Moment gesagt, hallo, das geht sie einfach einen Scheißdruck an. Hier rechts. Die wusste halt nicht, dass ich eine Mitarbeiterin bin. Die hat halt wirklich so, ne? Werden wir Fahrgäste. Äh, Vicky, fahr hier mal rechts dann, der nächste. Da werde ich jetzt auch den ganzen Abend ein Orgum von haben. Meine Huch. Ja, man, steht hier auch so ein Schild, dass man nicht mit dem Fahrer sprechen darf? Ne, ne? Warte, ich gucke. Ne, ich darf nur nicht rauchen. Okay. Was ist das denn für ein Partyboden, den man nicht rauchen darf? So, und jetzt nimmst du schon mal den rechten Fahrstreifen hier und hältst auf Höhe der übernächsten Laterne. Also hier, bei der Laterne. So, und dann fährst du jetzt mal so beim Berg an quasi, ne? So, dass wir in Bewegung kommen. Entweder, das ist viel überlassen, ob du das mit Gefühlen machst, das Gas schleifen lässt oder ob du Kickdown gibst bei dem Automatikwagen. Ähm. Probier dich aus. Das hat doch gut geklappt, ja. Dann waren wir frei. Super. Und dann kannst du eigentlich wieder zur Zentrale fahren. Außer die Chefin sagt was anderes. Nö. Super. Ja, wir fahren in die Zentrale, ja, wir fahren in die Zentrale und der ganze Bus muss pipi gehen. Nein? Ne, ich nicht. Ähm. Habt ihr auch früher als Kinder immer auf dem Rückbank gesessen und gefragt, wann wir da sind? Ja. Es gibt ein Video von mir, hat mein Dad gemacht, da wurde mir gesagt, dass wir nicht zu einer Fastfoodkette fahren und ich breche dann in Tränen aus. Oh nein. Das ist großartig. Ich mach dir auf gleich. Soll ich jetzt schon aussteigen oder möchtest du noch einen Schritt vorfahren? Die Frage wäre jetzt, ob es nicht immer sinnvoll ist, wenn ich einfach direkt rückwärts reinfahre. Das wäre pfiffig, ja. Dann mach ich jetzt auf, ja? Ja, mach das. Ich hab immer ein bisschen Angst, dass dann der Fahrer weiterfällt. Warte. 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 Das sieht gut aus, Dicki. Fahr nach Gehör. Piep. Nach Gehör? Piep. Ja. Sehr gut. Das sieht gut aus. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Du musst mal weiter vor, sonst kannst du nicht aussteigen. So ein bisschen auch mit Bande fahren ist da auch wichtig. Piep. 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 Super. Mit Bande. Nimm die Bande mit. Also raus. Raus. Verweinbar. Ne, ist auch super gelaufen. Ja, ich dachte, wir gehen hier hoch. Hast du was anderes von ihm erwartet schon? Hä? Was wolltest du denn sagen, Peyton? Das Tor ist wieder zugemacht worden von mir. Okay. Was wollte ich denn sagen? Ja, toll. Du hast angefangen mit, ich finde aber, und dann ist er weggegangen. Ich finde aber, dass die, Vicky das richtig gut, oh, das ist hier, kommen wir da vorne rum? Ui. Oh, wow. Wow. Toll, super, super. Ich gehe vorne rum. Ja, sehr gut. Ist auch schön. Ich meine auch. Alles klar. Und Vicky fährt raus. Hier ist der Türgriff. Ja, sehr gut. Das ist eine Limousine. Eine Stretch-Limousine. Ihr seid so toll. Die hat gesagt, wir sind toll. Hast du das gehört, Peyton? Ich habe ein bisschen eine 1 plus bekommen von ihr. Ich mache auf. Wir sind toll. Ja, super. Machst du jetzt auf oder ich? Also ich. Okay. Ich wollte nur nachfragen, sonst machen wir das doppelt. Das wäre ja ärgerlich. Ich finde ja diese Beleuchtung so absolut genial, ne? Peyton, war das vorhin auch schon? Nein. Das ist neu, oder? Ja. Ja. Ja, toll, super. Oh, hi. Hallo. Vicky, hörst du mich? Ja. Jetzt machst du das gleiche nochmal. Schreist du mir so ins Ohr? Also als erstes einmal auf dem Parkplatz fahren, bitte. Boah, das sieht ja schon geil aus, ne? Ich muss mal da vorne im Fach gucken, ob da was drin ist. Ne, leider nicht. Boah, Vicky hat doch ja auch wirklich einen rasanten Fahrstil, ne? Ich würde aber schon mal gerne da oben ohne rausgucken. Ja. Das wäre schon cool. Also hier fahre ich tatsächlich so rasant, weil ich wissen will, wie die Fahrzeuge in den Kuchen liegen. Das ist wichtig, ja. Ja, auch absolut richtig und wichtig. Ne? Ist auch Jugendsprache so ein bisschen. Wow, wow, wow. Ähm, ne? Nicht gut, ne? Richtig und wichtig. Richtig und richtig. Worum geht das eigentlich genau? Hm? Das hat ja heute Morgen auch schon angefangen. Ach ja, stimmt. Du bist heute einfach ein bisschen aggressiv drauf. Einfach dieselbe Strecke nochmal, ja? Ja, genau, dieselbe Strecke nochmal. Es gibt ja mittlerweile auch Autos, die merken sich, wo du langgefahren bist und fahren den Weg dann einfach rückwärts. Genauso brauchen wir das jetzt quasi nochmal, nur vorwärts und mit dem anderen Auto. Das hast du jetzt mega kompliziert erklärt. Ne? Super. Ich finde diese Autos genial. Was ist das eigentlich mit dir und diesem Super? Weiß ich auch nicht. Das ist unfassbar. Ne? Ich finde das auch gar nicht pfiffig, ey. Mein Wortschatz ist irgendwie so enorm winzig, dass ich mich immer an demselben bediene. Nervt dich das nicht? Also ich wurde darauf angesprochen, dass ich total oft Wunderbärchen sage und seitdem ist mir das immer unangenehm. Ne, mir ist das überhaupt nicht unangenehm. So, Vicky, es gibt dein Bestes. Ist ein bisschen spieliger, ne? Halt für Michael den Mittelfinger ins Gesicht. Hallo! Ja, geht doch ganz gut. Das ist halt ein ziemlich langes Auto. Wann hast du denn morgen? Mh, ne? Also, ich habe heute schon Bewerbungsgespräche, Fortbildungen. Ich bin noch in einer Fortbildung, die gleich fertig ist. Also mir reicht es eigentlich für heute mit Reden. Aber du kannst... Ach, jetzt ist keiner im Diener. Auch hier musst du dann einmal die Spur blockieren, quasi, zum Drehen, damit du rückwärts da reinkommst. Erstmal gucken, dass keiner kommt, ne? Ja, das ist schon mal gut, ja. Warte mal, pass mal kurz auf, ich muss morgen noch da... Ich mach einmal auf. Ja, danke. Guten Abend, hallo Tomate. Kommt Paten da raus? Ja, ne? Ja. Weiß ich nicht. Kommt sie? Ich glaube schon, ja. Ja. Super. Bin raus. Boah, warum ist halt gar nicht so cool? Boah. Scheiße, fast hingefallen, ey. Junge, Junge, Junge. So, was machen wir jetzt hier? Es ist ganz schön kuschelig hier. Hm. Hm. Super. Alles klar. Sie haben telefoniert? Ja, das wusste ich auch nicht, offenbar schon. Dann war das jetzt peinlich. Bis morgen. Hallo Marcel. Was? Nichts. Wir haben gerade darüber geredet. Habe ich selbst Gespräche für? Nein. Ob du deine Frisur schon so lange hast, weil die steht dir immer noch so gut wie am ersten Tag. Was laberst du? Was willst du? Wir wussten nur nicht, dass du telefonierst. Ja. Ja. Hey, du hast doch mitgekriegt, dass ich in der LeMorgen angefangen habe zu telefonieren. Ich habe nur mitbekommen, dass ich einen Mittelfinger im Gesicht hatte. Ja. Aber das finde ich übel. Das war ja auch schon morgen schon mal eine Begrüßung. In der Akte vermerken. Ja, es tut mir leid, aber da hatte ich ja auch einen Krampf. Das ist wirklich fair. Da muss man vielleicht mal quasi zum MD mit. Nee. Hast du das auch nach dem Aufstehen dann quasi immer, dass du die nicht so... Ja, ich schlaf so. Ja, das ist das Problem von den meisten. Das ist die Foto von mir in diesem Brut-Dings. Warum danke eigentlich? Hallo, wollte ich sagen. Du stellst dir deine Brutkasten? Oh, warst du eine Frühgeburt? Ein bisschen. Ja, weil dann ist man, glaube ich, in so einem Brutkasten quasi. Ja, da gibt es ein Foto, wo ich so drin liege und zeigt der Mittelfinger. Da habe ich so die Hand in meinem Gesicht und dann... Das ist wild. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es nicht Brutkasten ist. Doch, das heißt irgendwie so, ich wünsche das jetzt, Mann, ey. Das heißt doch nicht, Brutkasten. Das heißt doch nicht, Brutkasten. Ah, du wünschst doch. Also zumindest nicht, wenn es für Menschenkinder ist. Der Inkubator. Nach einem Frühgeburt stehen eben diese Ressourcen nicht mehr... Ja, doch, der Brutkasten simuliert die physiologischen Bedingungen der Frau quasi. Also das heißt, als Inkubator Brutkasten für Babys. Das ist der offizielle Begriff. Also Inkubator sagen wahrscheinlich die ganzen Leute im MD, also diese ganzen Leute, die Ahnung haben, die Geld verdienen, die reich werden, die dann Fister fahren. Aber der normale Bürger, der Bürger, der hier steht und Frieden, Freiheit und Demokratie sichert, ja, und für das Wohlergehen der Gesellschaft sorgt, der kann auch Brutkasten sorgen. Sorry, ich wollte nur einmal kurz sagen, dass das Brutkasten völlig legitim ist. Ich habe irgendwie, glaube ich, nach dem zweiten Wort abgeschaltet. Ich auch. Das ist immer so, das ist unfassbar. Heftig. Heftig. Das war auch jetzt, wann sind wir zusammengefahren? Nee, vorgestern. Vorgestern. Da war ich alleine im Dienst und er kommt. Und stellt sich neben mich und redet und redet und redet und ich habe keine Zeit anzuworten. Und ich frage ihn dann auch, ob du irgendwie von der Biene gestochen oder hast du zu viel Kaffee getrunken? Und dann, deswegen die Frage, ob du wieder zu viel Energy getrunken hast. Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber ganz schlimm. Na super. Hat er in einer Tour geredet? Ich rede aber auch gerne viel. Ich fühle mich jetzt sehr fortgewildert. Ich fühle mich jetzt beförderungsreich. Direkt zum Ausbilder. Also würde ich jetzt anrufen, würde ich jetzt anrufen quasi und sagen, so, ich möchte jetzt eine Fahrt, ich möchte für meine nicht vorhandene Frau möchte ich quasi eine Fahrt von Palito Bay. Oh mein Gott, der steckt bestimmt mit so einer Socke, mit so einer Handpuppe ein. Ach du Scheiße. Oh ja, wie mit so einer mit so einer getrockneten... Weil da wird die nämlich eingeäschert. Und was machst du denn da? Mit so Klebekuller Augen dran. Ja. Super. Wir haben dir gar nicht zu. Aber die arme Frau, die da eingeäschert wird. Was? Wird man eigentlich im MD eingeäschert? Ich glaube, das ist extra scheiße, dass du zuhörst. Wird man eigentlich im MD eingeäschert? Ich weiß es gar nicht. Ich frage die mal. Wer ist das? Mach der Bestatter, du. Ich mag der Bestatter. Ja. Na gut, man braucht auch dafür Jobs, ne? Klar. Finde ich gut. Wir hatten schon mal eine Kooperation mit denen. Muss man dann auch eine Ausbildung machen? Was? Downtown Cap zum letzten Ziel. Ernsthaft? Das ist ja vielleicht ein bisschen makaber, oder? Finde ich aber wild. Können wir das machen? Ja, oder? Weiß ich nicht. Downtown Cap und Co., wir fahren sie auch zu ihrem Tod. Dann brauchen wir mal bitte noch ein schwarzes Taxi. Und wie ist das, wenn ein Fahrgast eine Urne dabei hat? Ist das dann ein weiterer Fahrgast? Ja, klar. Oh, schwierig. Von irgendwas müssen wir leben. Naja, es ist aber doch kein weiterer Fahrgast. Ja, klar. Glaubst du also wirklich, dass die Seele schon dann quasi die Asche auch verlassen hat? Oder glaubst du eh nicht an dein Leben danach, Vicky? Oh, das ist interessant. Also ich glaube, dass so ein Häufchen Asche keine Seele mehr hat. Nein. Würdest du denn, wenn jetzt eine, wenn irgendwer stirbt, den du liebst und der eingeäschert wird und dann auf dem Friedhof steht, würdest du dann da noch hingehen? Ja. Okay, warum? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, viele Menschen haben trotzdem einfach diese, im Unterbewusst, die Hoffnung, dass man dann dieser Person dadurch nahe kommt. Ja. Ja, oder halt einfach gehört wird oder so. Aber das hat ja nichts damit zu tun, ob jetzt Asche noch Seele hat. Ja, schade. Habe ich mich verrannt. So, ich gehe jetzt aus der Tiefe. Aber ich fand die Frage gerade wirklich interessant. Ja, ne? Danke. Die meisten reden dann ja auch da mit der Person, also. Mit dem Stein. Mit dem Stein. Also auf meiner Urne, ich habe ja schon alles bezahlt und alles so, ne? Damit da keiner irgendwie Kosten für mich, ne? Schon alles geregelt. Ich wollte erst drauf schreiben, bitte nicht schubsen. Wenn ich übrigens im PD-Dienst sterbe, ja, Peyton? Ja. Dann möchte ich eine Baumbestattung. Eine Baumbestattung? Das habe ich tatsächlich mal, äh, also. Ich habe aber gelernt, dass die Baumbestattungen, die sind, wo keine Angehörigen da sind und eben keine Mittel. Ne, das habe ich nicht gehört. Weil ich finde nämlich, die Vorstellung ist super. Wenn du, stell dir mal vor, also ich werde eingeäschert und dann wächst quasi, also natürlich braucht man ein bisschen Fantasie für, dass man sich einbildet, dass der Baum nur aus dieser Asche gewachsen ist, weil das natürlich nicht stimmt. Aber man kann es sich ja trotzdem einfach so verinnerlichen. Aus dieser Asche wächst dann ein Baum raus und dann können alle Leute immer wieder dahin gehen und sehen Leben und nicht den Tod, weißt du? Ich finde das super. Ich kann auch deine Asche nehmen, nehmen ein Paper und einen Tipp und dann drehe ich mir einen Joint daraus. Das stimmt, ja. Das wäre auch denkbar. Wobei das natürlich wirklich sehr, sehr unchristlich wäre, ne? Aber dann habe ich dich weg. Ich bin ja auch nicht christlich. Und dann kommst du in die Hölle. Boah, krass, ey. Boah. Also ohne das Böse zu meinen, aber ich glaube, dass Paten so oder so in die Hölle kommt. Danke. Echt? Warum? Ich komme auch in die Hölle. Ja, das stimmt, du schon. Glaubst du daran, Michael? Was? Mit Himmel? Und ich bin Atheist. In Himmel komm. Aber... Ich auch. Also was erzählst du mir jetzt? Weiß ich auch nicht. Ich konnte es ja versuchen. Ich glaube an das Gute im Menschen, ne? Aber vielleicht werde ich wiedergeboren. Und vielleicht hängt das davon ab, was ich tue, wie ich wiedergeboren werde. Ob ich eine Spinne werde, die dann einfach getötet wird. Oder ob ich, keine Ahnung, als US-Präsident... So. Oder ob ich als US-Präsident wiedergeboren werde. Weiß ja keiner, ne? Ganz sauber. Ihr zwei seid so... Also wie ist denn? Weiß ja keiner. Ja, aber vielleicht wirst du auch... Weiß ich nicht. Oder vielleicht... Vielleicht bin ich dann auch einfach weg. Man kommt nie wieder. Das wäre ja auch traurig eigentlich, die Vorstellung. Aber vielleicht ist so die Wirklichkeit. Wir wissen das doch alle nicht. Also das Schlimmste, was ich fände nach dem Tod, wäre tatsächlich, wenn man wirklich so als Geist irgendwie auf der Erde weiterbleibt... Ich finde das gut, dass Michael eingestempelt ist. Also am Anfang wäre das gar nicht so witzig. Weil man keine Ruhe findet. Man findet nicht den... Gibt's doch auch so Filme. ...dass du gar nicht weggehen kannst, weil irgendwas noch nicht erledigt worden ist. Ja, noch nicht mehr, weil noch irgendwas... Sondern wenn es halt einfach wirklich so wäre. Also ich glaube, am Anfang... Michael kann mir seiner Zunge klatschen. Das ist super, ne? Halt, dass man alles sieht. Ihr seid doof, Leute. Irgendwann wäre es halt auch, glaube ich, dann einfach echt traurig, wenn man dann irgendwie so Freunde verwandt hat. Wenn irgendwas ist, man kann nicht helfen, man ist nicht da. Also das wäre, glaube ich, so für mich das Schlimmste. Kann ich verstehen tatsächlich. Okay, also wir wissen, Cooper möchte... Baumbestattung. Ich hoffe, ich hoffe zwar nicht, dass das passiert, aber ich muss tatsächlich eine Sache sagen. Ich habe das Gefühl, das Berufsrisiko ist extremst hoch. Ich habe die letzten Tage, habe ich mindestens vier... Vielleicht auch drei. Sagen wir, drei oder vier Officer gefahren, die allesamt angeschossen wurden und knapp überlebt haben. Das macht mir so ein bisschen Sorge. Vor allem, da frage ich mich, die tragen doch immer so eine coole Weste. Ist die eigentlich nur Mode oder kann die auch was? Also... Ja, aber die schützt ja nicht den kompletten Oberkörper, oder? Nee, aber die hatten zum Beispiel einen Schuss in der Schulter. Da frage ich mich, in der Schulter? Ich hätte gedacht, zum Großteil ist das abgedeckt von der Weste. Das ist... Ich finde das absolut furchtbar. Weil die nicht genau an der Schulter auf ist, wo der Arm beginnt? Ja, aber du hast doch quasi da diesen... Wie nennt man das denn? Also diese... Das führt doch quasi da drüber. Die muss ja irgendwo halten. Und dann ist doch dadurch eigentlich die Schulter abgesichert. Achso, meinst du? Ja, aber du hast ja quasi, wenn du jetzt zum Beispiel... Da sind keine Panzerplatten drin, ne? Wenn du deine Waffe hältst... Ja. Dann hast du so ein... Deine Achsel ist ja nicht geschützt. Stimmt. Wenn du dann halt doof seitlich getroffen wirst, kann die Kugel ja so dann auch ins... Das stimmt schon. Ja, auf jeden Fall... Du musst ganz kurz telefonieren. Ja, klar. Ja. Vicky muss weg. Ich glaube auch, dass so ein Schuss auf die Weste trotzdem ziemlich wehtut. Furchtbar, das ist die Hölle, klar. Aber die Leute... Musst du schon mal Paintball spielen? Ja. So steh ich mir das vor. Ich glaube, das ist sogar noch schmerzhafter. Also ich bin ein großer Fan von PD-Serien. Die haben dann ja auch immer riesenblaue Flecken danach und so weiter. Was guckst du da? Ruki. Kennst du Ruki? Super. Super. Naja. Naja. Ich finde das gut, dass wir immer noch eingestempelt sind. Wir müssen uns jetzt auch mal ausstempeln. Naja. Mal gucken, wie fleißig ich heute schon wieder war. Oh, ich muss die Überweisung machen für meinen ganzen Dollar heute. Ich hatte heute das Beifahrt-Normale, ey. Was für eine Enttäuschung, ey. Bitte? Ich bin ein Tier? Du Tier. Super. Ich will ein Löwe werden. Echt? Ich will ein Löwe werden. Okay, das finde ich aber... Die Frage müssen wir nochmal klären. Vicky, auflegen jetzt. Wow. Wow. Weil mich würde interessieren... Peyton, dann musst du mir das beantworten. Wenn du die Wahl hättest, zu entscheiden, als was du wiedergeboren wirst, egal ob Mensch oder Ameise, alles dazwischen geht, was wärst du? Ein Falke. Falke? Oh, das ist auch cool. Aber dann so in einem Naturschutzpark in den USA. Ja, nicht irgendwo eingesperrt. Ja. Boah, das... Ja, das stimmt. Das hätte auch was. Boah. Da kann ich alle auf den Kopf kacken. Ja. Oder wir hatten so eine Möwe, so eine Taube in Venedig oder so. Die haben sich das auch so... Die haben sich das auch so leidenscheif gemacht. Wirklich, mit dir rede ich nicht mehr. Du bist einfach gegangen. Fand ich jetzt traurig. Ja, weil ich telefonieren musste. Aber Falke ist tatsächlich eine gute Idee. Ich glaube, ich wäre einfach ganz langsam und würde sagen, Mensch, würde ich tatsächlich nochmal gerne werden. Okay, aber wenn du diese Chance nicht hättest, wieder ein Mensch, als Mensch wiederzukommen. Dann wäre ich ein Pinguin. Wobei, die haben es auch nicht einfach. Ich sehe dich so eher als Schnecke. Also... Kann ich irgendwas mit dir facken, dass die Wilden rumbumsen? Bist du schleimig? Ah. Pinguine sind voll süß. Wenn Pinguine einen Partner fürs Leben gefunden haben, dann schenken sie sich gegenseitig Kieselsteine und dann bleiben sie ein Leben lang zusammen. Ja, aber irgendwas war doch da mit den Weibchen mit dem Rumbumsen. Das weiß ich gerade gar nicht. Bei Pinguinen wurde tatsächlich auch mal wissenschaftlich beobachtet, dass die tatsächlich Jungtiere, die die Eltern verloren haben, aufnehmen. Sonst bei ganz, ganz wenigen Lebewesen nur tatsächlich der Fall. Bin ich auch. Bin ich super. Ja. Ja, geil, Alter. Dann würde ich jetzt tatsächlich auch mal den Dienstaustritt antreten, ne? Den Dienstaustritt antreten. Ist auch eine schöne Formulierung, oder? Ja. Super. So, was ist denn das hier? Wo ist denn meine Bestellung? Da. Als welches Tier würdest du wiederkommen, Vicky? Vicky, Löwe. Löwe. Okay, dann machen wir einfach die vier Los Santos-Stadt, wo sie könnten. Ja, so gerne Löwe. Löwe und wo? Ich brauche noch einen vierten. In welcher Gegend der Erde? Die haben die definitiv nicht in Gefangenschaft, also das geht gar nicht. Ja, aber ich überlege, wo ist es für Löwen am schönsten? Ich weiß, wo sie wäre als Löwe. Sie würde dann an so einer Kante sitzen und sagen, alles, was das Licht bedeutet. Ja, aber die Babi da Babo. Ja, das kann man auch machen, ja. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Echt? Habe ich nie geguckt. Ich kann nicht immer noch weinen, ne? Ich kenne nur den Clip. Wie kannst du nur? Schande. Von Venture Tube, da wird ja immer der Clip eingespielt, ja. Aber es gibt auch davon auch ein Musical, oder? Habe ich gesehen. Echt? Wie kann man, wie kann man, also wie geht, also? Hast du den, was hast du für eine Kindheit gehabt? Hm, schlechte. Ich glaube, wir müssen einen Filmeabend machen. Oh ja, bitte. Mit Chips im Bett. Boah, das ist krass, ey. Ich habe König der Löwen nie geguckt, ne. Es ist ein Chip. Es ist zumindest nicht so, dass ich mich daran erinnere. Ich kenne nur diesen Clip. Ich stelle mir das gerade vor, wie wir zu dritt im Bett liegen mit dem Chip und dem König der Löwen. Chips, komm, 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 König der Löwen. Alle drei Teile? Es gibt drei Teile? Ja, der dritte ist scheiße. Ich dachte, es würde einen geben. Der erste ist der beste. Drei Teile? Boah, krass, ey. Der beste, der zweite geht so, der dritte ist scheiße. Und du musst da auch aufpassen. Warum läuft Ghostbusters im Hintergrund? Oh yeah. Und irgendwann machen und du musst mitsingen. Wir müssen vorher üben und dann müssen wir mitsingen. Ich habe tatsächlich eine Gesangstimme, ne? Das sind viele gar nicht. Hallo! Ach der Scheiße. My heart will go on. So ungefähr. Ich habe wirklich eine Gesangstimme. Ich habe auch überlegt, ob ich mich dann nicht tatsächlich mal irgendwo mitbewerbe. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, wenn ich ehrlich bin. Also, hä? Glaubt ihr nicht, dass ich das Potenzial hätte? Nein. Wow. Wow. Kannst du dich jetzt anlügen? Ja, bitte, damit er sich auf die Bühne stellt. Oh mein Gott, das war so gut. Ich rufe sofort bei World of Dings an. Ja, mach mal wirklich. Ihr braucht mir nur einen Text geben. Ich habe alles raus, ey. Wow. Ich kann das wirklich sehr, sehr gut. Du musst bei dir einen Text geben. Also, wenn du wirklich ein Sänger wärst, dann gibt es Lieder, die du ausführlich kennst. Nein, äh, ähm, ähm, ja, ich kann eigentlich nur My Heart Will Go On auswendig von Celine Dion. Das kann ich, ne? Every night in my dreams, I see you, I fuck you. Und so geht's dann weiter. Also... Gutes Willen. Ne? Ne, aber wir müssen jetzt auch wirklich los, ey. Also, das ist jetzt... Ich glaube, ich habe einen Tinnitus. Wovon? Was? Wovon? Was hast du gesagt? Ich bin gerade echt... Beeindruckt von meiner Stimme, oder? Ich habe gerade diesen Dean Cooper und Dean Cooper im Kopf. Es ist echt verwirrend. Ja, super. Boah, das ist schlimm. Ich bin einfach ein Sprachtalent. Das ist ungefähr genauso wie bei Ian. Das ist krank. Also, das ist wirklich krank. Ich, ähm, ich bin gerade echt... Go, es passt das. Also, das ist... Dieses Talent, das ist so vergeudet, dass du das jetzt erst mitteilst, dass du... Das muss die ganze... Ich finde, wir sollten sofort an den Stadtpark fahren. Poste, Vicky, poste. Cooper singt für uns. Stopp, 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 stopp. Nein, das dürfen wir den anderen nicht vorteilen. Moment, Moment. Okay, wir machen folgendes. Wir machen folgendes. Das nächste Mal... Gibt es denn so Talentshows irgendwo oder so? Das nächste Mal, wenn irgendwo Talentshows oder so sind, dann gehe ich da hin und singe My Heart Will Go On. Okay. Ich freue mich da drauf. Können wir nicht einfach so... Downtown Cap sucht den nächsten Superstar oder irgendwie so was? Machen wir. Ich gebe das sofort an Mike weiter, ans Marketing. Kein Problem. Welcher Mike? Ist das dieser Unternehmensberater? Ja, Mike O'Connor. Mit dem Penisauto? Penisauto? Was? Ja, meine ich mit dem anderen. Mike... Ich war mal letztens irgendein... Oh nein. Ich möchte ein DTC-Talent... Nee, nee, er ist jetzt... Sing, sing. Sing-Mettbewerb. Er hat echt... Talent. Talent, was gehört werden muss. Ne? Finde ich auch. Aber da muss doch jeder mitmachen, sonst ist es langweilig. Jeder muss mitmachen, klar. Du auch, Peyton? Peyton auch. Peyton kann unheimlich gut Gitarre spielen. Oh Gott, ich hab die Uwe von Connor gar nicht so was Doofes. Aber okay, wollen wir das so machen, bei der nächsten Talent-Show? Bei der nächsten Talent-Show machen wir... Okay, bei der nächsten Talent-Show machen wir quasi... Machen wir quasi alle drei mit. Vermisst dich sehr. Ich freu mich da voll drauf. Ich muss das jetzt auf den Schirm auch... Vielleicht auch zum Varieté oder so. Wir können auch... Wir drei können auch ne Band machen, dann singen wir einfach deinen Background. Dann sind wir so... Oh, das ist echt schlecht. Sing nochmal kurz, fang nochmal kurz an. Oh Gott. Wie willst du zu My Heart Will Go On Background singen? Every night in my dreams, I see you, you. Eine Frage ist nämlich dann die Jugend-Freiheit. Okay, das können wir tatsächlich eigentlich so machen. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das müssen wir uns so merken, ausschreiben und dann genauso machen. Oh, warte, warte, warte. Können wir den Teil nochmal singen? Können wir nochmal auf anderen anfangen? Okay. Every night in my dreams, I see you, you. Hey, das ist doch mega. Tomato, wie findest du das mit den Emotes? Also, ich... Wir gewinnen das Ding. Ich will dir jetzt euer Wort, dass wir das wirklich machen. Ja. Okay, super. Ja, das wird super, wenn dann deine ganzen Kollegen vom PD dann zuhören und zugucken. Das wird super. Ja. Ich hab damit kein Problem. Ah, ich glaube, ich muss morgen nochmal nach Hause. Meine Mutter hat irgendwie gesagt, ich soll mal vorbeikommen. Wird auch ein bisschen länger dauern. Vielleicht melde ich mich beim Kasa lieber mal ab. Mein Taxi ist da. Was soll denn das bedeuten? Und wer ist dein Taxi, momentan ich gehe raus und gucke? Da steht jemand. Da steht jemand. Mein Spaß, hast du dich auch schon ausgestempelt, Vicky? Ich stempel euch gleich aus. Komm, wir... Was habt ihr vor? Na, was habt ihr vor? Wir wollen eine Kostprobe geben. Guck mal. Was? Okay, aber eigentlich, Peyton, eigentlich darf das keiner erfahren, was ich für eine Stimme habe. Das muss Überraschungsmoment sein. Okay, wie nennen wir uns? Wie nennen wir uns? Also... Die wilden Drei. Ja, guck mal, ernsthaft? Okay, anderer Name. Gischmisch, danke. 9-11 frage ich immer gerne. Ich finde das... Aus New York finde ich das immer interessant, die Frage. Okay, wir brauchen einen anderen Namen. Tu... Tu... Okay, das ist wild. Das finde ich gut. Okay. Weil wenn man bedenkt, was er singt, finde ich das echt gut. Hä, das Lied ist mega. Ich höre das voll gerne. Wieder diese Stelle. Ich höre das wirklich voll gerne. Ey, das ist ja unfassbar. Das ist Kulturgut auch so ein bisschen. Ja? Ja. Klar. 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 Ähm. Ich, ähm, ja. Du möchtest jetzt gehen, klar, ich verstehe. Ja, ich stempele uns mal alle aus, ja. Ich will nicht, dass... Aber lass mich ruhig eingestempelt auch. Brauchen wir nicht Geld. Ja, wir haben mich auch gerne. Wir gehen hier. Rose hat es auch vergessen. Wir müssen alle rausschmeißen hier. Super. Ich brauche auch mehr Geld. Ich brauche mein eigenes Auto. So. Feierabend. Ey, geil, ey. Ich danke euch, ne? Das wird so gut. Das wird mega. Du kannst auch so eine Aufführung machen, wo du sagst, ich singe jetzt ein Duett und dann gucken alle voll komisch. Und du machst einfach so zwei Stimmen. Ach so, so. Hallo, na. Und jetzt. Okay. Das kann man machen, ja. Ja, es gibt doch so, es gibt doch hier so, ähm. Da brauche ich ein Lied für was. Du darfst gerne herkommen, wenn du möchtest. Da gibt es auch dieses eine hier mit dem... Ja. Wunderschöne. Something stupid like I love you. Das kannst du zweistimmig singen. Die Frage ist, ob ich das auch wirklich singen kann, ne? Die Betonung liegt ja auf dem Können, ne? Also, ich werde mir da nochmal Gedanken zu machen und wir warten ab. Ja? Was? Kuba, also bei dir muss ich mir über das Können keine Sorgen machen. Viel bessere Idee. Ja. Er singt einfach zwei verschiedene Lieder von zwei verschiedenen. Und zwar... Und ich sing die... ... und Spice Girls. Backstraight's back. All right. So, tell me what you want. Did you really really want? Ach du Scheiß. Krieg auf keinen Fall hin. Nein, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Auf keinen Fall, nein. Also, wenn du My Heart Will Go On hinkriegst, dann kriegst du das auch hin. Ja, My Heart Will Go On ist schön leise, langsam. Das kann ich singen. Leise war das jetzt gerade nicht. Hier war langsam. Ach, langsam. Da kenne ich ja auch die Lyric schon auswendig von My Heart Will Go On. Das andere ist jetzt auch nicht wirklich anspruchsvoll. Möchte ich wissen, was hier gerade los ist, oder? Nein, auf keinen Fall. Siehst du nochmal? Okay. Ich bin Pedro. Hallo Pedro, ich bin Maike. Wir planen gerade große Sachen tatsächlich. Aber wir dürfen dir nicht so viel erzählen. Vicky erzählt das wahrscheinlich eh gleich. Aber wir erzählen dir trotzdem nicht so viel, weil wir haben nämlich Großes vor, wie gesagt. Und das ist auch so ein bisschen Datenschutz auch. Und wenn wir das jetzt nämlich schon in die breite Öffentlichkeit treten, dann... Ja, das ist keine Überraschung mehr. Ne, und dann kriegen wir auch wahrscheinlich Konkurrenz. Wer ist das jetzt? Das wäre richtig super. Ja. Oh. Hola, hola. Hi. Hallo. Hi. Wir kommen gerade von Calvin, sie? Der hat uns gesagt, wir sollen uns immer hier melden bei einer Senioriter. Von wem? Von Calvin. Ich rufe ihn am besten mal an, Sir. Es geht um eine Casa, ein Westbusy. Ich glaube, die herrschaften Wissen ist nichts davon, Singh. Ich glaube, die herrschaften Wissen ist nichts davon, Herr. Sie, ich glaube auch nicht. Okay, Calvin ist auch nicht der Reisbord, das ist verdammt. Das ist jetzt von der Bein nicht im Moment, Mann. Ich kenne Pein, ist der Moment, Herr, der hat gefragt. Nein, nein, alles gut, alles gut, gleichfalls. Okay, ist es nicht bei Lucy? Okay. Nein, nein. Alles gut. Alles gut, adios. Alles gut, adios, adios. Tschau. Adios, adios. Genau, adios. Was zum Teufel? Was? Abfahrt, sobald die weg sind, fahren wir. Okay. Ich glaube, die wollen nicht. Ich glaube, die wollen nicht. Ähm. Ähm. Brauchen sie jetzt? Ich glaube, wir haben gerade Besseres zu tun. Ähm. Ich, ich gebe mal kurz den Moment. Okay. Kennst du die? Nein, aber ich habe gerade eine ganz andere Verüchtung gehabt. Das? Also, was auch immer sie geplant haben, es hat nicht funktioniert. Erinnere dich, erinnere dich dran, was ich dir vorhin erzählt habe. Wer ist es denn? Na ja, wenn wir gerade so ein bisschen mit was Putschen Probleme haben und überfällen und auf einmal jemand kommt und sagt, er soll hier sich bei jemandem melden, dann wird mir schon ein bisschen anders. Was zum Teufel? Brauchen die jetzt unsere Hilfe? Weiß ich nicht, aber... Die haben ja den Partner. Calvin? Calvin hat er gesagt, ne? Ja. Oder Kevin? Ich weiß es nicht. Okay. Calvin auch nicht? Also du kennst keinen Calvin, keinen Calvin, keinen Kevin. Okay. Dann weiß ich nicht, was die meinen. Und vor allem, wenn... Also wenn dann... Was zum Teufel ist das, Jet? Wenn es um die Sache geht, hätte mir jemand vorgewarnt, dass jemand gleich kommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Was zum Teufel? Woher wissen die das? Also wir haben doch zu, oder nicht? Also... Der ist umgefallen. Ist Vicky weg? Der hat wahrscheinlich nicht genug getrunken oder gegessen. What the fuck? Michael ist auch komplett verloren gerade. Ich weiß nicht, ob ich ihn da hingehen lassen soll. Braucht ihr irgendwie noch Hilfe, oder? Ja, der Amigo ist halbtot, sie? Halbtot? Ich bin nicht halb. Nur halb, ja. Ich mach dir keine Sorgen. Sie, das ist nicht zu verstehen. Habt ihr das Amigo gerufen? No, wir fahre ihn gleich überüber. Mach das nicht, mach das nicht, Amigo. Das ist teuer, sie? Wir bringen ihn in die Hospital selber. Sie, wir haben kein Geld für sowas. Wir bringen ihn gleich über. Ich gebe ihm Geld und dann können Sie auch einen MD rufen. Ja, dann machen wir das, sie, klaro. Das ist auch MD, sie. Ich gebe ihm 80 Dollar. Ja, das reicht. Dann können wir unseren Hermano hier behandeln lassen, sie? Na, rufen Sie mal das MD. Ich bin gleich wieder da. Wie ist die Nummer von die EU-Hospitale? Wie ist die Nummer? Die Nummer ist zwei. Die 912, ja. 912, warte, m***a. 912, ok? Ja, ich bin gleich wieder da. Die haben nicht das MD gerufen. Also ich glaube, Michael wird gerade mies abgezogen, aber das ist dem jetzt egal. Crime-Spieler müssen auch von irgendwas leben. Matthias, gib mal aus, ja. Also da, das, allein um Michael authentisch zu spielen, würde der, der hasst nämlich diesen, diese scheiß Krankenversicherungen in den USA. Ist nämlich eher progressiv politisch eingestellt und deswegen passt es einfach zum Char, wenn er denen jetzt das Geld gibt für den Krankenwagen. Michael, was haben die gesagt, mit wem wollen die sprechen? Mit dem Calvin. Oder Calvin. Nein, von dem wurden die geschickt. Achso, mit einer Senorita wollen die sprechen. Mit einer Senorita. Ja, mehr haben sie nicht gesagt. Ich gebe denen jetzt Geld. Die rufen nämlich keinen MD-Wagen. Warum rufen die keinen MD? Weil sie sich das nicht leisten können. Ja, MD kommt jetzt gleich. Okay. Ich glaube, deswegen ist er noch umgekippt, weil das Händenlager hat sie. Was hat er? Das glaube ich auch. Der hat sein Händenlager. Hier bezahlen sie das mal für irgendeinen MD. Grazie, grazie. Also die Zika gerade an den Telefonaten hat gesagt, dein Kollege ist umgekippt, weil er ein Seitenlager hat oder so. Was für ein Seitenlager denn? Vielleicht an der Niere war es oder was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist ganz komisch. Ich habe nur den Namen rausgegeben. Da wusste sie, bis er ist. Ach du Scheiße. Hola Calvin. Si. Si. Oh, ich glaube, das sind sie. Was für ein Teufel, Chat. Hola. Ja, perfekto, perfekto. Das ist hier, der hat mit Zeitenlager. So, was denn auch passiert? Ja, keine Ahnung. Der hat sich am Auto eingelehnt, hat wahrscheinlich so wenig gedruckt oder so mit Zeitenlager. Und ist umgekippt. Okay. Scheiße, danke schön. So. Ich habe den Herren ein bisschen Geld gegeben, damit sie das zahlen können für die Behandlung. Ich habe mir ein bisschen Wasser über Gesicht gekippt und so. Ich habe denen jetzt 80 Dollar gegeben, damit die das zahlen können. Die sprechen übrigens darauf mit diesem Calvin am Telefon. Der soll denen irgendwelche Schlüsseln geben für irgendwelche Autos oder so. Keine Ahnung. Ja, gut. Ja, aber wieso fährt man dann zu... Also, wie kann man... Also... Ja, wollen wir jetzt hier mal wegfahren. Wenn ihr einfach so ausseht, als ob ihr Schlüssel hättet. Vielleicht. Also, wir haben jetzt erst die Hilfe geleistet. Ich habe denen auch 80 Dollar gegeben, damit sie sich das MD leisten können. Und dann sollen die jetzt mal ihren eigenen Weg gehen. Ja, dann macht euch mal auf den Weg. Hallo. Hi. Hallo. Danke. Ich bin an euch. Super. Schönen Abend für euch, ja? Ja, genau. Gleichfalls. Ciao. 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 Was zum Teufel? Peyton... ...bespricht, glaube ich, das jetzt erstmal mit anderen und nicht mit Michael. Aber... ...das ist ja wirklich besonders, was hier passiert. Also, ich wüsste jetzt sehr, sehr gerne, was es damit auf sich hat, ne? Aber Michael fährt jetzt weg, weil er... Also, Michael kann sich schon denken, dass... ...ähm... ...dass die Peyton eine andere Bezugsperson hat. Auch in Anbetracht dessen, dass sie aussieht und offenbar woanders einzieht und es nicht erzählt, wo sie einzieht. Und deswegen... ...ähm... ...fährt Michael auch weg, weil sie das dann mal mit ihm besprechen soll, falls das der Typ ist. Das sehen sie in der nächsten Folge, ja genau, ne? Alter, das ist schon verrückt. Das ist schon verrückt. Aber wie... ...die bringen den... ...die bringen den später zum MD und warten dann ewig. Das ist ja alles komisch. Das ist ja verrückt, ey. Vielleicht illegale Leute, man weiß es nicht. Ähm... Ich hatte das... Das ist definitiv anzunehmen, ne? Ich weiß auch nicht, ob die... Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass... Also, das sah sehr, sehr real aus. Natürlich darf man Spielmechanik nicht ausspielen. Aber das Umfallen sah sehr, sehr real aus. Michael hätte denen so oder so Geld gegeben. Auch hätten die das nur vorgetäuscht. Das kann ich mir nämlich dann auch nicht vorstellen. Das ist ja... Das ist ja alles wunderbar. Das ist ja wirklich alles wunderbar, Chat. Michael, schreib jetzt nochmal eben kurz seiner Chefin was. Was war das? Wenn du da nochmal in Ruhe drüber sprechen möchtest, sag Bescheid. Hab noch einen ruhigen Abend. So. Das ist ja echt verrückt, Chat. Habt ihr damit gerechnet, dass sowas heute noch passiert? Das ist ja unheimlich interessant. Finde ich sehr, sehr wild, Chat. Chat übrigens auch die Info. Gerade auch, weil wir glaube ich einige neue haben. Zumindest ein paar hier unter den Zuschauerinnen und Zuschauern. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne mal meinen YouTube-Kanal. Findet ihr auch im Panel verlinkt. Live auf twitch.tv. Aber jetzt doch einen schönen Tag für euch.